Teil 5 Das Traummaterial und die Traumquellen Als wir aus der Analyse des Traumes von Irmas Injektion ersehen hatten, dass der Traum eine Wunscherfüllung ist, nahm uns zunächst das Interesse gefangen, ob wir hiermit einen allgemeinen Charakter des Traumes aufgedeckt haben, und wir brachten vorläufig jede andere wissenschaftliche Neugierde zum Schweigen, die sich in uns während jener Deutungsarbeit geregt haben mochte. Nachdem wir jetzt auf dem einen Wege zum Ziele gelangt sind, dürfen wir zurückkehren und einen neuen Ausgangspunkt für unsere SDR-Eifungen durch die Probleme des Traumes wählen, sollten wir darüber auch das noch keineswegs voll erledigte Thema der Wunscherfüllung für eine Weile aus den Augen verlieren. Seitdem wir durch Anwendung unseres Verfahrens der Traumdeutung einen latenten Trauminhalt aufdecken können, der an Bedeutsamkeit den manifesten Trauminhalt weit hinter sich lässt, muss es uns drängen, die einzelnen Traumprobleme von Neuem aufzunehmen, um zu versuchen, ob sich für uns nicht Rätsel und Widersprüche befriedigend lösen, die, solange man nur den manifesten Trauminhalt kannte, unangreifbar erschienen sind. Die Angaben der Autoren über den Zusammenhang des Traumes mit dem Wachleben sowie über die Herkunft des Traummaterials sind im einleitenden Abschnitt ausführlich mitgeteilt worden. Wir erinnern uns auch jener drei Eigentümlichkeiten des Traumgedächtnisses, die so vielfach bemerkt, aber nicht erklärt worden sind. Erster, dass der Traum die Eindrücke der letzten Tage deutlich bevorzugt, Robert, Strümpel, Hildebrand, auch wie Talam. Zweiter, dass er eine Auswahl nach anderen Prinzipien als unser Wachgedächtnis trifft, indem er nicht das Wesentliche und Wichtige, sondern das Nebensächliche und Unbeachtete erinnert. Dritter, dass er die Verfügung über unsere frühesten Kindheitseindrücke besitzt und selbst Einzelheiten aus dieser Lebenszeit hervorholt, die uns wiederum als trivial erscheinen und im Wachen für längst vergessen gehalten worden sind. 55 55. Es ist klar, dass die Auffassung Roberts, der Traum sei dazu bestimmt, unser Gedächtnis von den wertlosen Eindrücken des Tages zu entlasten, nicht mehr zu halten ist, wenn im Traume einigermaßen häufig gleichgültige Erinnerungsbilder aus unserer Kindheit auftreten. Man müsste den Schluss ziehen, dass der Traum die ihm zufallende Aufgabe sehr ungenügend zu erfüllen pflegt. Diese Besonderheiten in der Auswahl des Traummaterials sind von den Autoren natürlich am manifesten Trauminhalt beobachtet worden. a. Das Rezente und das Indifferente im Traume Wenn ich jetzt in Betreff der Herkunft der im Trauminhalt auftretenden Elemente meine eigene Erfahrung zurate ziehe, so muss ich zunächst die Behauptung aufstellen, dass in jedem Trauma eine Anknüpfung an die Erlebnisse des letzt abgelaufenen Tages aufzufinden ist. Welchen Traum immer ich vornehme, einen eigenen oder fremden, jedes Mal bestätigt sich mir diese Erfahrung. In Kenntnis dieser Tatsache kann ich etwa die Traumdeutung damit beginnen, dass ich zuerst nach dem Erlebnisse des Tages forsche, welches den Traum angeregt hat, für viele Fälle ist dies sogar der nächste Weg. An den beiden Träumen, die ich im vorigen Abschnitt einer genauen Analyse unterzogen habe, von Irmas Injektion, von meinem Onkel mit dem gelben Barte, ist die Beziehung zum Tage so augenfällig, dass sie keiner weiteren Beleuchtung bedarf. Um aber zu zeigen, wie regelmäßig sich diese Beziehung erweisen lässt, will ich ein Stück meiner eigenen Traumchronik daraufhin untersuchen. Ich teile die Träume nur so weit mit, als es zur Aufdeckung der gesuchten Traumquelle bedarf. Erster, ich mache einen Besuch in einem Hause, wo ich nur mit Schwierigkeiten vorgelassen werde und so weiter, lasse eine Frau unterdessen auf mich warten. Quelle, Gespräch mit einer Verwandten am Abend, das eine Anschaffung, die sie verlangt, warten müsse, bis und so weiter. Zweiter, ich habe eine Monographie über eine gewisse, unklar, Pflanzenart geschrieben. Quelle, am Vormittag im Schaufenster einer Buchhandlung eine Monographie gesehen über die Gattung Zyklamen. Dritter, ich sehe zwei Frauen auf der Straße, Mutter und Tochter, von denen die Letztere meine Patientin war. Quelle, eine in Behandlung stehende Patientin hat mir abends mitgeteilt, welche Schwierigkeiten ihre Mutter einer Fortsetzung der Behandlung entgegenstellt. Vierter, in der Buchhandlung von S. und er nehme ich ein Abonnement auf eine periodische Publikation, die jährlich 20fl kostet. Quelle, meine Frau hat mich am Tage daran erinnert, dass ich ihr 20fl vom Wochengelde noch schuldig bin. Fünfter, ich erhalte eine Zuschrift vom Sozialdemokratischen Komitee, in der ich als Mitglied behandelt werde. Quelle, Zuschriften erhalten gleichzeitig vom Liberalen Wahlkomitee und vom Präsidium des Humanitären Vereines, dessen Mitglied ich wirklich bin. Sechster, ein Mann auf einem steilen Felsen mitten im Meere in Böcklinscher Manier. Quelle, drei Fuß auf der Teufelsinsel, gleichzeitig Nachrichten von meinen Verwandten in England und so weiter. Die Frage der Periodizität in Träumen. Man könnte die Frage aufwerfen, ob die Traumanknüpfung unfehlbar an die Ereignisse des letzten Tages erfolgt, oder ob sie sich auf Eindrücke eines längeren Zeitraumes der jüngsten Vergangenheit erstrecken kann. Dieser Gegenstand kann prinzipielle Bedeutsamkeit wahrscheinlich nicht beanspruchen, doch möchte ich mich für das ausschließliche Vorrecht des letzten Tages vor dem Traume, des Traumtages, entscheiden. So oft ich zu finden vermeinte, dass ein Eindruck vor zwei oder drei Tagen die Quelle des Traumes gewesen sei, konnte ich mich doch bei genauerer Nachforschung überzeugen, dass jener Eindruck am Vortage wieder erinnert worden war, dass also eine nachweisbare Reproduktion am Vortage sich zwischen dem Ereignistage und der Traumzeit eingeschoben hatte, und konnte außerdem den rezenten Anlass nachweisen, von dem die Erinnerung an den älteren Eindruck ausgegangen sein konnte. Hingegen konnte ich mich nicht davon überzeugen, dass zwischen dem erregenden Tageseindruck und dessen Wiederkehr im Trauma ein regelmäßiges Intervall von biologischer Bedeutsamkeit, als erstes dieser Art nennt Haswoboda 18 Stunden, eingeschoben ist, 56. Auch H. Ellis, der dieser Frage Aufmerksamkeit geschenkt hat, gibt an, dass er eine solche Periodizität der Reproduktion in seinen Träumen trotz des Achtens darauf nicht finden konnte. Er erzählt einen Traum, in welchem er sich in Spanien befand und nach einem Ort, daraus, war raus oder zaraus fahren wollte. Erwacht, konnte er sich an einen solchen Ortsnamen nicht erinnern und legte den Traum beiseite. Einige Monate später fand er tatsächlich den Namen Zaraus als den einer Station zwischen San Sebastian und Bilboa, welche er 250 Tage vor dem Traume mit dem Zuge passiert hatte, Page 227. 56. Haswoboda hat, wie im ersten Abschnitt Page 71 mitgeteilt, die von Wevlies gefundenen biologischen Intervalle von 23 und 28 Tagen im weiten Ausmaße auf das seelische Geschehen übertragen und insbesondere behauptet, dass diese Zeiten für das Auftauchen der Traumelemente in den Träumen entscheidend sind. Die Traumdeutung würde nicht wesentlich abgeändert, wenn sich solches nachweisen ließe, aber für die Herkunft des Traummaterials ergebe sich eine neue Quelle. Ich habe nun neuerdings einige Untersuchungen an eigenen Träumen angestellt, um die Anwendbarkeit der Periodenlehre auf das Traummaterial zu prüfen und habe hierzu besonders auffällige Elemente des Trauminhaltes gewählt, deren Auftreten im Leben sich zeitlich mit Sicherheit bestimmen ließ. I Traum vom 1, 2, Oktober 1910. Bruchstück Irgendwo in Italien Drei Töchter zeigen mir kleine Kostbarkeiten, wie in einem Antiqualladen, setzen sich mir dabei auf den Schoß. Bei einem der Stücke sage ich, das haben sie ja von mir. Ich sehe dabei deutlich eine kleine Profilmaske mit den scharf geschnittenen Zügen Savonarolas. Wann habe ich zuletzt das Bild Savonarolas gesehen? Ich war nach dem Ausweis meines Reisetagebuches am 4. und 5. September in Florenz, dort dachte ich daran, meinem Reisebegleiter das Medaillon mit den Zügen des fanatischen Mönchs im Pflaster der Piazza Signoria an der Stelle, wo er den Tod durch Verbrennung fand, zu zeigen. Und ich meine, am 5. Vormittags machte ich ihn auf dasselbe aufmerksam. Von diesem Eindruck bis zur Wiederkehr im Traume sind allerdings 27 plus 1 Tage verflossen, eine weibliche Periode nach Vlies. Zum Unglück für die Beweiskraft dieses Beispieles muss ich aber erwähnen, dass an dem Traumtage selbst der Tüchtige, aber düster blickende Kollege bei mir war, das erste Mal seit meiner Rückkunft, für den ich vor Jahren schon den Scherznamen Rabbi Savonarola aufgebracht habe. Er stellte mir einen Unfallkranken vor, der in dem Ponteberzug verunglückt war, in dem ich selbst 8 Tage vorher gereist war, und leitete so meine Gedanken zur letzten Italienreise zurück. Das Erscheinen des auffälligen Elementes Savonarola im Trauminhalt ist durch diesen Besuch des Kollegen am Traumtage aufgeklärt, das 28-tägige Intervall wird seiner Bedeutung für dessen Herleitung verlustig. I. Traum vom 10.11. Oktober. Ich arbeite wieder einmal Chemie im Universitätslaboratorium. Hofrat erlädt mich ein, an einen anderen Ort zu kommen und geht auf dem Korridor voran, eine Lampe oder sonst ein Instrument wie scharfsinnig. Scharfsichtig, in der erhobenen Hand vor sich hintragend, in eigentümlicher Haltung mit vorgestrecktem Kopf. Wir kommen dann über einen freien Platz. Rest vergessen. Das auffälligste in diesem Trauminhalt ist die Art, wie Hofrat erl die Lampe oder Lupe vor sich hinträgt, das Auge spähend in die Weite gerichtet. L. Habe ich viele Jahre lang nicht mehr gesehen, aber ich weiß jetzt schon, er ist nur eine Ersatzperson für einen anderen, größeren, für den Archimedes nahe bei der Arethusa-Quelle in Syrakus, der genauso wie er im Traume dasteht und so den Brennspiegel handhabt, nach dem Belagerungsheer der Römer spähend. Wann habe ich dieses Denkmal zuerst, und zuletzt, gesehen? Nach meinen Aufzeichnungen war es am 17. September abends und von diesem Datum bis zum Traume sind tatsächlich 13 plus 10 gleich 23 Tage verstrichen, eine männliche Periode nach Vlies. Leider hebt das Eingehen auf die Deutung des Traumes auch hier ein Stück von der Unerlässlichkeit dieses Zusammenhanges auf. Der Traumanlass war die am Traumtag erhaltene Nachricht, dass die Klinik, in deren Hörsaal ich als Gast meine Vorlesungen abhalte, demnächst anderswohin verlegt werden solle. Ich nahm an, dass die neue Lokalität sehr unbequem gelegen sei, sagte mir, es werde dann sein, als ob ich überhaupt keinen Hörsaal zur Verfügung habe und von da an müssten meine Gedanken bis in den Beginn meiner Dozentenzeit zurückgegangen sein, als ich wirklich keinen Hörsaal hatte und mit meinen Bemühungen, mir einen zu verschaffen. Auf geringes Entgegenkommen bei den hochvermögenden Herren Hofräten und Professoren stieß. Ich ging damals zu L., der gerade die Würde eines Dekans bekleidete und den ich für einen Gönner hielt, um ihm meine Not zu klagen. Er versprach mir Abhilfe, ließ aber dann nichts weiter von sich hören. Im Traum ist er der Archimedes, der mir gibt und mich selbst in die andere Lokalität geleitet. Dass den Traumgedanken weder Rachsucht noch Größenbewusstsein fremd sind, wird der Deutungskündige leicht erraten. Ich muss aber urteilen, dass ohne diesen Traumanlass der Archimedes kaum in den Traum dieser Nacht gelangt wäre, es bleibt mir unsicher, ob der starke und noch rezente Eindruck der Statue in Syrakusa sich nicht auch bei einem anderen Zeitintervall geltend gemacht hätte. Drei Traum vom 2, 3 Oktober 1910 Bruchstück Etwas von Professor Osa, der selbst das Menü für mich gemacht hat, was sehr beruhigend wirkt, anderes vergessen. Der Traum ist die Reaktion auf eine Verdauungsstörung dieses Tages, die mich erwägen ließ, ob ich mich nicht wegen Bestimmung einer Diät an einen Kollegen wenden solle. Dass ich im Traum den im Sommer verstorbenen Osa dazu bestimme, knüpft an den sehr kurz vorher, 1. Oktober, erfolgten Tod eines anderen von mir hochgeschätzten Universitätslehrers an. Wann ist aber Osa gestorben und wann habe ich seinen Tod erfahren? Nach dem Ausweis des Zeitungsblattes am 22. August, da ich damals in Holland weilte, wohin ich die Wiener Zeitung regelmäßig nachsenden ließ, muss ich die Todesnachricht am 24. oder 25. August gelesen haben. Dieses Intervall entspricht aber keiner Periode mehr, es umfasst 7 plus 30 plus 2 gleich 39 Tage oder vielleicht 40 Tage. Ich kann mich nicht besinnen, in der Zwischenzeit von Osa gesprochen oder an ihn gedacht zu haben. Solche für die Periodenlehre nicht mehr ohne weitere Bearbeitung brauchbare Intervalle ergeben sich nun aus meinen Träumen ungleich häufiger als die regulären. Konstant finde ich nur die im Text behauptete Beziehung zu einem Eindrucke des Traumtages selbst. Ich meine also, es gibt für jeden Traum einen Traumerreger aus jenen Erlebnissen, über die man noch keine Nacht geschlafen hat. Die Eindrücke der jüngsten Vergangenheit, mit Ausschluss des Tages vor der Traumnacht, zeigen also keine andersartige Beziehung zum Trauminhalt als andere Eindrücke aus beliebig ferner liegenden Zeiten. Der Traum kann sein Material aus jeder Zeit des Lebens wählen, wovon nur von den Erlebnissen des Traumtages, den rezenten Eindrücken, zu diesen früheren ein Gedankenfaden reicht. Der Traum von der botanischen Monographie. Woher aber die Bevorzugung der rezenten Eindrücke? Wir werden zu Vermutungen über diesen Punkt gelangen, wenn wir einen der erwähnten Träume einer genaueren Analyse unterziehen. Ich wähle den Traum von der Monographie. Trauminhalt. Ich habe eine Monographie über eine gewisse Pflanze geschrieben. Das Buch liegt vor mir, ich blättere eben eine eingeschlagene farbige Tafel um. Jedem Exemplar ist ein getrocknetes Spezimen der Pflanze beigebunden, ähnlich wie aus einem Herbarium. Analyse. Ich habe am Vormittag im Schaufenster einer Buchhandlung ein neues Buch gesehen, welches sich betitelt, die Gattung Zyklamen, offenbar eine Monographie über diese Pflanze. Zyklamen ist die Lieblingsblume meiner Frau. Ich mache mir Vorwürfe, dass ich so selten daran denke, ihr Blumen mitzubringen, wie sie sich's wünscht. Bei dem Thema Blumen mitbringen erinnere ich mich einer Geschichte, welche ich unlängst im Freundeskreise erzählt und als Beweis für meine Behauptung verwendet habe, dass Vergessen sehr häufig die Ausführung einer Absicht des Unbewussten sei und immerhin einen Schluss auf die geheime Gesinnung des Vergessenen gestatte. Eine junge Frau, welche daran gewöhnt war, zu ihrem Geburtstage einen Strauß von ihrem Manne vorzufinden, vermisst dieses Zeichen der Zärtlichkeit an einem solchen Festtag und bricht darüber in Tränen aus. Der Mann kommt hinzu, weiß sich ihr Weinen nicht zu erklären, bis sie ihm sagt, heute ist mein Geburtstag. Da schlägt er sich vor die Stirn, ruft aus, entschuldige, hab ich doch ganz daran vergessen und will fort, ihr Blumen zu holen. Sie lässt sich aber nicht trösten, denn sie sieht in der Vergesslichkeit ihres Mannes einen Beweis dafür, dass sie in seinen Gedanken nicht mehr dieselbe Rolle spielt wie einstens. Diese Frau L. ist meiner Frau vor zwei Tagen begegnet, hat ihr mitgeteilt, dass sie sich wohl fühlt und sich nach mir erkündigt. Sie stand in früheren Jahren in meiner Behandlung. Ein neuer Ansatz. Ich habe wirklich einmal etwas Ähnliches geschrieben wie eine Monografie über eine Pflanze, nämlich einen Aufsatz über die Coca-Pflanze, welcher die Aufmerksamkeit von K. Koller auf die anesthesierende Eigenschaft des Kokains gelenkt hat. Ich hatte diese Verwendung des Alkaloids in meiner Publikation selbst angedeutet, war aber nicht gründlich genug, die Sache weiter zu verfolgen. Dazu fällt mir ein, dass ich am Vormittag des Tages nach dem Traume, zu dessen Deutung ich erst abends Zeit fand, des Kokains in einer Art von Tagesfantasie gedacht habe. Wenn ich je Glaukom bekommen sollte, würde ich nach Berlin reisen und mich dort bei meinem Berliner Freunde von einem Arzte, den er mir empfiehlt, inkognito operieren lassen. Der Operateur, der nicht wüsste, an wem er arbeitet, würde wieder einmal rühmen, wie leicht sich diese Operationen seit der Einführung des Kokains gestaltet haben. Ich würde durch keine Miene verraten, dass ich an dieser Entdeckung selbst einen Anteil habe. An diese Fantasie schlossen sich Gedanken an, wie unbequem es doch für den Arzt sei, ärztliche Leistungen von Seite der Kollegen für seine Person in Anspruch zu nehmen. Den Berliner Augenarzt, der mich nicht kennt, würde ich wie ein anderer entlohnen können. Nachdem dieser Tagtraum mir in den Sinn gekommen, merke ich erst, dass sich die Erinnerung a ein bestimmtes Erlebnis hinter ihm verbirgt. Kurz nach der Entdeckung Kollers war nämlich mein Vater an Glaukom erkrankt. Er wurde von meinem Freunde, dem Augenarzte Dr. Königstein, operiert. Dr. Koller besorgte die Kokainanästhesie und machte dann die Bemerkung, dass bei diesem Falle sich alle die drei Personen vereinigt fänden, die an der Einführung des Kokains Anteil gehabt haben. Meine Gedanken gehen nun weiter, wann ich zuletzt an diese Geschichte des Kokains erinnert worden bin. Es war dies vor einigen Tagen, als ich die Festschrift in die Hand bekam, mit deren Erscheinen dankbare Schüler das Jubiläum ihres Lehrers und Laboratoriumsvorstandes gefeiert hatten. Unter den Ruhmestiteln des Laboratoriums fand ich auch angeführt, dass dort die Entdeckung der anästhesierenden Eigenschaft des Kokains durch Karkola vorgefallen sei. Ich bemerke nun plötzlich, dass mein Traum mit einem Erlebnis des Abends vorher zusammenhängt. Ich hatte gerade Dr. Königstein nach Hause begleitet, mit dem ich in ein Gespräch über eine Angelegenheit geraten war, die mich jedes Mal, wenn sie berührt wird, lebhaft erregt. Als ich mich in dem Hausflore mit ihm aufhielt, kam Professor Gärtner mit seiner jungen Frau hinzu. Ich konnte mich nicht enthalten, die beiden darüber zu beglückwünschen, wie blühend sie aussehen. Nun ist Professor Gärtner einer der Verfasser der Festschrift, von der ich eben sprach, und konnte mich wohl an diese erinnern. Auch die Frau L., deren Geburtstagsenttäuschung ich unlängst erzählte, war im Gespräche mit Dr. Königstein, in anderem Zusammenhange allerdings, erwähnt worden. Ich will versuchen, auch die anderen Bestimmungen des Trauminhaltes zu deuten. Ein getrocknetes Spezimen der Pflanze liegt der Monografie bei, als ob es ein Herbarium wäre. Ans Herbarium knüpft sich eine Gymnasialerinnerung. Unser Gymnasialdirektor rief einmal die Schüler der höheren Klassen zusammen, um ihnen das Herbarium der Anstalt zur Durchsicht und zur Reinigung zu übergeben. Es hatten sich kleine Würmer eingefunden Bücherwurm. Zu meiner Hilfeleistung scheint er nicht Zutrauen gezeigt zu haben, denn er überließ mir nur wenige Blätter. Ich weiß noch heute, dass Kruzifähren darauf waren. Ich hatte niemals ein besonders intimes Verhältnis zur Botanik. Bei meiner botanischen Vorprüfung bekam ich wiederum eine Kruzifere zur Bestimmung und erkannte sie nicht. Es wäre mir schlecht ergangen, wenn nicht meine theoretischen Kenntnisse mir herausgeholfen hätten. Von den Kruzifähren gerate ich auf die Kompositen. Eigentlich ist auch die Artischocke eine Komposite, und zwar die, welche ich meine Lieblingsblume heißen könnte. Edler als ich, pflegt meine Frau mir diese Lieblingsblume häufig vom Markte heimzubringen. Ich sehe die Monografie vor mir liegen, die ich geschrieben habe. Auch dies ist nicht ohne Bezug. Mein visueller Freund schrieb mir gestern aus Berlin, mit deinem Traumbuche beschäftige ich mich sehr viel. Ich sehe es fertig vor mir liegen und blättere darin. Wie habe ich ihn um diese Sehrgabe beneidet? Wenn ich es doch auch schon fertig vor mir liegen sehen könnte. Die zusammengelegte farbige Tafel, als ich Student der Medizin war, litt ich viel unter dem Impuls, nur aus Monografien lernen zu wollen. Ich hielt mir damals, trotz meiner beschränkten Mittel, mehrere medizinische Archive, deren farbige Tafeln mein Entzücken waren. Ich war stolz auf diese Neigung zur Gründlichkeit. Als ich dann selbst zu publizieren begann, musste ich auch die Tafeln für meine Abhandlungen zeichnen und ich weiß, dass eine derselben so kümmerlich ausfiel, dass mich ein wohlwollender Kollege ihretwegen verhöhnte. Dazu kommt noch, ich weiß nicht recht wie, eine sehr frühe Jugenderinnerung. Mein Vater machte sich einmal den Scherz, mir und meiner ältesten Schwester ein Buch mit farbigen Tafeln, Beschreibung einer Reise in Persin, zur Vernichtung zu überlassen. Es war erziehlich kaum zu rechtfertigen. Ich war damals fünf Jahre, die Schwester unter drei Jahren alt, und das Bild, wie wir Kinder überselig dieses Buch zerpflückten, wie eine Artischocke, Blatt für Blatt, muss ich sagen, ist nahezu das Einzige, was mir aus dieser Lebenszeit in plastischer Erinnerung geblieben ist. Als ich dann Student wurde, entwickelte sich bei mir eine ausgesprochene Vorliebe, Bücher zu sammeln und zu besitzen, analog der Neigung, aus Monografien zu studieren, eine Liebhaberei, wie sie in den Traumgedanken betreffs Zyklamen und Artischocke bereits vorkommt. Ich wurde ein Bücherwurm, vergleiche Herbarium. Ich habe diese erste Leidenschaft meines Lebens, seitdem ich über mich nachdenke, immer auf diesen Kindereindruck zurückgeführt oder vielmehr, ich habe erkannt, dass diese Kinderszene eine Deckerinnerung für meine spätere Bibliophilie ist, 57. Natürlich habe ich auch frühzeitig erfahren, dass man durch Leidenschaften leicht in Leiden gerät. Als ich 17 Jahre alt war, hatte ich ein ansehnliches Konto beim Buchhändler und keine Mittel, es zu begleichen, und mein Vater ließ es kaum als Entschuldigung gelten, dass sich meine Neigungen auf nichts Böseres geworfen hatten. Die Erwähnung dieses späteren Jugenderlebnisses bringt mich aber sofort zu dem Gespräche mit meinem Freunde Dr. Königstein zurück. Denn um dieselben Vorwürfe wie damals, dass ich meinen Liebhabereien zu viel nachgebe, handelte es sich auch im Gespräche am Abend des Traumtages. 57. Vergleiche meinen Aufsatz über Deckerinnerungen in der Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie 1899 Aus Gründen, die nicht hier gehören, will ich die Deutung dieses Traumes nicht verfolgen, sondern bloß den Weg angeben, welcher zu ihr führt. Während der Deutungsarbeit bin ich an das Gespräch mit Dr. Königstein erinnert worden, und zwar von mehr als einer Stelle aus. Wenn ich mir vorhalte, welche Dinge in diesen Gespräche berührt worden sind, so wird der Sinn des Traumes mir verständlich. Alle angefangenen Gedankengänge, von den Liebhabereien meiner Frau und meinen eigenen, vom Kokain, von den Schwierigkeiten ärztlicher Behandlung unter Kollegen, von meiner Vorliebe für monografische Studien und meiner Vernachlässigung gewisser Fächer wie der Botanik, dies alles erhält dann seine Fortsetzung und mündet in irgendeinen der Fäden der vielverzweigten Unterredung ein. Der Traum bekömmt wieder den Charakter einer Rechtfertigung, eines Plädoyers für mein Recht, wie der erst analysierte Traum von Irmas Injektion, ja er setzt das dort begonnene Thema fort und erörtert es an einem neuen Material, welches im Intervall zwischen beiden Träumen hinzugekommen ist. Selbst die scheinbar indifferente Ausdrucksform des Traumes bekömmt einen Akzent. Es heißt jetzt, ich bin doch der Mann, der die wertvolle und erfolgreiche Abhandlung über das Kokain geschrieben hat, ähnlich wie ich damals zu meiner Rechtfertigung vorbrachte, ich bin doch ein tüchtiger und fleißiger Student, in beiden Fällen also, ich darf mir das erlauben. Ich kann aber auf die Ausführung der Traumdeutung hier verzichten, weil mich zur Mitteilung des Traumes nur die Absicht bewogen hat, an einem Beispiele die Beziehung des Trauminhaltes zu dem erregenden Erlebnis des Vortages zu untersuchen. Solange ich von diesem Traume nur den Manifesteninhalt kenne, wird mir nur eine Beziehung des Traumes zu einem Tageseindruck augenfällig. Nachdem ich die Analyse gemacht habe, ergibt sich eine zweite Quelle des Traumes in einem anderen Erlebnis desselben Tages. Der erste der Eindrücke, auf welche sich der Traum bezieht, ist ein gleichgültiger, ein Nebenumstand. Ich sehe im Schaufenster ein Buch, dessen Titel mich flüchtig berührt, dessen Inhalt mich kaum interessieren dürfte. Das zweite Erlebnis hatte einen hohen psychischen Wert. Ich habe mit meinem Freunde, dem Augenarzt, wohl eine Stunde lang eifrig gesprochen, ihm Andeutungen gemacht, die uns beiden nahe gehen mussten, und Erinnerungen in mir wachgerufen, bei denen die mannigfaltigsten Erregungen meines Innern mir bemerklich wurden. Überdies wurde dieses Gespräch unvollendet abgebrochen, weil Bekannte hinzukamen. Wie stehen nun die beiden Eindrücke des Tages zueinander und zu dem in der Nacht erfolgenden Traum? Im Trauminhalt finde ich nur eine Anspielung auf den gleichgültigen Eindruck und kann so bestätigen, dass der Traum mit Vorliebe Nebensächliches aus dem Leben in seinen Inhalt aufnimmt. In der Traumdeutung hingegen führt alles auf das Wichtige, mit Recht erregende Erlebnis hin. Wenn ich den Sinn des Traumes, wie es einzig richtig ist, nach dem latenten, durch die Analyse zutage geförderten Inhalt beurteile, so bin ich unversehens zu einer neuen und wichtigen Erkenntnis gelangt. Ich sehe das Rätsel zerfallen, dass der Traum sich nur mit den wertlosen Brocken des Tageslebens beschäftigt, ich muss auch der Behauptung widersprechen, dass das Seelenleben des Wachens sich in den Traum nicht fortsetzt und der Traum dafür psychische Tätigkeit an läppisches Material verschwendet. Das Gegenteil ist wahr, was uns bei Tage in Anspruch genommen hat, beherrscht auch die Traumgedanken und wir geben uns die Mühe zu träumen nur bei solchen Materien, welche uns bei Tage Anlass zum Denken geboten hätten. Die Rolle des indifferenten rezenten Eindruckes Die naheliegendste Erklärung dafür, dass ich doch vom gleichgültigen Tageseindruck träume, während der mit Recht aufregende mich zum Traume veranlasst hat, ist wohl die, dass hier wieder ein Phänomen der Traumentstellung vorliegt, welche wir oben auf eine als Zensur waltende psychische Macht zurückgeführt haben. Die Erinnerung an die Monografie über die Gattung Zyklamen erfährt eine Verwendung, als ob sie eine Anspielung auf das Gespräch mit dem Freunde wäre, ganz ähnlich wie im Traume von dem verhinderten Super die Erwähnung der Freundin durch die Anspielung geräucherter Lachs vertreten wird. Es fragt sich nur, durch welche Mittelglieder kann der Eindruck der Monografie zu dem Gespräche mit dem Augenarzt in das Verhältnis der Anspielung treten, da eine solche Beziehung zunächst nicht ersichtlich ist. In dem Beispiele vom verhinderten Super ist die Beziehung von vornherein gegeben, geräucherter Lachs als die Lieblingsspeise der Freundin gehört ohne weiteres zu dem Vorstellungskreise, den die Person der Freundin bei der Träumenden anzuregen vermag. In unserem neuen Beispiel handelt es sich um zwei gesonderte Eindrücke, die zunächst nichts gemeinsam haben, als dass sie am nämlichen Tage erfolgen. Die Monografie fällt mir am Vormittag auf, das Gespräch führe ich dann am Abend. Die Antwort, welche die Analyse an die Hand gibt, lautet, Solche erst nicht vorhandene Beziehungen zwischen den beiden Eindrücken werden nachträglich vom Vorstellungsinhalt des einen zum Vorstellungsinhalt des anderen angesponnen. Ich habe die betreffenden Mittelglieder bereits bei der Niederschrift der Analyse hervorgehoben. An die Vorstellung der Monografie über Zyklamen würde ich ohne Beeinflussung von anderswoher wohl nur die Idee knüpfen, dass diese die Lieblingsblume meiner Frau ist, etwa noch die Erinnerung an den vermissten Blumenstrauß der Frau L. Ich glaube nicht, dass diese Hintergedanken genügt hätten, einen Traum hervorzurufen. There needs no ghost, my lord, come from the grave to tell us this, heißt es im Hamlet. Aber siehe da, in der Analyse werde ich daran erinnert, dass der Mann, der unser Gespräch störte, Gärtner hieß, dass ich seine Frau blühend fand, ja ich besinne mich eben jetzt nachträglich, dass eine meiner Patientinnen, die den schönen Namen Flora trägt, eine Weile im Mittelpunkt unseres Gespräches stand. Es muss so zugegangen sein, dass sich über diese Mittelglieder aus dem botanischen Vorstellungskreis die Verknüpfung der beiden Tageserlebnisse, des Gleichgültigen und des Aufregenden, vollzog. Dann stellten sich weitere Beziehungen ein, die des Kokains, welche mit Fug und Recht zwischen der Person des Dr. Königstein und einer botanischen Monographie, die ich geschrieben habe, vermitteln kann, und befestigten diese Verschmelzung der beiden Vorstellungskreise zu einem, so dass nun ein Stück aus dem ersten Erlebnis als Anspielung auf das zweite verwendet werden konnte. Ich bin darauf gefasst, dass man diese Aufklärung als eine willkürliche oder als eine gekünstelte anfechten wird. Was wäre geschehen, wenn Professor Gärtner mit seiner blühenden Frau nicht hinzugetreten wäre, wenn die besprochene Patientin nicht Flora, sondern Anna hieße? Und doch ist die Antwort leicht. Wenn sich nicht diese Gedankenbeziehungen ergeben hätten, so wären wahrscheinlich andere ausgewählt worden. Es ist so leicht, derartige Beziehungen herzustellen, wie ja die Scherz- und Rätselfragen, mit denen wir uns den Tag erheitern, zu beweisen vermögen. Der Machtbereich des Witzes ist ein uneingeschränkter. Um einen Schritt weiter zu gehen, wenn sich zwischen den beiden Eindrücken des Tages keine genug ausgiebigen Mittelbeziehungen hätten herstellen lassen, so wäre der Traum eben anders ausgefallen. Ein anderer gleichgültiger Eindruck des Tages, wie sie in Scharen an uns herantreten und von uns vergessen werden, hätte für den Traum die Stelle der Monografie übernommen. Wäre in Verbindung mit dem Inhalt des Gespräches gelangt und hätte dieses im Trauminhalt vertreten. Da kein anderer als der von der Monografie dieses Schicksal hatte, so wird er wohl der für die Verknüpfung passendste gewesen sein. Man braucht sich nie wie Hänschenschlau bei Lessing darüber zu wundern, dass nur die Reichen in der Welt das meiste Geld besitzen. Der psychologische Vorgang, durch welchen nach unserer Darstellung das gleichgültige Erlebnis zur Stellvertretung für das psychisch Wertvolle gelangt, muss uns noch bedenklich und befremdend erscheinen. In einem späteren Abschnitt werden wir uns vor der Aufgabe sehen, die Eigentümlichkeiten dieser scheinbar inkorrekten Operation unserem Verständnis näher zu bringen. Hier haben wir es nur mit dem Erfolge des Vorganges zu tun, zu dessen Annahme wir durch ungezählte und regelmäßig wiederkehrende Erfahrungen bei der Traumanalyse gedrängt werden. Der Vorgang ist aber so, als ob eine Verschiebung, sagen wir, des psychischen Akzentes auf dem Wege jener Mittelglieder zustande käme, bis anfangs schwach mit Intensität geladene Vorstellungen durch Übernahme der Ladung von den anfänglich intensiver Besetzten zu einer Stärke gelangen, welche sie befähigt, den Zugang zum Bewusstsein zu erzwingen. Solche Verschiebungen wundern uns keineswegs, wo es sich um die Anbringung von Affektgrößen oder überhaupt um motorische Aktionen handelt. Dass die einsam gebliebene Jungfrau ihre Zärtlichkeit auf Tiere überträgt, der Junggeselle leidenschaftlicher Sammler wird, dass der Soldat einen streifenfarbigen Zeuges, die Fahne, mit seinem Herzblute verteidigt, das im Liebesverhältnis ein um Sekunden verlängerter Händedruck Seligkeit erzeugt, oder im Othello ein verlorenes Schnupftuch einen Wutausbruch, das sind sämtlich Beispiele von psychischen Verschiebungen, die uns unanfechtbar erscheinen. Dass aber auf demselben Wege und nach denselben Grundsätzen eine Entscheidung darüber gefällt wird, was in unser Bewusstsein gelangt und was ihm vorenthalten bleibt, also was wir denken, das macht uns den Eindruck des Krankhaften, und wir heißen es Denkfehler, wo es im Wachleben vorkommt. Verraten wir hier als das Ergebnis später anzustellen der Betrachtungen, dass der psychische Vorgang, den wir in der Traumverschiebung erkannt haben, sich zwar nicht als ein krankhaft gestörter, wohl aber als ein vom Normalen verschiedener, als ein Vorgang von mehr primärer Natur herausstellen wird. Die Traumentstellung Wir deuten somit die Tatsache, dass der Trauminhalt Reste von nebensächlichen Erlebnissen aufnimmt, als eine Äußerung der Traumentstellung, durch Verschiebung, und erinnern daran, dass wir in der Traumentstellung eine Folge der zwischen zwei psychischen Instanzen bestehenden Durchgangszensur erkannt haben. Wir erwarten dabei, dass die Traumanalyse uns regelmäßig die wirkliche, psychisch bedeutsame Traumquelle aus dem Tagesleben aufdecken wird, deren Erinnerung ihren Akzent auf die gleichgültige Erinnerung verschoben hat. Durch diese Auffassung haben wir uns in vollem Gegensatz zu der Theorie von Robert gebracht, die für uns unverwendbar geworden ist. Die Tatsache, welche Robert erklären wollte, besteht eben nicht, ihre Annahme beruht auf einem Missverständnis, auf der Unterlassung, für den scheinbaren Trauminhalt den wirklichen Sinn des Traumes einzusetzen. Man kann noch weiterhin gegen die Lehre von Robert einwenden, wenn der Traum wirklich die Aufgabe hätte, unser Gedächtnis durch besondere psychische Arbeit von den Schlacken der Tageserinnerung zu befreien, so müsste unser Schlafen gequälter sein und auf angestrengterer Arbeit verwendet werden, als wir es von unserem wachen Geistesleben behaupten können. Denn die Anzahl der indifferenten Eindrücke des Tages, vor denen wir unser Gedächtnis zu schützen hätten, ist offenbar unermesslich groß, die Nacht würde nicht hinreichen, die Summe zu bewältigen. Es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass das Vergessen der gleichgültigen Eindrücke ohne aktives Eingreifen unserer seelischen Mächte vor sich geht. Dennoch verspüren wir eine Warnung, von dem Robertschen Gedanken ohne weitere Berücksichtigung Abschied zu nehmen. Wir haben die Tatsache unerklärt gelassen, dass einer der indifferenten Eindrücke des Tages und zwar des letzten Tages regelmäßig einen Beitrag zum Trauminhalt liefert. Die Beziehungen zwischen diesem Eindruck und der eigentlichen Traumquelle im Unbewussten bestehen nicht immer von vornherein. Wie wir gesehen haben, werden sie erst nachträglich, gleichsam zum Dienste der beabsichtigten Verschiebung, während der Traumarbeit hergestellt. Es muss also eine Nötigung vorhanden sein, Verbindungen gerade nach der Richtung des Rezenten, obwohl gleichgültigen Eindruckes anzubahnen, dieser muss eine besondere Eignung durch irgendeine Qualität dazu bieten. Sonst wäre es ja ebenso leicht durchführbar, dass die Traumgedanken ihren Akzent auf einen unwesentlichen Bestandteil ihres eigenen Vorstellungskreises verschieben. Folgende Erfahrungen können uns hier auf den Weg zur Aufklärung leiten. Wenn uns ein Tag zwei oder mehr Erlebnisse gebracht hat, welche Träume anzuregenwürdig sind, so vereinigt der Traum die Erwähnung beider zu einem einzigen Ganzen. Er gehorcht einem Zwang, eine Einheit aus ihnen zu gestalten. Zum Beispiel, ich stieg eines Nachmittags im Sommer in ein Eis-en-Bahn-Coup ein, in welche mich zwei Bekannte traf, die einander aber fremd waren. Der eine war ein einflussreicher Kollege, der andere ein Angehöriger einer vornehmen Familie, in welcher ich ärztlich beschäftigt war. Ich machte die beiden Herren miteinander bekannt, ihr Verkehr ging aber während der langen Fahrt über mich, sodass ich bald mit dem einen, bald mit dem anderen einen Gesprächsstoff zu behandeln hatte. Den Kollegen bat ich, einem gemeinsamen Bekannten, der eben seine ärztliche Praxis begonnen hatte, seine Empfehlung zuzuwenden. Der Kollege erwiderte, er sei von der Tüchtigkeit des jungen Mannes überzeugt, aber sein unscheinbares Wesen werde ihm den Eingang in vornehme Häuser nicht leicht werden lassen. Ich erwiderte, gerade darum bedarf er der Empfehlung. Bei dem anderen Mitreisenden erkundigte ich mich bald darauf nach dem Befinden seiner Tante der Mutter einer meiner Patientinnen, welche damals schwer krank da niederlag. In der Nacht nach dieser Reise träumte ich, mein junger Freund, für den ich die Protektion erbeten hatte, befinde sich in einem eleganten Salon und halte vor einer ausgewählten Gesellschaft, in die ich alle mir bekannten vornehmen und reichen Leute versetzt hatte, mit weltmännischen Gästen eine Trauerrede auf die, für den Traum bereits verstorbene, alte Dame, welche die Tante des zweiten Reisegenossen war. Ich gestehe offen, dass ich mit dieser Dame nicht in guten Beziehungen gestanden hatte. Mein Traum hatte also wiederum Verknüpfungen zwischen beiden Eindrücken des Tages aufgefunden und mittels derselben eine einheitliche Situation komponiert. Rapprochemang forst der Traumreize Aufgrund vieler ähnlicher Erfahrungen muss ich den Satz aufstellen, dass für die Traumarbeit eine Art von Nötigung besteht, alle vorhandenen Traumreizquellen zu einer Einheit im Traume zusammenzusetzen. 58 Wir werden diesen Zwang zur Zusammensetzung in einem späteren Abschnitt über die Traumarbeit als ein Stück der Verdichtung eines anderen psychischen Primärvorganges kennenlernen. 58 Die Neigung der Traumarbeit, gleichzeitig als interessant vorhandenes in einer Behandlung zu verschmelzen, ist bereits von mehreren Autoren bemerkt worden, zum Beispiel von D-Lage, Page 41, Delbuef, Rapprochemang forst, Page 236, andere hübsche Beispiele bei H. Alice, Page 35 und folgende, und andere. Ich will jetzt die Frage in Erörterung ziehen, ob die traumerregende Quelle, auf welche die Analyse hinführt, jedes Mal ein rezentes und bedeutsames Ereignis sein muss, oder ob ein inneres Erlebnis, also die Erinnerung an ein psychisch wertvolles Ereignis, ein Gedankengang die Rolle des Traumerregers übernehmen kann. Die Antwort, die sich aus zahlreichen Analysen auf das Bestimmteste ergibt, lautet im letzteren Sinne. Der Traumerreger kann ein innerer Vorgang sein, der gleichsam durch die Denkarbeit am Tage rezent geworden ist. Es wird jetzt wohl der richtige Moment sein, die verschiedenen Bedingungen, welche die Traumquellen erkennen lassen, in einem Schema zusammenzustellen. Die Traumquelle kann sein a. ein rezentes und psychisch bedeutsames Erlebnis, welches im Traume direkt vertreten ist, 59 59 Traum von Irmas Injektion, Traum vom Freunde, der mein Onkel ist. b. mehrere rezente, bedeutsame Erlebnisse, die durch den Traum zu einer Einheit vereinigt werden, 60 60 Traum von der Trauerrede des jungen Arztes. c. ein oder mehrere rezente und bedeutsame Erlebnisse, die im Trauminhalt durch die Erwähnung eines gleichzeitigen, aber indifferenten Erlebnisses vertreten werden, 61 61 Traum von der botanischen Monographie Die Ein inneres bedeutsames Erlebnis, Erinnerung, Gedankengang, welches dann im Traume regelmäßig durch die Erwähnung eines rezenten, aber indifferenten Eindruckes vertreten wird, 62 62 als wesentlicher oder als unwichtiger Bestandteil desselben oder er rührt aus dem Bereiche eines indifferenten Eindruckes her, der durch mehr oder minder reichliche Verknüpfung mit dem Kreise des Traumerregers in Beziehung gebracht worden ist. Die scheinbare Mehrheit der Bedingungen kommt hier nur durch die Alternative zustande, dass eine Verschiebung unterblieben oder vorgefallen ist, und wir merken hier, dass diese Alternative uns dieselbe Leichtigkeit bietet, die Kontraste des Traumes zu erklären, wie der medizinischen Theorie des Traumes die Reihe vom partiellen bis zum vollen Wachen der Gehirnzellen, vergleiche Page 57. Man bemerkt an dieser Reihe ferner, dass das psychisch wertvolle, aber nicht rezente Element, der Gedankengang, die Erinnerung, für die Zwecke der Traumbildung durch ein rezentes, aber psychisch indifferentes Element ersetzt werden kann, wenn dabei nur die beiden Bedingungen eingehalten werden, dass erster der Trauminhalt eine Anknüpfung an das Rezenterlebte erhält, zweiter der Traumerreger ein psychisch wertvoller Vorgang bleibt. In einem einzigen Falle, a, werden beide Bedingungen durch denselben Eindruck erfüllt. Zieht man noch in Erwägung, dass dieselben indifferenten Eindrücke, welche für den Traum verwertet werden, solange sie rezent sind, diese Eignung einbüßen, sobald sie einen Tag, oder höchstens mehrere, älter geworden sind, so muss man sich zur Annahme entschließen, dass die Frische eines Eindruckes ihm an sich einen gewissen psychischen Wert für die Traumbildung verleiht. Welcher der Wertigkeit Affekt betonter Erinnerungen oder Gedankengänge irgendwie gleichkommt? Wir werden erst bei späteren psychologischen Überlegungen erraten können, worin dieser Wert rezenter Eindrücke für die Traumbildung begründet sein kann, 63. 63, Vergleiche im Abschnitt 7 über die Übertragung. Nebenbei wird hier unsere Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass zur Nachtzeit und von unserem Bewusstsein unbemerkt wichtige Veränderungen mit unserem Erinnerungs- und Vorstellungsmaterial vor sich gehen können. Die Forderung, eine Nacht über eine Angelegenheit zu schlafen, ehe man sich endgültig über sie entscheidet, ist offenbar vollberechtigt. Wir merken aber, dass wir an diesem Punkte aus der Psychologie des Träumens in die des Schlafes übergegriffen haben, ein Schritt, zu welchem sich der Anlass noch öfter ergeben wird. Es gibt nun einen Einwand, welcher die letzten Schlussfolgerungen umzustoßen droht. Wenn indifferente Eindrücke nur solange sie rezent sind in den Trauminhalt gelangen können, wie kommt es, dass wir im Trauminhalt auch Elemente aus früheren Lebensperioden vorfinden, die zur Zeit, da sie rezent waren nach SDR-Impelzworten keinen psychischen Wert besaßen, also längst vergessen sein sollten, Elemente also, die weder frisch noch psychisch bedeutsam sind? Dieser Einwand ist voll zu erledigen, wenn man sich auf die Ergebnisse der Psychoanalyse bei Neurotikern stützt. Die Lösung lautet nämlich, dass die Verschiebung, welche das psychisch wichtige Material durch Indifferentes ersetzt, für das Träumen wie für das Denken, hier bereits in jenen frühen Lebensperioden stattgefunden hat und seither im Gedächtnis fixiert worden ist. Jene ursprünglich indifferenten Elemente sind eben nicht mehr indifferent, seitdem sie durch Verschiebung die Wertigkeit vom psychisch bedeutsamen Material übernommen haben. Was wirklich indifferent geblieben ist, kann auch nicht mehr im Trauma reproduziert werden. Es gibt keine harmlosen Träume. Aus den vorstehenden Erörterungen wird man mit Recht schließen, dass ich die Behauptung aufstelle, es gebe keine indifferenten Traumerreger, also auch keine harmlosen Träume. Dies ist in aller Strenge und Ausschließlichkeit meine Meinung, abgesehen von den Träumen der Kinder und etwa den kurzen Traumreaktionen auf nächtliche Sensationen. Was man sonst träumt, ist entweder manifest als psychisch bedeutsam zu erkennen, oder es ist entstellt und dann erst nach vollzogener Traumdeutung zu beurteilen, worauf es sich wiederum als bedeutsam zu erkennen gibt. Der Traum gibt sich nie mit Kleinigkeiten ab, um Geringes lassen wir uns im Schlafe nicht stören, 64. Die scheinbar harmlosen Träume erweisen sich als arg, wenn man sich um ihre Deutung bemüht, wenn man mir die Redensart gestattet, sie haben es faustdick hinter den Ohren. Da dies wiederum ein Punkt ist, bei dem ich Widerspruch erwarten darf, und da ich gern die Gelegenheit ergreife, die Traumentstellung bei ihrer Arbeit zu zeigen, will ich eine Reihe von harmlosen Träumen aus meiner Sammlung hier der Analyse unterziehen. 64 H. Ellis, der liebenswürdigste Kritiker der Traumdeutung, schreibt, Page 169 Da ist der Punkt, von dem an viele von uns nicht mehr imstande sein werden, F. weiter zu folgen. Allein H. Ellis hat keine Analysen von Träumen angestellt und will nicht glauben, wie unberechtigt das Urteilen nach dem manifesten Trauminhalt ist. Beispiele von harmlosen Träumen I. Eine kluge und feine junge Dame, die aber auch im Leben zu den reservierten, zu den stillen Wassern gehört, erzählt, ich habe geträumt, dass ich auf den Markt zu spät komme und beim Fleischhauer sowie bei der Gemüsefrä nichts bekomme. Gewiss ein harmloser Traum, aber so sieht ein Traum nicht aus, ich lasse ihn mir detailliert erzählen. Dann lautet der Bericht folgendermaßen, sie geht auf den Markt mit ihrer Köchin, die den Korb trägt. Der Fleischhauer sagt ihr, nachdem sie etwas verlangt hat, das ist nicht mehr zu haben und will ihr etwas anderes geben mit der Bemerkung, das ist auch gut. Sie lehnt ab und geht zur Gemüsefrau. Die will ihr ein eigentümliches Gemüse verkaufen, was in Bündeln zusammengebunden ist, aber schwarz von Farbe. Sie sagt, das kenne ich nicht, das nehme ich nicht. Die Tagesanknüpfung des Traumes ist einfach genug. Sie war wirklich zu spät auf den Markt gegangen und hatte nichts mehr bekommen. Die Fleischbank war schon geschlossen, drängt sich einem als Beschreibung des Erlebnisses auf. Doch halt, ist das nicht eine recht gemeine Redensart, die oder vielmehr deren Gegenteil auf eine Nachlässigkeit in der Kleidung eines Mannes geht? Die Träumerin hat diese Worte übrigens nicht gebraucht, ist vielleicht ihnen ausgewichen, suchen wir nach der Deutung der im Traume enthaltenen Einzelheiten. Wo etwas im Traume den Charakter einer Rede hat, also gesagt oder gehört wird, nicht bloß gedacht, was sich meist sicher unterscheiden lässt, da stammt es von Reden des wachen Lebens her, die freilich als Rohmaterial behandelt, zerstückelt, leise verändert, vor allem aber aus dem Zusammenhange gerissen worden sind, 65. Man kann bei der Deutungsarbeit von solchen Reden ausgehen. Woher stammt also die Rede des Fleischhauses, das ist nicht mehr zu haben. Von mir selbst, ich hatte ihr einige Tage vorher erklärt, dass die ältesten Kindererlebnisse nicht mehr als solche zu haben sind, sondern durch Übertragungen und Träume in der Analyse ersetzt werden. Ich bin der Fleischhauer und sie lehnt diese Übertragungen alter Denk und Empfindungsweisen auf die Gegenwart ab. Woher rührt ihre Trauerrede, das kenne ich nicht, das nehme ich nicht? Diese ist für die Analyse zu zerteilen. Das kenne ich nicht hat sie selbst tags vorher zu ihrer Köchin gesagt, mit der sie einen Streit hatte, damals aber hinzugefügt, benehmen sie sich anständig. Hier wird eine Verschiebung greifbar, von den beiden Sätzen, die sie gegen ihre Köchin gebraucht, hat sie den Bedeutungslosen in den Traum genommen, der unterdrückte aber, benehmen sie sich anständig, stimmt allein zum übrigen Traum Inhalt. So könnte man jemandem zurufen, der unanständige Zumutungen wagt und vergisst, die Fleischbank zuzuschließen. Dass wir der Deutung wirklich auf die Spur gekommen sind, beweist dann der Zusammenklang mit den Anspielungen, die in der Begebenheit mit der Gemüsefrau niedergelegt sind. Ein Gemüse, das in Bündeln zusammengebunden verkauft wird, länglich ist, wie sie nachträglich hinzufügt, und dabei schwarz, was kann das anderes sein als die Traumvereinigung von Spargel und schwarzem Rettich? Spargel brauche ich keinem und keiner Wissenden zu deuten, aber auch das andere Gemüse als Zuruf, schwarzer Rettich. Scheint mir auf das nämliche sexuelle Thema hinzuweisen, dass wir gleich anfangs errieten, als wir für die Traumerzählung einsetzen wollten, die Fleischbank war geschlossen. Es kommt nicht darauf an, den Sinn dieses Traumes vollständig zu erkennen, so viel steht fest, dass er sinnreich ist und keineswegs harmlos, 66. 65. Vergleiche über die Reden im Traume im Abschnitte über die Traumarbeit. Ein einziger der Autoren scheint die Herkunft der Traumreden erkannt zu haben, Delbuef, Page 226, in dem er sie mit Gliches vergleicht. 66. Für Wissbegierige bemerke ich, dass hinter dem Traume sich eine Fantasie verbirgt von unanständigem, sexuell provozierendem Benehmen meinerseits und von Abwehr von Seite der Dame. Wem diese Deutung unerhört erscheinen sollte, den mahne ich an die zahlreichen Fälle, wo Ärzte solche Anklagen von hysterischen Frauen erfahren haben, bei denen die nämliche Fantasie nicht entstellt und als Traum aufgetreten, sondern unverhüllt bewusst und wahnhaft geworden ist. Mit diesem Traume trat die Patientin in die psychoanalytische Behandlung ein. Ich lernte erst später verstehen, dass sie mit ihm das initiale Trauma wiederholte, von dem ihre Neurose ausging, und habe seither das gleiche Verhalten bei anderen Personen gefunden, die in ihrer Kindheit sexuellen Attentaten ausgesetzt waren und nun gleichsam deren Wiederholung im Traume herbeiwünschen. I Ein anderer harmloser Traum derselben Patientin, in gewisser Hinsicht ein Gegenstück zum vorigen, ihr Mann fragt, soll man das Klavier nicht stimmen lassen? Sie Es lohnt nicht, es muss ohne dies neu beledert werden. Wiederum die Wiederholung eines realen Ereignisses vom Vortag. Ihr Mann hat so gefragt und sie so ähnlich geantwortet. Aber was bedeutet es, dass sie es träumt? Sie erzählt zwar vom Klavier, es sei ein ekelhafter Kasten, der einen schlechten Ton gibt, ein Ding, das ihr Mann schon vor der Ehe besessen hat, 67, und so weiter, aber den Schlüssel zur Lösung ergibt doch erst die Rede, es lohnt nicht. Diese stammt von einem gestern gemachten Besuche bei ihrer Freundin. Dort wurde sie aufgefordert, ihre Jacke abzulegen, und weigerte sich mit den Worten, es lohnt nicht, ich muss gleich gehen. Bei dieser Erzählung muss mir einfallen, dass sie gestern während der Analysenarbeit plötzlich an ihre Jacke griff, an der sich ein Knopf geöffnet hatte. Es ist also, als wollte sie sagen, bitte, sehen sie nicht hin, es lohnt nicht. So ergänzt sich der Kasten zum Brustkasten, und die Deutung des Traumes führt direkt in die Zeit ihrer körperlichen Entwicklung, da sie anfing, mit ihren Körperformen unzufrieden zu sein. Es führt auch wohl in frühere Zeiten, wenn wir auf das ekelhaft und den schlechten Ton Rücksicht nehmen und uns daran erinnern, wie häufig die kleinen Hemisphären des weiblichen Körpers als Gegensatz und als Ersatz für die Großen eintreten, in der Anspielung und im Traume. 67 Eine Ersetzung durch das Gegenteil, wie uns nach der Deutung klar werden wird. 3 Ich unterbreche diese Reihe, indem ich einen kurzen harmlosen Traum eines jungen Mannes einschiebe. Er hat geträumt, dass er wieder seinen Winterrock anzieht, was schrecklich ist. Anlass dieses Traumes ist angeblich die plötzlich wieder eingetretene Kälte. Ein feineres Urteil wird indes bemerken, dass die beiden kurzen Stücke des Traumes nicht gut zueinander passen, denn in der Kälte den schweren oder dicken Rock tragen, was könnte daran schrecklich sein? Zum Schaden für die Harmlosigkeit dieses Traumes bringt auch der erste Einfall bei der Analyse die Erinnerung, dass eine Dame ihm gestern vertraulich gestanden, dass ihr letztes Kind einem geplatzten Kondom seine Existenz verdankt. Er rekonstruiert nun seine Gedanken bei diesem Anlasse, ein dünner Kondom ist gefährlich, ein dicker schlecht. Der Kondom ist der Überzieher mit Recht, man zieht ihn ja über, so heißt man auch einen leichten Rock. Ein Ereignis wie das von der Dame Berichtete wäre für den unverheirateten Mann allerdings schrecklich. Nun wieder zurück zu unserer harmlosen Träumerin. 4. Sie steckt eine Kerze in den Leuchter, die Kerze ist aber gebrochen, so dass sie nicht gut steht. Die Mädchen in der Schule sagen, sie sei ungeschickt, das Fräulein aber, es sei nicht ihre Schuld. Ein realer Anlass auch hier, sie hat gestern wirklich eine Kerze in den Leuchter gesteckt, die war aber nicht gebrochen. Hier ist eine durchsichtige Symbolik verwendet worden. Die Kerze ist ein Gegenstand, der die weiblichen Genitalien reizt, wenn sie gebrochen ist, so dass sie nicht gut steht, so bedeutet dies die Impotenz des Mannes, es sei nicht ihre Schuld. Ob nur die sorgfältig erzogene und allem hässlichen fremdgebliebene junge Frau diese Verwendung der Kerze kennt? Zufällig kann sie noch angeben, durch welches Erlebnis sie zu dieser Erkenntnis gekommen ist. Bei einer Kahnfahrt auf dem Rhein fährt ein Boot an ihnen vorüber, in dem Studenten sitzen, welche mit großem Behagen ein Lied singen oder brüllen, wenn die Königin von Schweden bei geschlossenen Fensterläden mit Apollo-Kerzen. Das letzte Wort hört oder versteht sie nicht. Ihr Mann muss ihr die verlangte Aufklärung geben. Diese Verse sind dann im Trauminhalt ersetzt durch eine harmlose Erinnerung an einen Auftrag, den sie einmal im Pensionat ungeschickt ausführte, und zwar Vermöge des Gemeinsamen, geschlossene Fensterläden. Die Verbindung des Themas von der Onanie mit der Impotenz ist klar genug. Apollo im latenten Trauminhalt verknüpft diesen Traum mit einem früheren, in dem von der jungfräulichen Palast die Rede war. Alles wahrlich nicht harmlos. V. Damit man sich die Schlüsse aus den Träumen auf die wirklichen Lebensverhältnisse der Träumer nicht zu leicht vorstelle, füge ich noch einen Traum an, der gleichfalls harmlos scheint und von derselben Person herrührt. Ich habe etwas geträumt, erzählt sie, was ich bei Tag wirklich getan habe, nämlich einen kleinen Koffer so voll mit Büchern gefüllt, dass ich Mühe hatte, ihn zu schließen, und ich habe es so geträumt, wie es wirklich vorgefallen ist. Hier legt die Erzählerin selbst das Hauptgewicht auf die Übereinstimmung von Traum und Wirklichkeit. Alle solche Urteile über den Traum, Bemerkungen zum Traume, gehören nun, obwohl sie sich einen Platz im wachen Denken geschaffen haben, doch regelmäßig in den latenten Trauminhalt, wie uns noch spätere Beispiele bestätigen werden. Es wird uns also gesagt, dass, was der Traum erzählt, ist am Tage vorher wirklich vorgefallen, 68. Es wäre nun zu weitläufig, mitzuteilen, auf welchem Wege man zum Einfalle kommt, bei der Deutung das Englische zur Hilfe zu nehmen. Genug, es handelt sich wieder um eine kleine Box, vergleiche Page 118 den Traum vom toten Kind in der Schachtel, die so angefüllt worden ist, dass nichts mehr hineinging. Wenigstens nichts Arges diesmal. 68, vergleiche Page 16, Not In all diesen harmlosen Träumen schlägt das sexuelle Moment als Motiv der Zensur so sehr auffällig vor. Doch ist dies ein Thema von prinzipieller Bedeutung, welches wir zur Seite stellen müssen? B. Das Infantile als Traumquelle Als Dritte unter den Eigentümlichkeiten des Trauminhaltes haben wir mit allen Autoren, bis auf Robert, angeführt, dass im Trauma Eindrücke aus den frühesten Lebensaltern erscheinen können, über welche das Gedächtnis im Wachen nicht zu verfügen scheint. Wie selten oder wie häufig sich dies ereignet, ist begreiflicherweise schwer zu beurteilen, weil die betreffenden Elemente des Traumes nach dem Erwachen nicht in ihrer Herkunft erkannt werden. Der Nachweis, dass es sich hier um Eindrücke der Kindheit handelt, muss also auf objektivem Wege erbracht werden, wozu sich die Bedingungen nur in seltenen Fällen zusammenfinden können. Als besonders beweiskräftig wird von Amauri die Geschichte eines Mannes erzählt, welcher eines Tages sich entschloss, nach 20-jähriger Abwesenheit seinen Heimatsort aufzusuchen. In der Nacht vor der Abreise träumte er, er sei in einer ihm ganz unbekannten Ortschaft und begegne da selbst auf der Straße einem unbekannten Herrn, mit dem er sich unterhalte. In seine Heimat zurückgekehrt, konnte er sich nun überzeugen, dass diese unbekannte Ortschaft in nächster Nähe seiner Heimatstadt wirklich existiere, und auch der unbekannte Mann des Traumes stellte sich als ein dort lebender Freund seines verstorbenen Vaters heraus. Wohl ein zwingender Beweis dafür, dass er beide, Mann wie Ortschaft, in seiner Kindheit gesehen hatte. Der Traum ist übrigens als Ungeduldstraum zu deuten wie der des Mädchens, welches das Billett für den Konzertabend in der Tasche trägt, Page 117, des Kindes, welchem der Vater den Ausflug nach dem Hamo versprochen hat, und dergleichen die Motive, welche dem Träumer gerade diesen Eindruck aus seiner Kindheit reproduzieren, sind natürlich ohne Analyse nicht aufzudecken. Einer meiner Kolleghörer, welcher sich rühmte, dass seine Träume nur sehr selten der Traumentstellung unterliegen, teilte mir mit, dass er vor einiger Zeit im Traume gesehen, sein ehemaliger Hofmeister befinde sich im Bette der Bonne, die bis zu seinem elften Jahre im Hause gewesen war. Die Örtlichkeit für diese Szene fiel ihm noch im Traume ein. Lebhaft interessiert teilte er den Traum seinem älteren Bruder mit, der ihm lachend die Wirklichkeit des Geträumten bestätigte. Er erinnere sich sehr gut daran, denn er sei damals sechs Jahre alt gewesen. Das Liebespaar pflegte ihn, den älteren Knaben, durch Bier betrunken zu machen, wenn die Umstände einem nächtlichen Verkehre günstig waren. Das kleinere, damals dreijährige Kind unser Träumer, das im Zimmer der Bonne schlief, wurde nicht als Störung betrachtet. Noch in einem anderen Falle lässt es sich mit Sicherheit ohne Beihilfe der Traumdeutung feststellen, dass der Traum Elemente aus der Kindheit enthält, wenn nämlich der Traum ein sogenannter Perenierender ist, der, in der Kindheit zuerst geträumt, später immer wieder von Zeit zu Zeit während des Schlafes des Erwachsenen auftritt. Zu den bekannten Beispielen dieser Art kann ich einige aus meiner Erfahrung hinzufügen, wenngleich ich an mir selbst einen solchen Perenierendentraum nicht kennengelernt habe. Ein Arzt in den Dreißigern erzählte mir, dass in seinem Traumleben von den ersten Zeiten seiner Kindheit an bis zum heutigen Tage häufig ein gelber Löwe erscheint, über den er die genaueste Auskunft zu geben vermag. Dieser ihm aus Träumen bekannte Löwe fand sich nämlich eines Tages in Natura als ein lange verschollener Gegenstand aus Porzellan vor, und der junge Mann hörte damals von seiner Mutter, dass dieses Objekt das begehrteste Spielzeug seiner frühen Kinderzeit gewesen war, woran er sich selbst nicht mehr erinnern konnte. Wendet man sich nun von dem manifesten Trauminhalt zu den Traumgedanken, welche erst die Analyse aufdeckt, so kann man mit Erstaunen die Mitwirkung der Kindheitserlebnisse auch bei solchen Träumen konstatieren, deren Inhalt keine derartige Vermutung erweckt hätte. Dem geehrten Kollegen vom Gelben Löwen verdanke ich ein besonders liebenswürdiges und lehrreiches Beispiel eines solchen Traumes. Nach der Lektüre von Nansens Reisebericht über seine Polarexpedition träumte er, in einer Eiswüste galvanisiere er den kühnen Forscher wegen einer Ischias, über welche dieser klage. Zur Analyse dieses Traumes fiel ihm eine Geschichte aus seiner Kindheit ein, ohne welche der Traum allerdings unverständlich bleibt. Als er ein 3- oder 4-jähriges Kind war, hörte er eines Tages neugierig zu, wie die Erwachsenen von Entdeckungsreisen sprachen, und fragte dann den Papa, ob das eine schwere Krankheit sei. Er hatte offenbar Reisen mit Reisen verwechselt, und der Spott seiner Geschwister sorgte dafür, dass ihm das beschämende Erlebnis nicht in Vergessenheit geriet. Ein ganz ähnlicher Fall ist es, wenn ich in der Analyse des Traumes von der Monografie über die Gattung Zyklamen auf eine erhalten gebliebene Jugenderinnerung stoße, dass der Vater dem fünfjährigen Knaben ein mit farbigen Tafeln ausgestattetes Buch zur Zerstörung überlässt. Man wird etwa den Zweifel aufwerfen, ob diese Erinnerung wirklich an der Gestaltung des Trauminhaltes Anteil genommen hat, ob nicht vielmehr die Arbeit der Analyse eine Beziehung erst nachträglich herstellt. Aber die Reichhaltigkeit und Verschlungenheit der Assoziationsverknüpfungen wirkt für die erstere Auffassung, Zyklamen Lieblingsblume Lieblingsspeise Artischocke, zerpflücken wie eine Artischocke, Blatt für Blatt, eine Wendung, die einem anlässlich der Teilung des Chinesischen Reiches damals täglich ans Ohr schlug, Herbarium Bücherwurm, dessen Lieblingsspeise Bücher sind. Außerdem kann ich versichern, dass der letzte Sinn des Traumes, den ich hier nicht ausgeführt habe, zum Inhalt der Kinderszene in intimster Beziehung steht. Bei einer anderen Reihe von Träumen wird man durch die Analyse belehrt, dass der Wunsch selbst, der den Traum erregt hat, als dessen Erfüllung der Traum sich darstellt, aus dem Kinderleben stammt, sodass man zu seiner Überraschung im Traume das Kind mit seinen Impulsen weiterlebend findet. Das infantile Moment im Onkeltraum Ich setze an dieser Stelle die Deutung des Traumes fort, aus dem wir bereits einmal neue Belehrungen geschöpft haben. Ich meine den Traum. Freund, er ist mein Onkel. Page 106 Wir haben dessen Deutung so weit gefördert, dass uns das Wunschmotiv, zum Professor ernannt zu werden, greifend entgegentrat, und wir erklärten uns die Zärtlichkeit des Traumes für Freund er als eine Oppositions- und Trotzschöpfung gegen die Schmähung der beiden Kollegen, die in den Traumgedanken enthalten war. Der Traum war mein eigener, ich darf darum dessen Analyse mit der Mitteilung fortsetzen, dass mein Gefühl durch die erreichte Lösung noch nicht befriedigt war. Ich wusste, dass mein Urteil über die in den Traumgedanken misshandelten Kollegen im Wachen ganz anders gelautet hätte, die Macht des Wunsches, ihr Schicksal in Betreff ihrer Ernennung nicht zu teilen, erschien mir zu gering, um den Gegensatz zwischen Wache und Traumschätzung voll aufzuklären. Wenn mein Bedürfnis, mit einem anderen Titel angeredet zu werden, so stark sein sollte, so beweist dies einen krankhaften Ehrgeiz, den ich nicht an mir kenne, den ich fern von mir glaube. Ich weiß nicht, wie andere, die mich zu kennen glauben, in diesem Punkte über mich urteilen würden, vielleicht habe ich auch wirklich Ehrgeiz besessen, aber wenn, so hat er sich längst auf andere Objekte als auf Titel und Rang eines Professor Extraordinarius geworfen. Woher dann also der Ehrgeiz, der mir den Traum eingegeben hat? Da fällt mir ein, was ich so oft in der Kindheit erzählen gehört habe, dass bei meiner Geburt eine alte Bäuerin der über den erstgeborenen glücklichen Mutter prophezeit, dass sie der Welt einen großen Mann geschenkt habe. Solche Prophezeiungen müssen sehr häufig vorfallen. Es gibt so viel erwartungsvolle Mütter und so viel alte Bäuerinnen oder andere alte Weiber, deren Macht auf Erden vergangen ist und die sich darum der Zukunft zugewendet haben. Es wird auch nicht der Schade der Prophetin gewesen sein. Sollte meine Größensehnsucht aus dieser Quelle stammen? Aber da besinne ich mich eben eines anderen Eindruckes aus späteren Jugendjahren, der sich zur Erklärung noch besser eignen würde. Es war eines Abends in einem der Wirtshäuser im Prater, wohin die Eltern den elf- oder zwölfjährigen Knaben mitzunehmen pflegten, dass uns ein Mann auffiel, der von Tisch zu Tisch ging und für ein kleines Honorarferse über ein ihm aufgegebenes Thema improvisierte. Ich wurde abgeschickt, den Dichter an unseren Tisch zu bestellen, und er erwies sich dem Boten dankbar. Ehe er nach seiner Aufgabe fragte, ließ er einige Reime über mich fallen und erklärte es in seiner Inspiration für wahrscheinlich, dass ich noch einmal Minister werde. An den Eindruck dieser zweiten Prophezeiung kann ich mich noch sehr wohl erinnern. Es war die Zeit des Bürgerministeriums, der Vater hatte kurz vorher die Bilder der bürgerlichen Doktorenherbst, Giskra, Unger, Berger und andere nach Hause gebracht, und wir hatten diesen Herren zur Ehre illuminiert. Es waren sogar Juden unter ihnen, jeder fleißige Judenknabe trug also das Minister-Portefeuil in seiner Schultasche. Es muss mit den Eindrücken jener Zeit sogar zusammenhängen, dass ich bis kurz vor der Inskription an der Universität Willens war, Jura zu studieren, und erst im letzten Moment umsattelte. Dem Mediziner ist ja die Ministerlaufbahn überhaupt verschlossen. Und nun mein Traum. Ich merke es erst jetzt, dass er mich aus der trüben Gegenwart in die hoffnungsfrohe Zeit des Bürgerministeriums zurückversetzt und meinen Wunsch von damals nach seinen Kräften erfüllt. Indem ich die beiden gelehrten und achtenswerten Kollegen, weil sie Juden sind, so schlecht behandle, den einen, als ob er ein Schwachkopf, den anderen, als ob er ein Verbrecher wäre, indem ich so verfahre, benehme ich mich, als ob ich der Minister wäre, habe ich mich an die Stelle des Ministers gesetzt. Welch gründliche Rache an Senior Exzellenz! Er verweigert es, mich zum Professor Extraordinarius zu ernennen, und ich setze mich dafür im Trauma an seine Stelle. Sehnsuchtsträume von Rom In einem anderen Falle konnte ich merken, dass der Wunsch, welcher den Traum erregt, ob zwar ein gegenwärtiger, doch eine mächtige Verstärkung aus tiefreichenden Kindererinnerungen bezieht. Es handelt sich hier um eine Reihe von Träumen, denen die Sehnsucht, nach Rom zu kommen, zugrunde liegt. Ich werde diese Sehnsucht wohl noch lange Zeit durch Träume befriedigen müssen, denn um die Zeit des Jahres, welche mir für eine Reise zur Verfügung steht, ist der Aufenthalt in Rom aus Rücksichten der Gesundheit zu meiden, 69. So träume ich denn einmal, dass ich vom Coupéfenster aus Tiber und Engelsbrücke sehe, dann setzt sich der Zug in Bewegung, und es fällt mir ein, dass ich die Stadt ja gar nicht betreten habe. Die Aussicht, die ich im Traume sah, war einem bekannten Stiche nachgebildet, den ich tags zuvor im Salon eines Patienten flüchtig bemerkt hatte. Ein andermal führt mich jemand auf einen Hügel und zeigt mir Rom, vom Nebel halb verschleiert und noch so fern, dass ich mich über die Deutlichkeit der Aussicht wundere. Der Inhalt dieses Traumes ist reicher, als ich hier ausführen möchte. Das Motiv, das gelobte Land von Fernsehen, ist darin leicht zu erkennen. Die Stadt, die ich so zuerst im Nebel gesehen habe, ist Lübeck, der Hügel findet sein Vorbild in Gleichenberg. In einem dritten Traume bin ich endlich in Rom, wie mir der Traum sagt. Ich sehe aber zu meiner Enttäuschung eine keineswegs städtische Szenerie, einen kleinen Fluss mit dunklem Wasser, auf der einen Seite desselben schwarze Felsen, auf der anderen Wiesen mit großen weißen Blumen. Ich bemerke einen Herrn Zucker, den ich oberflächlich kenne, und beschließe, ihn um den Weg in die Stadt zu fragen. Es ist offenbar, dass ich mich vergebens bemühe, eine Stadt im Traume zu sehen, die ich im Wachen nicht gesehen habe. Wenn ich das Landschaftsbild des Traumes in seine Elemente zersetze, so deuten die weißen Blumen auf das mir bekannte Ravenna, das wenigstens eine Zeit lang als Italiens Hauptstadt Rom den Vorrang abgenommen hatte. In den Sümpfen um Ravenna haben wir die schönsten Seerosen mitten im schwarzen Wasser gefunden. Der Traum lässt sie auf Wiesen wachsen wie die Narzissen in unserem Aussee, weil es damals so mühselig war, sie aus dem Wasser zu holen. Der dunkle Fels, so nahe am Wasser, erinnert lebhaft an das Tal der Teppel bei Karlsbad. Karlsbad setzt mich nun in den Stand, mir den sonderbaren Zug zu erklären, dass ich Herrn Zucker um den Weg frage. Es sind hier in dem Material, aus dem der Traum gesponnen ist, zwei jener lustigen jüdischen Anekdoten zu erkennen, die so viel tiefsinnige, oft bittere Lebensweisheit verbergen, und die wir in Gesprächen und Briefen so gern zitieren. Die eine ist die Geschichte von der Konstitution, des Inhaltes, wie ein armer Jude ohne Fahrbillett den Einlass in den Eilzug nach Karlsbad erschleicht, dann ertappt, bei jeder Revision vom Zuge gewiesen und immer härter behandelt wird, und der dann einem Bekannten, welcher ihn auf einer seiner Leidensstationen antrifft, auf die Frage, wohin er reise, zur Antwort gibt, wenn's meine Konstitution aushält nach Karlsbad. Nahe dabei ruht im Gedächtnis eine andere Geschichte von einem des französischen unkundigen Juden, dem eingeschärft wird, in Paris nach dem Wege zur Rue Richelieu zu fragen. Auch Paris war lange Jahre hin durch ein Ziel meiner Sehnsucht und die Seligkeit, in welcher ich zuerst den Fuß auf das Pflaster von Paris setzte, nahm ich als Gewehr, dass ich auch die Erfüllung anderer Wünsche erreichen werde. Das um den Weg fragen ist ferner eine direkte Anspielung an Rom, denn nach Rom führen bekanntlich alle Wege. Übrigens deutet der Name Zucker wiederum auf Karlsbad, wohin wir doch alle mit der konstitutionellen Krankheit Diabetes behafteten Schicken. Der Anlass dieses Traumes war der Vorschlag meines Berliner Freundes, uns zu Ostern in Prag zu treffen. Aus den Dingen, die ich mit ihm zu besprechen hatte, würde sich eine weitere Beziehung zu Zucker und Diabetes ergeben. 69 Ich habe seither längst erfahren, dass auch zur Erfüllung solcher lange für unerreichbar gehaltener Wünsche nur etwas Mut erfordert wird. Ein vierter Traum, kurz nach dem Letzterwähnten, bringt mich wieder nach Rom. Ich sehe eine Straßenecke vor mir und wundere mich darüber, dass dort so viele deutsche Plakate angeschlagen sind. Tags vorher hatte ich meinem Freunde in prophetischer Voraussicht geschrieben, Prag dürfte für deutsche Spaziergänger kein bequemer Aufenthaltsort sein. Der Traum drückte also gleichzeitig den Wunsch aus, ihn in Rom zu treffen anstatt in einer böhmischen Stadt und das wahrscheinlich aus der Studentenzeit stammende Interesse daran, dass in Prag der deutschen Sprache mehr Duldung gewährt sein möge. Die tschechische Sprache muss ich übrigens in meinen drei ersten Kinderjahren verstanden haben, da ich in einem kleinen Orte Meerenz mit slawischer Bevölkerung geboren bin. Ein tschechischer Kindervers, den ich in meinem 17. Jahre gehört, hat sich meinem Gedächtnis mühelos so eingeprägt, dass ich ihn noch heute her sagen kann, obwohl ich keine Ahnung von seiner Bedeutung habe. Es fehlt also auch diesen Träumen nicht an mannigfaltigen Beziehungen zu den Eindrücken meiner ersten Lebensjahre. Auf meiner letzten Italienreise, die mich unter anderem am Trasimener See vorüberführte, fand ich endlich, nachdem ich den Tiber gesehen und schmerzlich bewegt 80 Kilometer weit von Rom umgekehrt war, die Verstärkung auf, welche meine Sehnsucht nach der ewigen Stadt aus Jugendeindrücken bezieht. Ich erwog gerade den Plan, nächstes Jahr an Rom vorbei nach Neapel zu reisen, als mir ein Satz einfiel, den ich bei einem unserer klassischen Schriftsteller gelesen haben muss. Es ist fraglich, wer eifriger in seiner Stube auf und ab lief, nachdem er den Plan gefasst, nach Rom zu gehen, der Konrektor Winkelmann oder der Feldherr Hannibal. Ich war ja auf den Spuren Hannibals gewandelt, es war mir so wenig wie ihm beschieden, Rom zu sehen, und auch er war nach Kampagnen gezogen, nachdem alle Welt ihn in Rom erwartet hatte. Hannibal, mit dem ich diese Ähnlichkeit erreicht hatte, war aber der Lieblingsheld meiner Gymnasialjahre gewesen, wie so viele in jenem Alter, hatte ich meine Sympathien während der Punischen Kriege nicht den Römern, sondern dem Karthager zugewendet. Als dann im Obergymnasium das erste Verständnis für die Konsequenzen der Abstammung aus landesfremder Rasse erwuchs und die antisemitischen Regungen unter den Kameraden mahnten Stellung zu nehmen, da hob sich die Gestalt des semitischen Feldherrn noch höher in meinen Augen. Hannibal und Rom symbolisierten dem Jüngling den Gegensatz zwischen der Zähigkeit des Judentums und der Organisation der katholischen Kirche. Die Bedeutung, welche die antisemitische Bewegung seither für unser Gemütsleben gewonnen hat, verhalf dann den Gedanken und Empfindungen jener frühen Zeit zur Fixierung. So ist der Wunsch, nach Rom zu kommen, für das Traumleben zum Deckmantel und Symbol für mehrere andere heißersehnte Wünsche geworden, an deren Verwirklichung man mit der Ausdauer und Ausschließlichkeit des Poniers arbeiten möchte und deren Erfüllung zeitweilig vom Schicksal ebenso wenig begünstigt scheint wie der Lebenswunsch Hannibals, in Rom einzuziehen. Das infantile Moment zu den Romträumen Und nun stoße ich erst auf das Jugenderlebnis, das in all diesen Empfindungen und Träumen noch heute seine Macht äußert. Ich mochte zehn oder zwölf Jahre gewesen sein, als mein Vater begann, mich auf seine Spaziergänge mitzunehmen und mir in Gesprächen seine Ansichten über die Dinge dieser Welt zu eröffnen. So erzählte er mir einmal, um mir zu zeigen, in wie viel bessere Zeiten ich gekommen sei als er. Als ich ein junger Mensch war, bin ich in deinem Geburtsorte am Samstag in der Straße spazieren gegangen, schön gekleidet, mit einer neuen Pelzmütze auf dem Kopfe. Da kommt ein Christ daher, haut mir mit einem Schlage die Mütze in den Kot und ruft dabei, Jut, herunter vom Trott war. Und was hast du getan? Ich bin auf den Fahrweg gegangen und habe die Mütze aufgehoben, war die gelassene Antwort. Das schien mir nicht heldenhaft von dem großen, starken Manne, der mich kleinen an der Hand führte. Ich stellte dieser Situation, die mich nicht befriedigte, eine andere gegenüber, die meinem Empfinden besser entsprach, die Szene, in welcher Hannibals Vater Hamilka, 70, Barkas, seinen Knaben vor dem Hausalter schwören lässt, an den Römern Rache zu nehmen. Seitdem hatte Hannibal einen Platz in meinen Fantasien. 70, in der ersten Auflage stand hier der Name, Hastrubal, ein befremdender Irrtum, dessen Aufklärung ich in meiner Psychopathologie des Alltagslebens, 1901, 1904, 4. Auflage 1912, gegeben habe. Ich meine, dass ich die Schwärmerei für den kartagischen General noch ein Stück weiter in meine Kindheit zurückverfolgen kann, so dass es sich auch hier nur um die Übertragung einer bereits gebildeten Affektrelation auf einen neuen Träger handeln dürfte. Eines der ersten Bücher, das dem lesefähigen Kinde in die Hände fiel, war Tierskonsulat und Kaiserreich, ich erinnere mich, dass ich meinen Holzsoldaten kleine Zettel mit den Namen der kaiserlichen Marschelle auf den flachen Rücken geklebt, und dass damals schon Massener, als Jude, Menasse, mein erklärter Liebling war. Diese Bevorzugung wird wohl auch durch den Zufall des gleichen Geburtsdatums, genau 100 Jahre später, aufzuklären sein. Napoleon selbst schließt sich durch den Übergang über die Alpen an Hannibal an. Und vielleicht ließe sich die Entwicklung dieses Kriegerideals noch weiter zurück in die Kindheit verfolgen bis auf Wünsche, die der bald freundschaftliche, bald kriegerische Verkehr während der ersten drei Jahre mit einem um ein Jahr älteren Knaben bei dem Schwächeren der beiden gespielen hervorrufen musste. Je tiefer man sich in die Analyse der Träume einlässt, desto häufiger wird man auf die Spur von Kindheitserlebnissen geführt, welche im latenten Trauminhalt eine Rolle als Traumquellen spielen. Wir haben gehört, Page 16, dass der Traum sehr selten Erinnerungen so reproduziert, dass sie unverkürzt und unverändert den alleinigen manifesten Trauminhalt bilden. Immerhin sind einige Beispiele für dieses Vorkommen sichergestellt, zu denen ich einige neue hinzufügen kann, die sich wiederum auf Infantilszenen beziehen. Bei einem meiner Patienten brachte einmal ein Traum eine kaum entstellte Wiedergabe eines sexuellen Vorfalles, die sofort als getreue Erinnerung erkannt wurde. Die Erinnerung daran war im Wachen zwar nie völlig verloren gewesen, aber doch stark verdunkelt worden, und ihre Neubelebung war ein Erfolg der vorausgegangenen analytischen Arbeit. Der Träumer hatte mit zwölf Jahren einen bettlägerigen Kollegen besucht, der sich wahrscheinlich nur zufällig bei einer Bewegung im Bette entblößte. Beim Anblick seiner Genitalien von einer Art Zwang ergriffen, entblößte er sich selbst und fasste das Glied des anderen, der ihn aber unwillig und verwundert ansah, worauf er verlegen wurde und abließ. Diese Szene wiederholte ein Traum 23 Jahre später auch mit allen Einzelheiten der in ihr vorkommenden Empfindungen, veränderte sie aber dahin, dass der Träumer anstatt der Aktiven die passive Rolle übernahm, während die Person des Schulkollegen durch eine der Gegenwart Angehörige ersetzt wurde. In der Regel freilich ist die Infantilszene im Manifesten Trauminhalt nur durch eine Anspielung vertreten und muss durch Deutung aus dem Trauma entwickelt werden. Die Mitteilung solcher Beispiele kann nicht sehr beweiskräftig ausfallen, weil ja für diese Kindererlebnisse meistens jeder andere Gewehr fehlt, sie werden, wenn sie in ein frühes Alter fallen, von der Erinnerung nicht mehr anerkannt. Das Recht, überhaupt aus Träumen auf solche Kindererlebnisse zu schließen, ergibt sich bei der psychoanalytischen Arbeit aus einer ganzen Reihe von Momenten, die in ihrem Zusammenwirken verlässlich genug erscheinen. Zum Zwecke der Traumdeutung aus ihrem Zusammenhange gerissen, werden solche Zurückführungen von Träumen auf Kindererlebnisse vielleicht wenig Eindruck machen, besonders da ich nicht einmal alles Material mitteile, auf welches sich die Deutung stützt. Indes will ich mich von der Mitteilung darum nicht abhalten lassen. I. Bei einer meiner Patientinnen haben alle Träume den Charakter des Gehetzten. Sie hetzt sich, um zurechtzukommen, den Eisenbahnzug nicht zu versäumen und dergleichen in einem Traume soll sie ihre Freundin besuchen. Die Mutter hat ihr gesagt, sie soll fahren, nicht gehen, sie läuft aber und fällt dabei in einem Fort. Das bei der Analyse auftauchende Material gestattet, die Erinnerung an Kinderhetzereien zu erkennen. Man weiß, was der Wiener eine Hetz nennt und gibt speziell für den einen Traum die Zurückführung auf den bei Kindern beliebten Scherz, den Satz, die Kurante bis sie fiel so rasch auszusprechen, als ob er ein einziges Wort wäre, was wiederum ein Hetzen ist. Alle diese harmlosen Hetzereien unter kleinen Freundinnen werden erinnert, weil sie andere, minder harmlose, ersetzen. I Von einer anderen folgender Traum. Sie ist in einem großen Zimmer, in dem allerlei Maschinen stehen, etwa so, wie sie sich eine orthopädische Anstalt vorstellt. Sie hört, dass ich keine Zeit habe und dass sie die Behandlung gleichzeitig mit fünf anderen machen muss. Sie sträubt sich aber und will sich in das für sie bestimmte Bett oder was es ist nicht legen. Sie steht in einem Winkel und wartet, dass ich sage, es ist nicht wahr. Die anderen lachen sie unter des Aus, es sei Faxerei von ihr. Daneben, als ob sie viele kleine Quadrate machen würde. Aufdeckung von Kindheitserlebnissen bei der Traumdeutung Der erste Teil dieses Trauminhaltes ist eine Anknüpfung an die Kur und Übertragung auf mich. Der zweite enthält die Anspielung an die Kinderszene, mit der Erwähnung des Bettes sind die beiden Stücke aneinander gelötet. Die orthopädische Anstalt geht auf eine meiner Reden zurück, in der ich die Behandlung ihrer Dauer wie ihrem Wesen nach mit einer orthopädischen verglichen hatte. Ich musste ihr zu Anfang der Behandlung mitteilen, dass ich vorläufig wenig Zeit für sie habe, ihr aber später eine ganze Stunde täglich widmen würde. Dies machte die alte Empfindlichkeit in ihr rege, die ein Hauptcharakterzug der zur Hysterie bestimmten Kinder ist. Sie sind unersättlich für Liebe. Meine Patientin war die jüngste von sechs Geschwistern, daher, mit fünf anderen, und als solche der Liebling des Vaters, scheint aber gefunden zu haben, dass der geliebte Vater ihr noch zu wenig Zeit und Aufmerksamkeit widme. Dass sie wartet, bis ich sage, es ist nicht wahr, hat folgende Ableitung, ein kleiner Schneiderjunge hatte ihr ein Kleid gebracht und sie ihm dafür das Geld mitgegeben. Dann fragte sie ihren Mann, ob sie das Geld nochmals bezahlen müsse, wenn er es verliere. Der Mann, um sie zu necken, versicherte, ja, die Neckerei im Trauminhalt, und sie fragte immer wieder von Neuem und wartete darauf, dass er endlich sage, es ist nicht wahr. Nun lässt sich für den latenten Trauminhalt der Gedanke konstruieren, ob sie mir wohl das Doppelte bezahlen müsse, wenn ich ihr die doppelte Zeit widme, ein Gedanke, der geizig oder schmutzig ist. Die Unreinlichkeit der Kinderzeit wird sehr häufig vom Traume durch Geldgeiz ersetzt, das Wort schmutzig bildet dabei die Brücke. Wenn all das vom Warten, bis ich sage und so weiter, das Wort schmutzig im Traume umschreiben soll, so stimmt das im Winkel stehen und das sich nicht ins Bett legen dazu als Bestandteil einer Kinderszene, in der sie das Bett schmutzig gemacht hätte, zur Strafe in den Winkel gestellt wird unter der Androhung, dass sie der Papa nicht mehr lieb haben werde. Die Geschwister sie auslachen und so weiter die kleinen Quadrate zielen auf ihre kleine Nichte, die ihr die Rechenkunst gezeigt, wie man in neun Quadrate, glaube ich, Zahlen so einschreibt, dass sie, nach allen Richtungen addiert, 15 ergeben. 3. Der Traum eines Mannes, er sieht zwei Knaben, die sich balgen, und zwar Fassbinderknaben, wie er aus den herumliegenden Gerätschaften schließt, einer der Knaben hat den anderen niedergeworfen, der liegende Knabe hat Ohrringe mit blauen Steinen. Er eilt dem Missetäter mit erhobenem Stocke nach, um ihn zu züchtigen. Dieser flüchtet zu einer Frau, die bei einem Bretterzaun steht, als ob sie seine Mutter wäre. Es ist eine Taglöners Frau, die dem Träumer den Rücken zuwendet. Endlich kehrt sie sich um und schaut ihn mit einem grässlichen Blicke an, so dass er erschreckt davonläuft. An ihren Augen sieht man vom unteren Lied das rote Fleisch vorstehen. Der Traum hat triviale Begebenheiten des Vortages reichlich verwertet. Er hat gestern wirklich zwei Knaben auf der Straße gesehen, von denen einer den anderen hinwarf. Als er hinzueilte, um zu schlichten, ergriffen sie beide die Flucht. Fassbinder Knaben wird erst durch einen nachfolgenden Traum erklärt, in dessen Analyse er die Redensart gebraucht, dem fast den Boden ausschlagen. Ohrringe mit blauen Steinen tragen nach seiner Beobachtung meist die Prostituierten. So fügt sich ein bekannter Klapphorn Vers von zwei Knaben an, der andere Knabe, der hieß Marie, das heißt, war ein Mädchen. Die stehende Frau, nach der Szene mit den beiden Knaben ging er am Donaufer spazieren und benutzte die Einsamkeit dort, um gegen einen Bretterzaun zu urinieren. Auf dem weiteren Wege lächelte ihn eine anständig gekleidete ältere Dame sehr freundlich an und wollte ihm ihre Adresskarte überreichen. Da die Frau im Traume so steht wie er beim Urinieren, so handelt es sich um ein urinierendes Weib, und dazu gehört dann der grässliche Anblick, das Vorstehen des roten Fleisches, was sich nur auf die beim Kauern klaffenden Genitalien beziehen kann, die, in der Kinderzeit gesehen, in der späteren Erinnerung als wildes Fleisch, als Wunde wieder auftreten. Der Traum vereinigt zwei Anlässe, bei denen der kleine Knabe die Genitalien kleiner Mädchen sehen konnte, beim Hinwerfen und bei deren Urinieren und wie aus dem anderen Zusammenhang hervorgeht, bewahrt er die Erinnerung an eine Züchtigung oder Drohung des Vaters wegen der von dem Buben bei diesen Anlässen bewiesenen sexuellen Neugierde. 4. Eine ganze Summe von Kindererinnerungen zu einer Fantasie notdürftig vereinigt, findet sich hinter folgendem Trauma einer jüngeren Dame. Sie geht in Hetze aus, Kommissionen zu machen. Auf dem Graben sinkt sie dann, wie zusammengebrochen, in die Knie. Viele Leute sammeln sich um sie, besonders die Fiaker-Kütscher, aber niemand hilft ihr auf. Sie macht viele vergebliche Versuche, endlich muss es gelungen sein, denn man setzt sie in einen Fiaker, der sie nach Hause bringen soll, durchs Fenster wirft man ihr einen großen schwer gefüllten Korb nach, ähnlich einem Einkaufskorbe. Es ist dieselbe, die in ihren Träumen immer gehetzt wird, wie sie als Kind gehetzt hat. Die erste Situation des Traumes ist offenbar von dem Anblicke eines gestürzten Pferdes hergenommen, wie auch das Zusammenbrechen auf Wettrennen deutet. Sie war in jungen Jahren Reiterin, in noch jüngeren wahrscheinlich auch Pferd. Zu dem Hinstürzen gehört die erste Kindheitserinnerung an den 17-jährigen Sohn des Portiers, der, auf der Straße von epileptischen Krämpfen Befallen, im Wagen nach Hause gebracht wurde. Davon hat sie natürlich nur gehört, aber die Vorstellung von epileptischen Krämpfen, vom Hinfallenden hat große Macht über ihre Fantasie gewonnen und später ihre eigenen hysterischen Anfälle in ihrer Form beeinflusst. Wenn eine Frauens Person vom Fallen träumt, so hat das wohl regelmäßig einen sexuellen Sinn, sie wird eine Gefallene, für unseren Traum wird diese Deutung am wenigsten zweifelhaft sein, denn sie fällt auf dem Graben, jenem Platze von Wien, der als Korso der Prostitution bekannt ist. Der Einkaufskorb gibt mehr als eine Deutung, als Korb erinnert er an die vielen Körbe, die sie zuerst ihren Freiern ausgeteilt und später, wie sie meint, sich auch selbst geholt hat. Dazu gehört dann auch, dass ihr niemand aufhelfen will, was sie selbst als verschmäht Weherden auslegt. Ferner erinnert der Einkaufskorb an Fantasien, die der Analyse bereits bekannt geworden sind, in denen sie tief unter ihrem Stande geheiratet hat und nun selbst zum Markte einkaufen geht. Endlich aber könnte der Einkaufskorb als Zeichen einer dienenden Person gedeutet werden. Dazu kommen nun weitere Kindheitserinnerungen an eine Köchin, die weggeschickt wurde, weil sie stahl, die ist auch so in die Knie gesunken und hat gefläht. Sie war damals zwölf Jahre alt. Dann an ein Stubenmädchen, das weggeschickt wurde, weil es sich mit dem Kutscher des Hauses abgab, der sie übrigens später heiratete. Diese Erinnerung ergibt uns also eine Quelle für die Kutscher im Traume, die sich im Gegensatz zur Wirklichkeit der Gefallenen nicht annehmen. Es bleibt aber noch das Nachwerfen des Korbes, und zwar durchs Fenster, zu erklären. Das mahnt sie an das Expedieren des Gepäcks auf der Eisenbahn, an das Fensterlen auf dem Lande, an kleine Eindrücke von dem Land auf enthalte, wie ein Heer einer Dame blaue Pflaumen durchs Fenster in ihr Zimmer wirft, wie ihre kleine Schwester sich gefürchtet, weil ein vorübergehender Trottel durchs Fenster ins Zimmer sah. Und nun taucht dahinter eine dunkle Erinnerung aus dem zehnten Lebensjahre auf von einer Bonne, die auf dem Lande Liebesszenen mit einem Diener des Hauses aufführte, von denen das Kind doch etwas gemerkt haben konnte, und die mitsamt ihrem Liebhaber expediert, hinausgeworfen wurde, im Traume der Gegensatz, hineingeworfen, eine Geschichte, der wir uns auch von mehreren anderen Wegen hier genährt hatten. Das Gepäck, der Koffer einer dienenden Person, wird aber in Wien geringschätzig als die sieben Zwetschken bezeichnet. Pack deine sieben Zwetschken zusammen und geh. Kinderszenen im latenten Trauminhalt An solchen Träumen von Patienten, deren Analyse zu dunkel oder gar nicht mehr erinnerten Kinder eindrücken, oft aus den ersten drei Lebensjahren, führt, hat meine Sammlung natürlich überreichen Vorrat. Es ist aber misslich, Schlüsse aus ihnen zu ziehen, die für den Traum im Allgemeinen gelten sollen, es handelt sich ja regelmäßig um neurotische, speziell hysterische Personen, und die Rolle, welche den Kinderszenen in diesen Träumen zufällt, könnte durch die Natur der Neurose und nicht durch das Wesen des Traumes bedingt sein. Indes begegnet es mir bei der Deutung meiner eigenen Träume, die ich doch nicht wegen grober Leidenssymptome unternehme, ebenso oft, dass ich im latenten Trauminhalt unvermutet auf eine Infantilszene stoße, und dass mir eine ganze Serie von Träumen mit Einemal in die von einem Kindererlebnis ausgehenden Bahnen einmündet. Beispiele hierfür habe ich schon erbracht und werde ich noch bei verschiedenen Anlässen weiter erbringen. Vielleicht kann ich den ganzen Abschnitt nicht besser beschließen als durch Mitteilung einiger eigenen Träume, in denen rezente Anlässe und langvergessene Kindererlebnisse mitsammen als Traumquellen auftreten. Nachdem ich gereist bin, müde und hungrig das Bett aufgesucht habe, melden sich im Schlafe die großen Bedürfnisse des Lebens und ich träume, ich gehe in eine Küche, um mir Mehlspeise geben zu lassen. Dort stehen drei Frauen, von denen eine die Wirtin ist und etwas in der Hand dreht, als ob sie Knödel machen würde. Sie antwortet, dass ich warten soll, bis sie fertig ist, nicht deutlich als Rede. Ich werde ungeduldig und gehe beleidigt weg. Ich ziehe einen Überrock an, der erste, den ich versuche, ist mir aber zu lang. Ich ziehe ihn wieder aus, etwas überrascht, dass er Pelzbesatz hat. Ein zweiter, den ich anziehe, hat einen langen Streifen mit türkischer Zeichnung eingesetzt. Ein Fremder mit langem Gesichte und kurzem Spitzbarte kommt hinzu und hindert mich am Anziehen, indem er ihn für den seinen erklärt. Ich zeige ihm nun, dass er über und über türkisch gestickt ist. Er fragt, was gehen sie die türkischen Zeichnungen Streifen an. Wir sind aber dann ganz freundlich miteinander. In der Analyse dieses Traumes fällt mir ganz unerwartet der erste Roman ein, den ich, vielleicht 13-jährig, gelesen, das heißt mit dem Ende des ersten Bandes begonnen hatte. Den Namen des Romans und seines Autors habe ich nie gewusst, aber der Schluss ist mir nun in lebhafter Erinnerung. Der Held verfällt in Wahnsinn und ruft beständig die drei Frauen Namen, die ihm im Leben das größte Glück und das Unheil bedeutet haben. Pelagie ist einer dieser Namen. Noch weiß ich nicht, was ich mit diesem Einfall in der Analyse beginnen werde. Da tauchen zu den drei Frauen die drei Parzen auf, die das Geschick des Menschen spinnen, und ich weiß, dass eine der Traume, die Mutter ist, die das Leben gibt, mitunter auch, wie bei mir, dem Lebenden die erste Nahrung. An der Frauenbrust treffen sich Liebe und Hunger. Ein junger Mann, erzählt die Anekdote, der ein großer Verehrer der Frauenschönheit wurde, äußerte einmal, als die Rede auf die schöne Amme kam, die ihn als Säugling genährt, es tue ihm leid, die gute Gelegenheit damals nicht besser ausgenutzt zu haben. Ich pflege mich der Anekdote zur Erläuterung für das Moment der Nachträglichkeit in dem Mechanismus der Psychoneurosen zu bedienen. Die eine der Parzen also reibt die Handflächen aneinander, als ob sie Knödel machen würde. Eine sonderbare Beschäftigung für eine Parze, welche dringend der Aufklärung bedarf. Diese kommt nun aus einer anderen und früheren Kindererinnerung. Als ich sechs Jahre alt war und den ersten Unterricht bei meiner Mutter genoss, sollte ich glauben, dass wir aus Erde gemacht sind und darum zur Erde zurückkehren müssen. Es Es behagte mir nicht und ich zweifelte die Lehre an. Da rieb die Mutter die Handflächen aneinander ganz ähnlich wie beim Knödel machen, nur dass sich kein Teig zwischen ihnen befindet und zeigte mir die schwärzlichen Epidermisschuppen, die sich dabei abreiben, als eine Probe der Erde, aus der wir gemacht sind, vor. Mein Erstaunen über diese Demonstration ad okulos war grenzenlos und ich ergab mich in das, was ich später in den Worten ausgedrückt hören sollte, du bist der Natur einem Tod schuldig, 71. So sind es also wirklich Parzen, zu denen ich in die Küche gehe, wie so oft in den Kinderjahren, wenn ich hungrig war, und die Mutter beim Herd mich mahnte zu warten, bis das Mittagessen fertig sei. Und nun die Knödel wenigstens einer meiner Universitätslehrer, aber gerade der, dem ich meine histologischen Kenntnisse, Epidermis, verdanke, könnte sich bei dem Namen Knödel an eine Person erinnern, die er belangen musste, weil sie ein Plagiat an seinen Schriften begangen hatte. Ein Plagiat begehen, sich aneignen, was man bekommen kann, auch wenn es einem anderen gehört, leitet offenbar zum zweiten Teil des Traumes, in dem ich wieder über Rockdieb behandelt werde, der eine Zeit lang in den Hörsälen sein Wesen trieb. Ich habe den Ausdruck Plagiat niedergeschrieben, absichtslos, weil er sich mir darbot, und nun merke ich, dass er dem latenten Trauminhalt angehören muss, weil er als Brücke zwischen den verschiedenen Stücken des manifesten Trauminhaltes dienen kann. Die Assoziationskette Pelagie Plagiat Plagiostomen 72 Haifische Fischblase verbindet den alten Roman mit der Affäre Knötel und mit den Überzirn, die ja offenbar ein Gerät der sexuellen Technik bedeuten. Vergleiche Mauris Traum vom Kilo Lotto Page 45 Eine höchst gezwungene und unsinnige Verbindung zwar, aber doch keine, die ich im Wachen herstellen könnte, wenn sie nicht schon durch die Traumarbeit hergestellt wäre. Ja, als ob dem Drange, Verbindungen zu erzwingen, gar nichts heilig wäre, dient nun der teure Name Brücke, Wortbrücke siehe oben, dazu, mich an dasselbe Institut zu erinnern, in dem ich meine glücklichsten Stunden als Schüler verbracht, sonst ganz bedürfnislos, so wird's euch an der Weisheit Brüsten mit jedem Tage mehr gelüsten, im vollsten Gegensatz zu den Begierden, die mich, während ich träume, plagen. Und endlich taucht die Erinnerung an einen anderen teuren Lehrer auf, dessen Name wiederum an etwas Essbares anklingt, Fleischel, wie Knötel, und an eine traurige Szene, in der Epidermisschuppen eine Rolle spielen, die Mutterwirtin, und Geistesstörung, der Roman, und ein Mittel aus der lateinischen Küche, das den Hunger benimmt, das Kokain. 71, beide zu diesen Kinderszenen gehörigen Affekte, das Erstaunen und die Ergebung ins Unvermeidliche, fanden sich in einem Traume kurz vorher, der mir zuerst die Erinnerung an dieses Kindererlebnis wiederbrachte. 72, die Plagiostomen ergänze ich nicht willkürlich, sie mahnen mich an eine ärgerliche Gelegenheit von Blamage vor demselben Lehrer. So könnte ich den verschlungenen Gedankenwegen weiter folgen und das in der Analyse fehlende Stück des Traumes voll aufklären, aber ich muss es unterlassen, weil die persönlichen Opfer, die es erfordern würde, zu groß sind. Ich greife nur einen der Fäden auf, der direkt zu einem der dem Gewirre zugrunde liegenden Traumgedanken führen kann. Der Fremde mit langem Gesichte und Spitzbarte, der mich am Anziehen hindern will, trägt die Züge eines Kaufmannes in Spalato, bei dem meine Frau reichlich türkische Stoffe eingekauft hat. Er hieß Popovic, ein verdächtiger Name, der auch dem Humoristen Stettenheim zu einer andeutungsvollen Bemerkung Anlass gegeben hat. Der nannte mir seinen Namen und drückte mir errötend die Hand. Übrigens derselbe Missbrauch mit Namen wie oben mit Pelagie, Knötel, Brücke, Fleischel. Dass solche Namenspielerei Kinderunart ist, darf man ohne Widerspruch behaupten, wenn ich mich in ihr ergehe, ist es aber ein Akt der Vergeltung, denn mein eigener Name ist unzählige Male solchen schwachsinnigen Witzeleien zum Opfer gefallen. Goethe bemerkte einmal, wie empfindlich man für seinen Namen ist, mit dem man sich verwachsen fühlt wie mit seiner Haut, als Herder auf seinen Namen dichtete. Der du von Göttern abstammst, von Goten oder vom Kote, so seid ihr Götterbilder auch zu Staub. Ich merke, dass die Abschweifung über den Missbrauch von Namen nur diese Klage vorbereiten sollte. Aber brechen wir hier ab. Der Einkauf in Spalato mahnt mich an einen anderen Einkauf in Kataro, bei dem ich allzu zurückhaltend war und die Gelegenheit zu schönen Erwerbungen versäumte. Die Gelegenheit bei der Amme versäumt, siehe oben, einer der Traumgedanken, die dem Träumer der Hunger eingibt, lautet nämlich, man soll sich nichts entgehen lassen, nehmen, was man haben kann, auch wenn ein kleines Unrecht dabei mitläuft, man soll keine Gelegenheit versäumen, das Leben ist so kurz, der Tod unvermeidlich. Weil es auch sexuell gemeint ist und weil die Begierde vor dem Unrecht nicht Halt machen will, hat dieses Carpe Diem die Zensur zu fürchten und muss sich hinter einem Traume verbergen. Dazu kommen nun alle gegen Gedanken zu Wort, die Erinnerung an die Zeit, da die geistige Nahrung dem Träumer allein genügte, alle Abhaltungen und selbst die Drohungen mit den ekelhaften sexuellen Strafen. Ein revolutionärer Traum I. Ein zweiter Traum erfordert einen längeren Vorbericht. Ich bin auf den Westbahnhof gefahren, um meine Ferienreise nach Aussee anzutreten, gehe aber schon zum früher abgehenden Ischler-Zuge auf den Perron. Dort sehe ich nun den Grafenton dastehen, der wiederum zum Kaiser nach Ische fährt. Er war trotz des Regens im offenen Wagen angekommen, direkt durch die Eingangstür für Lokalzüge hinausgetreten und hatte den Türhüter, der ihn nicht kannte und ihm das Billard abnehmen wollte, mit einer kurzen Handbewegung ohne Erklärung von sich gewiesen. Ich soll dann, nachdem er im Ischler-Zuge abgefahren ist, den Perron wieder verlassen und in den heißen Wartesaal zurückgehen, setze es aber mühselig durch, dass ich bleiben darf. Ich vertreibe mir die Zeit, aufzupassen, wer da kommen wird, um sich auf dem Protektionswege ein Kopie anweisen zu lassen, nehme mir vor, dann Lärm zu schlagen, das heißt gleiches Recht zu verlangen. Unterdessen singe ich mir etwas vor, was ich dann als die Aria aus Figaros Hochzeit erkenne. Will der Herr Graf ein Tänzel einwagen, Tänzel einwagen, soll er's nur sagen, ich spiel ihm eins auf. Ein anderer hätte den Gesang vielleicht nicht erkannt. Ich war den ganzen Abend in übermütiger, streitlustiger Stimmung gewesen, hatte Kellner und Kutscher gefrohts zählt, hoffentlich ohne ihnen wehe zu tun, nun gehen mir allerlei freche und revolutionäre Gedanken durch den Kopf, wie sie zu den Worten Figaros passen und zur Erinnerung an die Komödie von Beaumarkais, die ich in der Komedie Franzese aufführen gesehen. Das Wort von den großen Herren, die sich die Mühe gegeben haben, geboren zu werden, das Herrenrecht, das der Graf Alma Viva bei Susanne zur Geltung bringen will, die Scherze, die unsere bösen oppositionellen Tagschreiber mit dem Namen des Grafenton anstellen, indem sie ihn Grafnichtston nennen. Ich beneide ihn wirklich nicht, er hat jetzt einen schweren Gang zum Kaiser, und ich bin der eigentliche Grafnichtston, ich gehe auf Ferien. Allerlei lustige Ferienvorsätze dazu. Es kommt nun ein Herr, der mir als Regierungsvertreter bei den medizinischen Prüfungen bekannt ist, und der sich durch seine Leistungen in dieser Rolle den schmeichelhaften Beinamen des Regierungsbeischläfers zugezogen hat. Er verlangt unter Berufung auf seine amtliche Eigenschaft ein Halbcube erster Klasse und ich höre den Beamten zu einem anderen sagen, wo geben wir den Herrn mit der halben ersten hin? Eine nette Bevorzugung, ich zahle meine erste Klasse ganz. Ich bekomme dann auch ein Coupé für mich, aber nicht in einem durchgehenden Wagen, so dass mir die Nacht über kein Abort zur Verfügung steht. Meine Klage beim Beamten hat keinen Erfolg, ich räche mich, indem ich ihm den Vorschlag mache, in diesen Coupé wenigstens ein Loch im Boden anbringen zu lassen für etwaige Bedürfnisse der Reisenden. Ich erwache auch wirklich um drei Uhr morgens mit Harndrang aus nachstehendem Traume. Menschenmenge, Studentenversammlung Ein Graf, Ton oder Tafel, redet. Aufgefordert, etwas über die Deutschen zu sagen, erklärt er mit höhnischer Gebärde für ihre Lieblingsblume den Hoflattich und steckt dann etwas wie ein zerfetztes Blatt, eigentlich ein zusammengeknülltes Blattgereppe, ins Knopfloch. Ich fahre auf, fahre also auf, 73, wundere mich aber doch über diese meine Gesinnung. Dann undeutlicher, als ob es die Aula wäre, die Zugänge besetzt, und man müsste fliehen. Ich bahne mir den Weg durch eine Reihe von schön eingerichteten Zimmern, offenbar Regierungszimmern mit Möbeln in einer Farbe zwischen Braun und Violett, und komme endlich in einen Gang, in dem eine Haushälterin, ein älteres dickes Frauenzimmer, sitzt. Ich vermeide es, mit ihr zu sprechen, sie hält mich aber offenbar für berechtigt, hier zu passieren, denn sie fragt, ob sie mit der Lampe mitgehen soll. Ich deute oder sage ihr, sie soll auf der Treppe stehen bleiben, und komme mir dabei sehr schlau vor, dass ich die Kontrolle am Ende vermeide. So bin ich drunten und finde einen schmalen, steil aufsteigenden Weg, den ich gehe. 73, diese Wiederholung hat sich, scheinbar aus Zerstreutheit, in den Text des Traumes eingeschlichen und wird von mir belassen, da die Analyse zeigt, dass sie ihre Bedeutung hat. Wieder undeutlich. Als ob jetzt die zweite Aufgabe käme, aus der Stadt wegzukommen, wie früher aus dem Hause. Ich fahre in einem Einspänner und gebe ihm Auftrag, zu einem Bahnhofe zu fahren. Auf der Bahnstrecke selbst kann ich nicht mit ihnen fahren, sage ich, nachdem er einen Einwand gemacht hat, als ob ich ihn übermüdet hätte. Dabei ist es, als wäre ich schon eine Strecke mit ihm gefahren, die man sonst mit der Bahn fährt. Die Bahnhöfe sind besetzt, ich überlege, ob ich nach Krems oder Zneim soll, denke aber, dort wird der Hof sein und entscheide mich für Graz oder so etwas. Nun sitze ich im Waggon, der ähnlich einem Stadtbahnwagen ist, und habe im Knopfloch ein eigentümlich geflochtenes, langes Ding, daran violettbraune Weilchen aus starrem Stoffe, was den Leuten sehr auffällt. Hier bricht die Szene ab. Ich bin wieder vor dem Bahnhofe, aber zu zweit mit einem älteren Herrn, erfinde einen Plan, um unerkannt zu bleiben, sehe diesen Plan aber auch schon ausgeführt. Denken und Erleben ist hier gleichsam eins. Er stellt sich blind, wenigstens auf einem Auge, und ich halte ihm ein männliches Uringlas vor, das wir in der Stadt kaufen mussten oder gekauft haben. Ich bin also sein Krankenpfleger und muss ihm das Glas geben, weil er blind ist. Wenn der Kondukteur uns so sieht, muss er uns als unauffällig entkommen lassen. Dabei ist die Stellung des Betreffenden und sein Urin ihrendes Glied plastisch gesehen. Darauf das Erwachen mit Harndrang Der ganze Traum macht etwa den Eindruck einer Fantasie, die den Träumer in das Revolutionsjahr 1848 versetzt, dessen Andenken ja durch das Jubiläum des Jahres 1898 erneuert war, wie überdies durch einen kleinen Ausflug in die Wachau, bei dem ich Emmersdorf kennengelernt hatte, welchen Ort ich fälschlich für den Ruhesitz des Studentenführers Fischhof hielt. Auf den einige Züge des Manifesten Trauminhaltes weisen mögen. Die Gedankenverbindung führt mich dann nach England, in das Haus meines Bruders, der seiner Frau scherzhaft vorzuhalten pflegte Fifty Ears Argo nach dem Titel eines Gedichtes von Lord Tennyson, worauf die Kinder zu rektifizieren gewöhnt waren. Fifty Ears Argo Diese Fantasie, die sich an die Gedanken anschließt, welche der Anblick des Grafen Thun hervorgerufen hatte, ist aber nur wie die Fassade italienischer Kirchen ohne organischen Zusammenhang dem Gebäude dahinter vorgesetzt. Anders als diese Fassaden ist sie übrigens lückenhaft, verworren, und Bestandteile aus dem Innern drängen sich an vielen Stellen durch. Die erste Situation des Traumes ist aus mehreren Szenen zusammengebraut, in die ich sie zerlegen kann. Die hochmütige Stellung des Grafen im Traume ist kopiert nach einer Gymnasialszene aus meinem 15. Jahre. Wir hatten gegen einen missliebigen und ignoranten Lehrer eine Verschwörung angezettelt, deren Seele ein Kollege war, der sich seitdem Heinrich VIII von England zum Vorbilde genommen zu haben scheint. Die Führung des Hauptschlages fiel mir zu, und eine Diskussion über die Bedeutung der Donau für Österreich, Wachau, war der Anlass, bei dem es zur offenen Empörung kam. Ein Mitverschworener war der einzige aristokratische Kollege, den wir hatten, wegen seiner auffälligen Längenentwicklung die Giraffe genannt, und der Stand, vom Schultyranen, dem Professor der deutschen Sprache, zur Rede gestellt, so da wie der Graf im Traume. Das Erklären der Lieblingsblume und ins Knopfloch stecken von etwas, was wieder eine Blume sein muss, was an die Orchideen erinnert, die ich einer Freundin am selben Tage gebracht hatte, und außerdem an eine Rose von Jericho, mahnt auffällig an die Szene aus den Königstramen Shakespeare's, die den Bürgerkrieg der Roten und der Weißen Rose eröffnet, die Erwähnung Heinrichs VIII hat den Weg zu dieser Reminiszenz gebahnt. Dann ist es nicht weit von den Rosen zu den Roten und Weißen Nelken. Dazwischen schieben sich in der Analyse zwei Verslein ein, eins deutsch, das andere Spanisch, Rosen, Tulpen, Nelken, alle Blumenwelken. Isabelita, Nolores, Kse, Marchitan, Las Flores. Das Spanische vom Figaro her. Die Weißen Nelken sind bei uns in Wien das Abzeichen der Antisemitten, die Roten das der Sozialdemokraten geworden. Dahinter eine Erinnerung an eine antisemitische Herausforderung während einer Eisenbahnfahrt im schönen Sachsenland, Angelsachsen. Die dritte Szene, welche Bestandteile für die Bildung der ersten Traumsituation abgegeben hat, fällt in meine erste Studentenzeit. In einem deutschen Studentenvereine gab es eine Diskussion über das Verhältnis der Philosophie zu den Naturwissenschaften. Ich grüner Junge, der materialistischen Lehre voll, drängte mich vor, um einen höchst einseitigen Standpunkt zu vertreten. Da erhob sich ein überlegener älterer Kollege, der seitdem seine Fähigkeit erwiesen hat, Menschen zu lenken und Massen zu organisieren, der übrigens auch einen Namen aus dem Tierreiche trägt, und machte uns tüchtig herunter, auch er habe in seiner Jugend die Schweine gehütet und sei dann reuig ins Vaterhaus zurückgekehrt. Ich fuhr auf, wie im Traume, wurde saugrob und antwortete, seitdem ich wüsste, dass er die Schweine gehütet, wunderte ich mich nicht mehr über den Ton seiner Reden. Im Traume wundere ich mich über meine deutschnationale Gesinnung. Großer Aufruhr, ich wurde von vielen Seiten aufgefordert, meine Worte zurückzunehmen, blieb aber standhaft. Der Beleidigte war zu verständig, um das Ansinnen einer Herausforderung, das man an ihn richtete, anzunehmen und ließ die Sache auf sich beruhen. Die übrigen Elemente der Traumszene stammen aus tieferen Schichten. Was soll es bedeuten, dass der Graf den Huflattich proklamiert? Hier muss ich meine Assoziationsreihe befragen. Huflattich Lattice Salat Salat Hont, der Hund, der anderen nicht gönnt, was er doch selber nicht frisst. Hier sieht man durch auf einen Vorrat an Schimpfwörtern, hier Affe, Schwein, Sau, Hund, ich wüsste auch auf dem Umwege über einen Namen zu einem Esel zu gelangen und damit wieder zu einem Hohn auf einen akademischen Lehrer. Außerdem übersetze ich mir ich weiß nicht, ob mit Recht hoflattich mit Pisse enlitt, die Kenntnis kommt mir aus dem Germinalzolas, in dem die Kinder aufgefordert werden, solchen Salat mitzubringen. Der Hund Chin enthält in seinem Namen einen Anklang an die größere Funktion, Schier, wie Pisser für die kleinere. Nun werden wir bald das Unanständige in allen drei Aggregatzuständen beisammen haben, denn im selben Germinal, der mit der künftigen Revolution genug zu tun hat, ist ein ganz eigentümlicher Wettkampf beschrieben, der sich auf die Produktion gasförmiger Exkretionen, Flatus genannt, bezieht, 74. Und nun muss ich bemerken, wie der Weg zu diesen Flatus seit langem angelegt ist, von den Blumen aus über das spanische Fasslein, die Isabelita, zu Isabella und Ferdinand, über Heinrich VIII, die englische Geschichte zum Kampfe der Armada gegen England, nach dessen siegreicher Beendigung die Engländer eine Medaille prägten mit der Inschrift, Aflavit et dissipati sant, da der Sturmwind die spanische Flotte zerstreut hatte. Diesen Spruch gedachte ich aber zur halbscherzhaft gemeinten Überschrift des Kapitels Therapie zu nehmen, wenn ich je dazu gelangen sollte, ausführliche Kunde von meiner Auffassung und Behandlung der Hysterie zu geben. 74, nicht im Germinal, sondern in Laterre. Ein Irrtum, der mir erst nach der Analyse bemerklich wird. Ich mache übrigens auf die identischen Buchstaben in Hoflattich und Flatus aufmerksam. Von der zweiten Szene des Traumes kann ich eine so ausführliche Auflösung nicht geben, und zwar aus Rücksichten der Zensur. Ich setze mich hier nämlich an die Stelle eines hohen Herrn jener Revolutionszeit, der auch ein Abenteuer mit einem Adler gehabt, an Inkontinentier Alvi gelitten haben soll und dergleichen, und ich glaube, ich wäre nicht berechtigt, hier die Zensur zu passieren, obwohl ein Hofrat, Aula, Consiliarius Aulicus, mir den größeren Teil jener Geschichten erzählt hat. Die Reihe von Zimmern im Traume verdankt ihrer Anregung dem Salonwagen Senior Exzellenz, in den ich einen Moment hineinblicken konnte, sie bedeutet aber, wie so häufig im Traume, Frauenzimmer, errarische Frauenzimmer. Mit der Person der Haushälterin statte ich einer geistreichen älteren Dame schlechten Dank für die Bewirtung und die vielen guten Geschichten ab, die mir in ihrem Hause geboten worden sind. Der Zug mit der Lampe geht auf Grillparzer zurück, der ein reizendes Erlebnis ähnlichen Inhaltes notiert und dann in Hiro und Leander, des Meeres und der Liebewellen die Armada und der Sturm, verwendet hat, 75. 75. An diesem Teil des Traumes hat H. Silberer in einer inhaltsreichen Arbeit, Fantasie und Mythos, 1910, zu zeigen versucht, dass die Traumarbeit nicht nur die latenten Traumgedanken, sondern auch die psychischen Vorgänge bei der Traumbildung wiederzugeben vermöge. Das Funktionell-Phänomen Ich meine aber, er übersieht dabei, dass die psychischen Vorgänge bei der Traumbildung für mich ein Gedankenmaterial sind wie alles andere. In diesem übermütigen Traum bin ich offenbar stolz darauf, diese Vorgänge entdeckt zu haben. Infantile Wurzeln des revolutionären Traumes Auch die detaillierte Analyse der beiden übrigen Traumstücke muss ich zurückhalten. Ich werde nur jene Elemente herausgreifen, die zu den beiden Kinderszenen führen, um deren Willen ich den Traum überhaupt aufgenommen habe. Man wird mit Recht vermuten, dass es sexuelles Material ist, welches mich zu dieser Unterdrückung nötigt, man braucht sich aber mit dieser Aufklärung nicht zufriedenzugeben. Man macht doch sich selbst aus vielem kein Geheimnis, was man vor anderen als Geheimnis behandeln muss, und hier handelt es sich nicht um die Gründe, die mich nötigen, die Lösung zu verbergen, sondern um die Motive der inneren Zensur, welche den eigentlichen Inhalt des Traumes vor mir selbst verstecken. Ich muss also darum sagen, dass die Analyse diese drei Traumstücke als impertinente Prahlereien, als Ausfluss eines lächerlichen, in meinem wachen Leben längst unterdrückten Größenwahnes erkennen lässt, der sich mit einzelnen Ausläufern bis in den manifesten Trauminhalt wagt, ich komme mir schlau vor, allerdings die übermütige Stimmung des Abends vor dem Träumen trefflich verstehen lässt. Prahlerei zwar auf allen Gebieten, so geht die Erwähnung von Graz auf die Redensart, was kostet Graz? In der man sich gefällt, wenn man sich über Reich mit Geld versehen glaubt. Wer an Meister Rabele unübertroffene Schilderung von dem Leben und Taten des Gargantua und seines Sohnes Pantagruel denken will, wird auch den angedeuteten Inhalt des ersten Traumstückes unter die Prahlereien einreihen können. Zu den zwei versprochenen Kinderszenen gehört aber Folgendes, ich hatte für diese Reise einen neuen Koffer gekauft, dessen Farbe, ein Braun-Violett, im Traume mehrmals auftritt, violettbraune Weichen aus starrem Stoffe neben einem Dinge, dass man Mädchenfänger heißt die Möbel in den Regierungszimmern. Dass man mit etwas Neuem den Leuten auffällt, ist ein bekannter Kinderglaube. Nun ist mir folgende Szene aus meinem Kinderleben erzählt worden, deren Erinnerung ersetzt ist durch die Erinnerung an die Erzählung. Ich soll im Alter von zwei Jahren noch gelegentlich das Bettners gemacht haben, und als ich dafür Vorwürfe zu hören bekam, den Vater durch das Versprechen getröstet haben, dass ich ihm in N, der nächsten größeren Stadt, ein neues schönes, rotes Bett kaufen werde. Daher im Traume die Einschaltung, dass wir das Glas in der Stadt gekauft haben oder kaufen mussten, was man versprochen hat, muss man halten. Man beachte übrigens die Zusammenstellung des männlichen Glases und des weiblichen Koffers, Box. Der ganze Größenwahn des Kindes ist in diesem Versprechen enthalten. Die Bedeutung der Harnschwierigkeiten des Kindes für den Traum ist uns bereits bei einer früheren Traumdeutung, vergleiche den Traumpage 151, aufgefallen. Aus den Psychoanalysen an Neurotischen haben wir auch den intimen Zusammenhang des Bettnessens mit dem Charakterzug des Ehrgeizes erkannt. Dann gab es aber einmal einen anderen häuslichen Anstand, als ich sieben oder acht Jahre alt war, an den ich mich sehr wohl erinnere. Ich setzte mich abends vor dem Schlafengehen über das Gebot der Diskretion hinweg, Bedürfnisse nicht im Schlafzimmer der Eltern in deren Anwesenheit zu verrichten, und der Vater ließ in seiner Strafrede darüber die Bemerkung fallen, aus dem Buben wird nichts werden. Es muss eine furchtbare Kränkung für meinen Ehrgeiz gewesen sein, denn Anspielungen an diese Szene kehren immer in meinen Träumen wieder und sind regelmäßig mit Aufzählung meiner Leistungen und Erfolge verknüpft, als wollte ich sagen, siehst du, ich bin doch etwas geworden. Diese Kinderszene gibt nun den Stoff für das letzte Bild des Traumes, in dem natürlich zur Rache die Rollen vertauscht sind. Der ältere Mann, offenbar der Vater, da die Blindheit auf einem Auge sein einseitiges Glaukom bedeutet, 76, uriniert jetzt vor mir wie ich damals vor ihm. Mit dem Glaukom mahne ich ihn an das Kokain, das ihm bei der Operation zugute kam, als hätte ich damit mein Versprechen erfüllt. Außerdem mache ich mich über ihn lustig, weil er blind ist, muss ich ihm das Glas vorhalten und schwelge in Anspielungen auf meine Erkenntnisse in der Lehre von der Hysterie, auf die ich stolz bin, 77. 76, andere Deutung, er ist einäugig wie Otthin, der Göttervater. Otthins Trost. Der Trost aus der Kinderszene, dass ich ihm ein neues Bett kaufen werde. 77, dazu einiges Deutungsmaterial, das Vorhalten des Glases erinnert an die Geschichte vom Bauern, der beim Optiker Glas nach Glas versucht, aber nicht lesen kann. Bauernfänger Mädchenfänger im vorigen Traumstück. Die Behandlung des schwachsinnig gewordenen Vaters bei den Bauern in Zolas Laterre. Die traurige Genugtuung, dass der Vater in seinen letzten Lebenstagen wie ein Kind das Bett beschmutzt hat, daher bin ich im Traume sein Krankenpfleger. Denken und Erleben sind hier gleichsam eins erinnert an ein stark revolutionäres Buchdrama von Oskar Panizza, in dem Gottvater als paralytischer Greiss schmählich genug behandelt wird. Dort heißt es, Wille und Tat sind bei ihm eins, und er muss von seinem Erzengel, einer Art Ganymed, abgehalten werden zu schimpfen und zu fluchen, weil diese Verwünskungen sich sofort erfüllen würden. Das Pläne machen ist ein aus späterer Zeit der Kritik stammender Vorwurf gegen den Vater, wie überhaupt der ganze rebellische, majestätsbeleidigende und die hohe Obrigkeit verhönende Inhalt des Traumes auf Auflehnung gegen den Vater zurückgeht. Der Fürst heißt Landesvater, und der Vater ist die älteste, erste, für das Kind einziger Autorität, aus dessen Machtvollkommenheit im Laufe der menschlichen Kulturgeschichte die anderen sozialen Obrigkeiten hervorgegangen sind, insofern nicht das Mutterrecht zur Einschränkung dieses Satzes nötigt. Die Fassung im Traume Denken und Erleben sind eins, zielt auf die Erklärung der hysterischen Symptome, zu der auch das männliche Glas eine Beziehung hat. Einem Wiener brauchte ich das Prinzip des Schnaß nicht auseinanderzusetzen, es besteht darin, Gegenstände von seltenem und wertvollem Ansehen aus trivialem, am liebsten komischem und wertlosem Material herzustellen, zum Beispiel Rüstungen aus Kochtöpfen, Strohwischen und Salzstangeln, wie es unsere Künstler an ihren lustigen Abenden lieben. Ich hatte nun gemerkt, dass die Hysterischen es ebenso machen, neben dem, was ihnen wirklich zugestoßen ist, gestalten sie sich unbewusst grässliche oder ausschweifende Fantasiebegebenheiten, die sie aus dem harmlosesten und banalsten Material des Erlebens aufbauen. An diesen Fantasien hängen erst die Symptome, nicht an den Erinnerungen der wirklichen Begebenheiten, seien diese nun ernsthaft oder gleichfalls harmlos. Diese Aufklärung hatte mir über viele Schwierigkeiten hinweggeholfen und machte mir viel Freude. Ich konnte sie mit dem Traumelement des männlichen Glases andeuten, weil mir von dem letzten Schnaßabend erzählt worden war, es sei dort ein Giftbecher der Lucrezia Borgia ausgestellt gewesen, dessen Kern- und Hauptbestandteil ein Uringlas für Männer, wie es in den Spitälern gebräuchlich ist, gebildet hätte. Wenn die beiden Urinierszenen aus der Kindheit bei mir ohne dies mit dem Thema der Größensucht eng verbunden sind, so kam ihrer Erweckung auf der Reise nach Aussee noch der zufällige Umstand zugute, dass mein Coupé kein Klosett besaß, und ich vorbereitet sein musste, während der Fahrt in Verlegenheit zu kommen, was dann am Morgen auch eintraf. Ich erwachte dann mit den Empfindungen des körperlichen Bedürfnisses. Ich meine, man könnte geneigt sein, diesen Empfindungen die Rolle des eigentlichen Traumerregers zuzuweisen, würde aber einer anderen Auffassung den Vorzug geben, nämlich dass die Traumgedanken erst den Harndrang hervorgerufen haben. Es ist bei mir ganz ungewöhnlich, dass ich durch irgendein Bedürfnis im Schlafe gestört werde, am wenigsten um die Zeit dieses Erwachens, drei Viertel drei Uhr morgens. Einem weiteren Einwand begegne ich durch die Bemerkung, dass ich auf anderen Reisen unter bequemeren Verhältnissen fast niemals den Harndrang nach frühzeitigem Erwachen verspürt habe. Übrigens kann ich diesen Punkt auch ohne Schaden unentschieden lassen. Seitdem ich ferner durch Erfahrungen bei der Traumanalyse aufmerksam gemacht worden bin, dass auch von Träumen, deren Deutung zunächst vollständig erscheint, weil Traumquellen und Wunscherreger leicht nachweisbar sind, dass auch von solchen Träumen wichtige Gedankenfäden ausgehen, die bis in die früheste Kindheit hineinreichen, habe ich mich fragen müssen, ob nicht auch in diesem Zuge eine wesentliche Bedingung des Träumens gegeben ist. Wenn ich diesen Gedanken verallgemeinern dürfte, so käme jedem Traum in seinem manifesten Inhalt eine Anknüpfung an das Rezenterlebte zu, in seinem latenten Inhalt aber eine Anknüpfung an das Älteste erlebte, von dem ich bei der Analyse der Hysterie wirklich zeigen kann, dass es in gutem Sinne bis auf die Gegenwart rezent geblieben ist. Diese Vermutung erscheint aber noch recht schwer erweislich. Ich werde auf die wahrscheinliche Rolle frühester Kindheitserlebnisse für die Traumbildung noch in anderem Zusammenhang, Abschnitt 7, zurückkommen müssen. Von den drei eingangs betrachteten Besonderheiten des Traumgedächtnisses hat sich uns die eine die Bevorzugung des Nebensächlichen im Trauminhalt durch ihre Zurückführung auf die Traumentstellung befriedigend gelöst. Die beiden anderen, die Auszeichnung des Rezenten wie des Infantilen haben wir bestätigen, aber nicht aus den Motiven des Träumens ableiten können. Wir wollen diese beiden Charaktere, deren Erklärung oder Verwertung uns erübrigt, im Gedächtnis behalten, sie werden anderswo ihre Einreihung finden müssen, entweder in der Psychologie des Schlafzustandes oder bei jenen Erwägungen über den Aufbau des seelischen Apparates, die wir später anstellen werden, wenn wir gemerkt haben. Dass man durch die Traumdeutung wie durch eine Fensterlücke in das Innere desselben einen Blick werfen kann. Ein anderes Ergebnis der letzten Traumanalysen will ich aber gleich hier hervorheben. Der Traum erscheint häufig mehrdeutig. Es können nicht nur, wie Beispiele zeigen, mehrere Wunscherfüllungen nebeneinander in ihm vereinigt sein. Es kann auch ein Sinn, eine Wunscherfüllung die andere decken, bis man zuunterst auf die Erfüllung eines Wunsches aus der ersten Kindheit stößt, und auch hier wieder die Erwägung, ob in diesem Satze das häufig nicht richtiger durch regelmäßig zu ersetzen ist. 78 78 Die Übereinanderschichtung der Bedeutungen des Traumes ist eines der heikelsten, aber auch inhaltsreichsten Probleme der Traumdeutung. Wer an diese Möglichkeit vergisst, wird leicht irregehen und zur Aufstellung unhaltbarer Behauptungen über das Wesen des Traumes verleitet werden. Doch sind über dieses Thema noch viel zu wenige Untersuchungen angestellt worden. Bisher hat nur die ziemlich regelmäßige Symbolschichtung im Harnreiztrauma eine gründliche Würdigung durch Orang erfahren. Page 291 C. Die somatischen Traumquellen Wenn man den Versuch macht, einen gebildeten Laien für die Probleme des Träumens zu interessieren, und in dieser Absicht die Frage an ihn richtet, aus welchen Quellen wohl nach seiner Meinung die Träume herrühren, so merkt man zumeist, dass der Gefragte im gesicherten Besitzer eines Teiles der Lösung zu sein vermeint. Er gedenkt sofort des Einflusses, den gestörte oder beschwerte Verdauung, Träume kommen aus dem Magen, zufällige Körperlage und kleine Erlebnisse während des Schlafens auf die Traumbildung äußern, und scheint nicht zu ahnen, dass nach Berücksichtigung all dieser Momente etwas der Erklärung Bedürftiges noch erübrigt. Die somatischen Traumquellen nach den Autoren Welche Rolle für die Traumbildung die wissenschaftliche Literatur den somatischen Reizquellen zugesteht, haben wir im einleitenden Abschnitt, Page 16 und folgende, ausführlich auseinandergesetzt, sodass wir uns hier nur an die Ergebnisse dieser Untersuchung zu erinnern Wir haben gehört, dass dreierlei somatische Reizquellen unterschieden werden, die von äußeren Objekten ausgehenden objektiven Sinnesreize, die nur subjektiv begründeten inneren Erregungszustände der Sinnesorgane und die aus dem Körperinnern stammenden Leibreize, und wir haben die Neigung der Autoren bemerkt. Neben diesen somatischen Reizquellen etwaige psychische Quellen des Traumes in den Hintergrund zu drängen oder ganz auszuschalten, Page 31. Bei der Prüfung der Ansprüche, welche zugunsten dieser Klassen von somatischen Reizquellen erhoben werden, haben wir erfahren, dass die Bedeutung der objektiven Sinnesorganerregungen teils zufällige Reize während des Schlafes, teils solche, die sich auch vom schlafenden Seelenleben nicht fernhalten lassen durch zahlreiche Beobachtungen sichergestellt wird und durch das Experiment eine Bestätigung erfährt, Page 19. Dass die Rolle der subjektiven Sinneserregungen durch die Wiederkehr der hypnagogischen Sinnesbilder in den Träumen, Page 24, dargetan erscheint, und dass die im weitesten Umfang angenommene Zurückführung unserer Traumbilder und Traumvorstellungen auf inneren Leibreiz zwar nicht in ihrer ganzen Breite beweisbar ist, aber sich an die allbekannte Beeinflussung anlehnen kann, welche der Erregungszustand der Digestionsharn- und Sexualorgane auf den Inhalt unserer Träume ausübt. Nervenreiz und Leibreiz wären also die somatischen Quellen des Traumes, das heißt nach mehreren Autoren die einzigen Quellen des Traumes überhaupt. Wir haben aber auch bereits einer Reihe von Zweifeln Gehör geschenkt, welche nicht sowohl die Richtigkeit als vielmehr die Zulänglichkeit der somatischen Reiztheorie anzugreifen schienen. So sicher sich alle Vertreter dieser Lehre bezüglich deren tatsächlichen Grundlagen fühlen mussten zumal soweit die akzidentellen und äußeren Nervenreize in Betracht kommen, die im Trauminhalt wieder zu finden keinerlei Mühe erfordert, so blieb doch keiner der Einsicht fern, dass der reiche Vorstellungsinhalt der Träume eine Ableitung aus den äußeren Nervenreizen allein wohl nicht zulasse. Miss Mary Weiten-Kalkins hat ihre eigenen Träume und die einer zweiten Person durch sechs Wochen hindurch von diesen Gesichtspunkte ausgeprüft und nur 13.2% respektive 6.7% gefunden, in denen das Element äußerer Sinneswahrnehmung nachweisbar war, nur zwei Fälle der Sammlung ließen sich auf organische Empfindungen zurückführen. Die Statistik bestätigt uns hier, was uns bereits eine flüchtige Überschau unserer eigenen Erfahrungen hatte vermuten lassen. Man beschied sich vielfach, den Nervenreiztraum als eine gut erforschte Unterart des Traumes vor anderen Traumformen hervorzuheben. Spitter trennte die Träume in Nervenreiz- und Assoziationstraum. Es war aber klar, dass die Lösung unbefriedigend blieb, solange es nicht gelang, das Band zwischen den somatischen Traumquellen und dem Vorstellungsinhalt des Traumes nachzuweisen. Neben den ersten Einwand, der Unzulänglichkeit in der Häufigkeit der äußeren Reizquellen, stellt sich so als zweiter die Unzulänglichkeit in der Aufklärung des Traumes, die durch die Einführung dieser Art von Traumquellen zu erreichen ist. Die Vertreter der Lehre sind uns zwei solcher Aufklärungen schuldig, erstens warum der äußere Reiz im Traume nicht in seiner wirklichen Natur erkannt, sondern regelmäßig verkannt wird, vergleiche die Weckerträume, Page 21, und zweitens warum das Resultat der Reaktion der wahrnehmenden Seele auf diesen verkannten Reiz so unbestimmbar wechselvoll ausfallen kann. Als Antwort auf diese Frage haben wir von Strümpel gehört, dass die Seele infolge ihrer Abwendung von der Außenwelt während des Schlafens nicht imstande ist, die richtige Deutung des objektiven Sinnesreizes zu geben, sondern genötigt wird, aufgrund der nach vielen Richtungen unbestimmten Anregung Illusionen zu bilden, in seinen Worten ausgedrückt, Page 108. Sobald durch einen äußeren oder inneren Nervenreiz während des Schlafes in der Seele eine Empfindung oder ein Empfindungskomplex, ein Gefühl, überhaupt ein psychischer Vorgang entsteht und von der Seele perzipiert wird, so ruft dieser Vorgang aus dem der Seele vom wachen hier verbliebenen Erfahrungskreise Empfindungsbilder, also frühere Wahrnehmungen, entweder nackt oder mit zugehörigen psychischen Werten hervor. Er sammelt gleichsam um sich eine größere oder kleinere Anzahl solcher Bilder, durch welche der vom Nervenreiz her rührende Eindruck seinen psychischen Wert bekommt. Man sagt gewöhnlich auch hier, wie es der Sprachgebrauch für das wache Verhalten tut, dass die Seele im Schlafe die Nervenreizeindrücke deute. Das Resultat dieser Deutung ist der sogenannte Nervenreiztraum, das heißt ein Traum, dessen Bestandteile dadurch bedingt sind, dass ein Nervenreiz nach den Gesetzen der Reproduktion seine psychische Wirkung im Seelenleben vollzieht. In allem Wesentlichen mit dieser Lehre identisch ist die Äußerung von Wund, die Vorstellungen des Traumes gehen jedenfalls zum größten Teil von Sinnesreizen aus, namentlich auch von solchen des allgemeinen Sinnes, und sind daher zumeist fantastische Illusionen, wahrscheinlich nur zum kleineren Teil reine, zu Halluzinationen gesteigerte Erinnerungsvorstellungen. Für das Verhältnis des Trauminhaltes zu den Traumreizen, welches sich nach dieser Theorie ergibt, findet Strümpel das treffliche Gleichnis, Page 84, es sei, wie wenn die Zehnfinger eines der Musik ganz unkundigen Menschen über die Tasten des Instruments hinlaufen. Der Traum erschiene so nicht als ein seelisches Phänomen, aus psychischen Motiven entsprungen, sondern als der Erfolg eines physiologischen Reizes, der sich in psychischer Symptomatologie äußert, weil der vom Reize betroffene Apparat keiner anderen Äußerung fähig ist. Auf eine ähnliche Voraussetzung ist zum Beispiel die Erklärung der Zwangsvorstellungen aufgebaut, die meiner durch das berühmte Gleichnis vom Zifferblatt, auf dem einzelne Zahlen stärker gewölbt vorspringen, zu geben versuchte. So beliebt diese Lehre von den somatischen Traumreizen geworden ist und so bestechend sie erscheinen mag, so ist es doch leicht, den schwachen Punkt in ihr aufzuweisen. Jeder somatische Traumreiz, welcher im Schlafe den seelischen Apparat zur Deutung durch Illusionsbildung auffordert, kann ungezählt viele solcher Deutungsversuche anregen, also in ungemein verschiedenen Vorstellungen seine Vertretung im Trauminhalt erreichen, 79. Die Lehre von Strümpel und Wund ist aber unfähig, irgendein Motiv anzugeben, welches die Beziehung zwischen dem äußeren Reiz und der zu seiner Deutung gewählten Traumvorstellung regelt, also die sonderbare Auswahl zu erklären, welche die Reize oft genug bei ihrer reproduktiven Wirksamkeit treffen. Glips, Grundtatsachen des Seelenlebens, Page 170, andere Einwendungen richten sich gegen die Grundvoraussetzung der ganzen Illusionslehre, dass die Seele im Schlafe nicht in der Lage sei, die wirkliche Natur der objektiven Sinnesreize zu erkennen. Der alte Physiologe Burdach beweist uns, dass die Seele auch im Schlafe sehr wohl fähig ist, die an sie gelangenden Sinneseindrücke richtig zu deuten und der richtigen Deutung gemäß zu reagieren, indem er ausführt, dass man gewisse, dem Individuum wichtig erscheinende Sinneseindrücke von der Vernachlässigung während des Schlafes ausnehmen kann, Amme und Kind, und dass man durch den eigenen Namen weit sicherer geweckt wird als durch einen gleichgültigen Gehörseindruck, was ja voraussetzt, dass die Seele auch im Schlafe zwischen den Sensationen unterscheidet, Abschnitt I, Page 39-40. Burdach folgert aus diesen Beobachtungen, dass während des Schlafzustandes nicht eine Unfähigkeit, die Sinnesreize zu deuten, sondern ein Mangel an Interesse für sie anzunehmen ist. Die nämlichen Argumente, die Burdach 1830 verwendet, kehren dann zur Bekämpfung der somatischen Reiztheorie unverändert bei Lipps im Jahre 1883 wieder. Die Seele erscheint uns demnach wie der Schläfer in der Anekdote, der auf die Frage Schläfst du antwortet Nein, nach der zweiten Anrede, dann leih mir zehn Gulden aber sich hinter der Ausrede verschanzt. Ich schlafe. 79. Ich möchte jedermann raten, die in zwei Bänden gesammelten, ausführlichen und genauen Protokolle experimentell erzeugter Träume von Molifold durchzulesen, um sich zu überzeugen, wie wenig Aufklärung der Inhalt des einzelnen Traumes in den angegebenen Versuchsbedingungen findet und wie gering überhaupt der Nutzen solcher Experimente für das Verständnis der Traumprobleme ist. Die Unzulänglichkeit der Lehre von den somatischen Traumreizen lässt sich auch auf andere Weise dar tun. Die Beobachtung zeigt, dass ich durch äußere Reize nicht zum Träumen genötigt werde, wenngleich diese Reize im Trauminhalt erscheinen, sobald und für den Fall, dass ich träume. Gegen einen Haut- oder Druckreiz etwa, der mich im Schlafe befällt, stehen mir verschiedene Reaktionen zu Gebote. Ich kann ihn überhören und dann beim Erwachen finden, dass zum Beispiel ein Bein unbedeckt oder ein Arm gedrückt war. Die Pathologie zeigt mir ja die zahlreichsten Beispiele, dass verschiedenartige und kräftig erregende Empfindungs- und Bewegungsreize während des Schlafes wirkungslos bleiben. Ich kann die Sensation während des Schlafes verspüren, gleichsam durch den Schlaf hindurch, wie es in der Regel mit schmerzhaften Reizen geschieht, aber ohne den Schmerz in einen Traum zu verweben, und ich kann drittens auf den Reiz erwachen, um ihn zu beseitigen. Erst eine vierte mögliche Reaktion ist, dass ich durch den Nervenreiz zum Traum veranlasst werde, die anderen Möglichkeiten werden aber mindestens ebenso häufig vollzogen wie die der Traumbildung. Dies könnte nicht geschehen, wenn nicht das Motiv des Träumens außerhalb der somatischen Reizquellen läge. Die Scherner'sche Leibreiztheorie In gerechter Würdigung jener oben aufgedeckten Lücke in der Erklärung des Traumes durch somatische Reize haben nun andere Autoren Scherner, dem der Philosoph folkelt sich anschloss die Seelentätigkeiten, welche aus den somatischen Reizen die bunten Traumbilder entstehen lassen, näher zu bestimmen gesucht, also doch wieder das Wesen des Träumens ins seelische und in eine psychische Aktivität verlegt. Scherner gab nicht nur eine poetisch nachempfundene, glühend belebte Schilderung der psychischen Eigentümlichkeiten, die sich bei der Traumbildung entfalten, er glaubte auch das Prinzip erraten zu haben, nachdem die Seele mit den ihr dargebotenen Reizen verfährt. In freier Betätigung der ihrer Tagesfesseln entledigten Fantasie strebt nach Scherner die Traumarbeit dahin, die Natur des Organs, von dem der Reiz ausgeht, und die Art dieses Reizes symbolisch darzustellen. Es ergibt sich so eine Art von Traumbuch als Anleitung zur Deutung der Träume, mittels dessen aus Traumbildern auf Körpergefühle, Organzustände und Reizzustände geschlossen werden darf. So drückt das Bild der Katze die ärgerliche Missstimmung des Gemütes aus, das Bild des hellen und glatten Gebäcks die Leibesnacktheit. Der menschliche Leib als Ganzes wird von der Traumfantasie als Haus vorgestellt, das einzelne Körperorgan durch einen Teil des Hauses. In den Zahnreizträumen entspricht dem Mundorgan ein hochgewölbter Hausflur und dem Hinabfall des Schlundes zur Speiseröhre eine Treppe, im Kopfschmerztraum wird zur Bezeichnung der Hühenstellung des Kopfes die Decke eines Zimmers gewählt, welche mit ekelhaften, krötenartigen Spinnen bedeckt ist, Page 39. Diese Symbole werden vom Traume in mehrfacher Auswahl für das nämliche Organ verwendet, so findet die atmende Lunge in dem flammenerfüllten Ofen mit seinem Brausen ihr Symbol, das Herz in hohlen Kisten und Körben, die Harnblase in runden, beutelförmigen oder überhaupt nur ausgehöhlten Gegenständen. Besonders wichtig ist es, dass am Schlusse des Traumes öfter das erregende Organ oder dessen Funktion unverhüllt hingestellt wird, und zwar zumeist an dem eigenen Leibe des Träumers. So endet der Zahnreiztraum gewöhnlich damit, dass der Träumer sich einen Zahn aus dem Munde zieht, Page 35. Man kann nicht sagen, dass diese Theorie der Traumdeutung viel Gunst bei den Autoren gefunden hat. Sie erschien vor allem extravagant, man hat selbst gezögert, das Stück Berechtigung herauszufinden, das sie nach meinem Urteil beanspruchen darf. Sie führt, wie man sieht, zur Wiederbelebung der Traumdeutung mittels Symbolik, deren sich die Alten bedienten, nur dass das Gebiet, aus welchem die Deutung geholt werden soll, auf den Umfang der menschlichen Leiblichkeit beschränkt wird. Der Mangel einer wissenschaftlich fassbaren Technik bei der Deutung muss die Anwendbarkeit der Schernerschenlehre schwer beeinträchtigen. Willkür in der Traumdeutung scheint keineswegs ausgeschlossen, zumal da auch hier ein Reiz sich in mehrfachen Vertretungen im Trauminhalt äußern kann, so hat bereits Scherners Anhänger Volkelt die Darstellung des Körpers als Haus nicht bestätigen können. Es muss auch Anstoß erregen, dass hier wiederum der Seele die Traumarbeit als Nutz und ziellose Betätigung auferlegt ist, da sich doch nach der in Rede stehenden Lehre die Seele damit begnügt, über den sie beschäftigenden Reiz zu fantasieren, ohne dass etwas wie eine Erledigung des Reizes in der Ferne winkte. Von einem Einwand aber wird die Schernersche Lehre der Symbolisierung von Leibreizen durch den Traum schwer getroffen. Diese Leibreize sind jederzeit vorhanden, die Seele ist für sie nach allgemeiner Annahme während des Schlafens zugänglicher als im Wachen. Man versteht dann nicht, warum die Seele nicht kontinuierlich die Nacht hindurch träumt, und zwar jede Nacht von allen Organen. Will man sich diesem Einwand durch die Bedingung entziehen, es müssten vom Auge, Ohre, von den Zähnen, Därmen und so weiter besondere Erregungen ausgehen, um die Traumtätigkeit zu wecken, so steht man vor der Schwierigkeit, diese Reizsteigerungen als objektiv zu erweisen, was nur in einer geringen Zahl von Fällen möglich ist. Wenn der Traum vom Fliegen eine Symbolisierung des Auf- und Niedersteigens der Lungenflügel bei der Atmung bedeutet, so müsste entweder dieser Traum, wie schon Strümpel bemerkt, weit häufiger geträumt werden oder eine gesteigerte Atmungstätigkeit während dieses Traumes nachweisbar sein. Es ist noch ein dritter Fall möglich, der wahrscheinlichste von allen, dass nämlich zeitweise besondere Motive wirksam sind, um den gleichmäßig vorhandenen viszeralen Sensationen Aufmerksamkeit zuzuwenden, aber dieser Fall führt bereits über die Schernersche-Theorie hinaus. Der Wert der Erörterungen von Scherner und Volkelt liegt darin, dass sie auf eine Reihe von Charakteren des Trauminhaltes aufmerksam machen, welche der Erklärung bedürftig sind und neue Erkenntnisse zu verdecken scheinen. Es ist ganz richtig, dass in den Träumen Symbolisierungen von Körperorganen und Funktionen enthalten sind, dass Wasser im Traume häufig auf Harnreiz deutet, dass das männliche Genitale durch einen aufrecht stehenden Stab oder eine Säule dargestellt werden kann und so weiter in Träumen, welche ein sehr bewegtes Gesichtsfeld und leuchtende Farben zeigen, im Gegensatz zu der Mattigkeit anderer Träume. Kann man die Deutung als Gesichtsreiztraum kaum abweisen, ebenso wenig den Beitrag der Illusionsbildung in Träumen bestreiten, welche Lärm und Stimmengewirr enthalten? Ein Traum, wie der von Scherner, dass zwei Reihen schöner blonder Knaben auf einer Brücke einander gegenüberstehen, sich gegenseitig angreifen, dann wieder ihre alte Stellung einnehmen, bis endlich der Träumer sich auf eine Brücke setzt und einen langen Zahn aus seinem Kiefer zieht oder ein ähnlicher von folkelt, in dem zwei Reihen von Schubladen eine Rolle spielen und der wiederum mit dem Ausziehen eines Zahnes endigt. Dergleichen bei beiden Autoren in großer Fülle mitgeteilte Traumbildungen. Lassen es nicht zu, dass man die Schernersche-Theorie als müßige Erfindung beiseite wirft, ohne nach ihrem guten Kerne zu forschen. Es stellt sich dann die Aufgabe, für die vermeintliche Symbolisierung des angeblichen Zahnreizes eine andersartige Aufklärung zu erbringen. Die somatischen Reize als rezentes Material behandelt Ich habe es die ganze Zeit über, welche uns die Lehre von den somatischen Traumquellen beschäftigte, unterlassen, jenes Argument geltend zu machen, welches sich aus unseren Traumanalysen ableitet. Wenn wir durch ein Verfahren, das andere Autoren auf ihr Material an Träumen nicht angewendet haben, erweisen konnten, dass der Traum einen ihm eigenen Wert als psychische Aktion besitzt, dass ein Wunsch das Motiv seiner Bildung wird, und dass die Erlebnisse des Vortages das nächste Material für seinen Inhalt abgeben, so ist jeder andere Traumlehre. Welcher ein so wichtiges Untersuchungsverfahren vernachlässigt und dementsprechend den Traum als eine nutzlose und rätselhafte psychische Reaktion auf? Somatische Reize erscheinen lässt, auch ohne besondere Kritik gerichtet. Es müsste denn, was sehr unwahrscheinlich ist, zwei ganz verschiedene Arten von Träumen geben, von denen die eine nur uns, die andere nur den früheren Beurteilern des Traumes untergekommen ist. Es erübrigt nur noch, den Tatsachen, auf welche sich die gebräuchliche Lehre von den somatischen Traumreizen stützt, eine Unterbringung innerhalb unserer Traumlehre zu verschaffen. Den ersten Schritt hierzu haben wir bereits getan, als wir den Satz aufstellten, dass die Traumarbeit unter dem Zwangestehe, alle gleichzeitig vorhandenen Traumanregungen zu einer Einheit zu verarbeiten, Page 136. Wir sahen, dass, wenn zwei oder mehr eindrucksfähige Erlebnisse vom Vortage übrig geblieben sind, die aus ihnen sich ergebenden Wünsche in einem Traume vereinigt werden, desgleichen, dass zum Traummaterial der psychisch wertvolle Eindruck und die indifferenten Erlebnisse des Vortages zusammentreten, vorausgesetzt, dass sich kommunizierende Vorstellungen zwischen beiden herstellen lassen. Der Traum erscheint somit als Reaktion auf alles, was in der schlafenden Psyche gleichzeitig als aktuell vorhanden ist. Soweit wir also das Traummaterial bisher analysiert haben, erkannten wir es als eine Sammlung von psychischen Resten, Erinnerungsspuren, denen wir, wegen der Bevorzugung des rezenten und des infantilen Materials, einen psychologisch derzeit unbestimmbaren Charakter von Aktualität zu sprechen mussten. Es schafft uns nun nicht viel Verlegenheit, vorher zu sagen, was geschehen wird, wenn zu diesen Erinnerungsaktualitäten neues Material an Sensationen während des Schlafzustandes hinzutritt. Diese Erregungen erlangen wiederum eine Wichtigkeit für den Traum dadurch, dass sie aktuell sind, sie werden mit den anderen psychischen Aktualitäten vereinigt, um das Material für die Traumbildung abzugeben. Die Reize während des Schlafes werden, um es anders zu sagen, in eine Wunscherfüllung verarbeitet, deren andere Bestandteile die uns bekannten psychischen Tagesreste sind. Diese Vereinigung muss nicht vollzogen werden, wir haben ja gehört, dass gegen körperliche Reize während des Schlafes mehr als eine Art des Verhaltens möglich ist. Wo sie vollzogen wird, da ist es eben gelungen, ein Vorstellungsmaterial für den Trauminhalt zu finden, welches für beiderlei Traumquellen, die somatischen wie die psychischen, eine Vertretung darstellt. Das Wesen des Traumes wird nicht verändert, wenn zu den psychischen Traumquellen somatisches Material hinzutritt, er bleibt eine Wunscherfüllung, gleichgültig wie deren Ausdruck durch das aktuelle Material bestimmt wird. Ich will hier gern Raum lassen für eine Reihe von Eigentümlichkeiten, welche die Bedeutung äußerer Reize für den Traum veränderlich gestalten können. Ich stelle mir vor, dass ein Zusammenwirken individueller, physiologischer und zufälliger, in den jeweiligen Umständen gegebener Momente darüber entscheidet, wie man sich in den einzelnen Fällen von intensiverer objektiver Reizung während des Schlafes benehmen wird. Die habituelle und akzidentelle Schlaftiefe im Zusammenhalt mit der Intensität des Reizes wird es das eine Mal ermöglichen. Den Reiz so zu unterdrücken, dass er im Schlafe nicht stört, ein anderes Mal dazu nötigen, aufzuwachen, oder den Versuch unterstützen, den Reiz durch Verwebung in einen Traum zu überwinden. Der Mannigfaltigkeit dieser Konstellationen entsprechend werden äußere objektive Reize, bei dem einen häufiger oder seltener im Traume zum Ausdruck kommen als bei dem anderen. Bei mir, der ich ein ausgezeichneter Schläfer bin und hartnäckig daran festhalte, mich durch keinen Anlass im Schlafe stören zu lassen, ist die Einmengung äußerer Erregungsursachen in die Träume sehr selten, während psychische Motive mich doch offenbar sehr leicht zum Träumen bringen. Ich habe eigentlich nur einen einzigen Traum aufgezeichnet, in dem eine objektive, schmerzhafte Reizquelle zu erkennen ist, und gerade in diesem Traume wird es sehr lehrreich werden, nachzusehen, welchen Traumerfolg der äußere Reiz gehabt hat. Der Traum vom Reiten Ich reite auf einem grauen Pferde, zuerst zaghaft und ungeschickt, als ob ich nur angelehnt wäre. Da begegne ich einem Kollegen Peitsch, der im Lodenanzug hoch zu Ross sitzt und mich an etwas mahnt, wahrscheinlich, dass ich schlecht sitze. Nun finde ich mich auf dem höchst intelligenten Ross immer mehr zurecht, sitze bequem und merke, dass ich oben ganz heimisch bin. Als Sattel habe ich eine Art Polster, das den Raum zwischen Hals und Grub des Pferdes vollkommen ausfüllt. Ich reite so knapp zwischen zwei Lastwagen hindurch. Nachdem ich die Straße eine Strecke weit geritten bin, kehre ich um und will absteigen, zunächst vor einer kleinen offenen Kapelle, die in der Straßenfront liegt. Dann steige ich wirklich vor einer ihr nahestehenden ab, das Hotel ist in derselben Straße, ich könnte das Pferd allein hingehen lassen, ziehe aber vor, es bis dahin zu führen. Es ist, als ob ich mich schämen würde, dort als Reiter anzukommen. Vor dem Hotel steht ein Hotelbursche, der mir einen Zettel zeigt, der von mir gefunden wurde und mich darum verspottet. Auf dem Zettel steht, zweimal unterstrichen, nichts essen und dann ein zweiter Vorsatz, undeutlich, wie, nichts arbeiten, dazu eine dumpfe Idee, dass ich in einer fremden Stadt bin, in der ich nichts arbeite. Dem Traume wird man zunächst nicht anmerken, dass er unter dem Einflüsse, unter dem Zwange vielmehr eines Schmerzreizes entstanden ist. Ich hatte aber tags vorher an Vorunkeln gelitten, die mir jede Bewegung zur Qual machten, und zuletzt war ein Vorunkel an der Wurzel des Skrotum zur Apfelgröße herangewachsen, hatte mir bei jedem Schritte die unerträglichsten Schmerzen bereitet, und fieberhafte Müdigkeit, Essunlust, die trotzdem festgehaltene schwere Arbeit des Tages hatten sich mit den Schmerzen vereint, um meine Stimmung zu stören. Ich war nicht recht fähig, meinen ärztlichen Aufgaben nachzukommen, aber bei der Art und bei dem Sitze des Übels ließ sich an eine andere Wehrrichtung denken, für die ich sicherlich so untauglich gewesen wäre wie für keine andere, und diese ist das Reiten. Gerade in diese Tätigkeit versetzt mich nun der Traum, es ist die energischeste Negation des Leidens, die der Vorstellung zugänglich ist. Ich kann überhaupt nicht reiten, träume auch sonst nicht davon, bin überhaupt nur einmal auf einem Pferde gesessen und damals ohne Sattel, und es behagte mir nicht. Aber in diesem Trauma reite ich, als ob ich keinen Vorunkel am Damm hätte, nein, gerade weil ich keinen haben will. Mein Sattel ist der Beschreibung gemäß der Brei-Umschlag, der mir das Einschlafen ermöglicht hat. Wahrscheinlich habe ich durch die ersten Stunden des Schlafes so verwahrt nichts von meinem Leiden verspürt. Dann meldeten sich die schmerzhaften Empfindungen und wollten mich aufwecken, da kam der Traum und sagte beschwichtigend, schlaf doch weiter, du wirst doch nicht aufwachen. Du hast ja gar keinen Vorunkel, denn du reitest ja auf einem Pferde, und mit einem Vorunkel an der Stelle kann man doch nicht reiten. Und es gelang ihm so, der Schmerz wurde übertäubt und ich schlief weiter. Der Traum hat sich aber nicht damit begnügt, mir durch die hartnäckige Festhaltung einer mit dem Leiden unverträglichen Vorstellung, den Vorunkel abzusuggerieren, wobei er sich benommen wie der halluzinatorische Wahnsinn der Mutter, die ihr Kind verloren hat, 80, oder des Kaufmannes, den Verluste um sein Vermögen gebracht haben. Sondern die Einzelheiten der abgeleugneten Sensation und des zu ihrer Verdrängung gebrauchten Bildes dienen ihm auch als Material, um das, was sonst in der Seele aktuell vorhanden ist, an die Situation des Traumes anzuknüpfen und zur Darstellung zu bringen. Ich reite ein graues Pferd. Die Farbe des Pferdes entspricht genau dem pfeffer- und salzfarbigen Dress, in dem ich dem Kollegen Petsch zuletzt auf dem Lande begegnet bin. Scharfgewürzte Nahrung ist mir als die Ursache der Vorunkelose vorgehalten worden, immerhin als Etiologie dem Zucker vorzuziehen, an den man bei Vorunkelose denken kann. Freund Petsch liebt es, sich mir gegenüber aufs hohe Ross zu setzen, seitdem er mich bei einer Patientin abgelöst, mit der ich große Kunststücke ausgeführt hatte, ich sitze im Trauma auf dem Pferde zuerst wie ein Kunstreiter-Tangential, die mich aber wirklich, wie das Ross in der Anekdote den Sonntagsreiter, geführt hat, wohin sie wollte. So kommt das Ross zur symbolischen Bedeutung einer Patientin, es ist im Traume höchst intelligent. Ich fühle mich ganz heimisch oben geht auf die Stellung, die ich in dem Hause inne hatte, ehe ich durch Petsch ersetzt wurde. Ich habe gemeint, sie sitzen oben fest im Sattel, hat mir mit Beziehung auf dasselbe Haus einer meiner wenigen Gönner unter den großen Ärzten dieser Stadt vor kurzem gesagt. Es war auch ein Kunststück, mit solchen Schmerzen acht bis zehn Stunden täglich Psychotherapie zu treiben. Aber ich weiß, dass ich ohne volles körperliches Wohlbefinden meine besonders schwierige Arbeit nicht lange fortsetzen kann, und der Traum ist voll düsterer Anspielungen auf die Situation, die sich dann ergeben muss, der Zettel, wie ihn die Neurasteniker haben und dem Arzte vorzeigen nicht arbeiten und nicht essen. Bei weiterer Deutung sehe ich, dass es der Traumarbeit gelungen ist, von der Wunschsituation des Reitens den Weg zu finden zu sehr frühen Kinderstreitszenen, die sich zwischen mir und einem jetzt in England lebenden, übrigens um ein Jahr älteren Neffen abgespielt haben mussten. Außerdem hat er Elemente aus meinen Reisen in Italien aufgenommen. Die Straße im Traume ist aus Eindrücken von Verona und von Sina zusammengesetzt. Noch tiefer gehende Deutung führt zu sexuellen Traumgedanken, und ich erinnere mich, was bei einer Patientin, die nie in Italien war, die Traumanspielungen an das schöne Land bedeuten sollten, gehen Italien gen Italien, nicht ohne Anknüpfung gleichzeitig an das Haus, in dem ich vor Freund Petsch-Arzt war, und an die Stelle, an welcher mein Vorrunkel sitzt. 80. Vergleiche die Stelle bei Griesinger und die Bemerkung in meinem zweiten Aufsatz über die Abwehr Psychoneurosen, Neurologisches Zentralblatt 1896. Der Wunsch, den Schlaf fortzusetzen In einem anderen Traume gelang es mir auf ähnliche Weise, eine diesmal von einer Sinnesreizung drohende Schlafstörung abzuwehren, aber es war nur ein Zufall, der mich in den Stand setzte, den Zusammenhang des Traumes mit dem zufälligen Traumreiz zu entdecken, und solcher Art den Traum zu verstehen. Eines Morgens erwachte ich, es war im Hochsommer in einem tirolischen Höhenort, mit dem Wissen, geträumt zu haben, der Papst ist gestorben. Die Deutung dieses kurzen, nichtvisuellen Traumes gelang mir nicht. Ich erinnerte mich nur der einen Anlehnung für den Traum, dass in der Zeitung kurze Zeit vorher ein leichtes Unwohlsein Seniorheiligkeit gemeldet worden war. Aber im Laufe des Vormittags fragt meine Frau, hast du heute morgens das fürchterliche Glockenläuten gehört? Ich wusste nichts davon, dass ich es gehört hatte, aber ich verstand jetzt meinen Traum. Er war die Reaktion meines Schlafbedürfnisses auf den Lärm gewesen, durch den die frommen Tiroler mich wecken wollten. Ich rächte mich an ihnen durch die Folgerung, die den Inhalt des Traumes bildet, und schlief nun ganz ohne Interesse für das Geläute weiter. Unter den in den vorstehenden Abschnitten erwähnten Träumen fänden sich bereits mehrere, die als Beispiele für die Verarbeitung sogenannter Nervenreize dienen können. Der Traum vom Trinken in vollen Zügen ist ein solcher, in ihm ist der somatische Reiz anscheinend die einzige Traumquelle, der aus der Sensation entspringende Wunsch der Durst das einzige Traummotiv. Ähnlich ist es in anderen einfachen Träumen, wenn der somatische Reiz für sich allein einen Wunsch zu bilden vermag. Der Traum der Kranken, die nachts den Kühlapparat von der Wange abwirft, zeigt eine ungewöhnliche Art, auf Schmerzensreize mit einer Wunscherfüllung zu reagieren. Es scheint, dass es der Kranken vorübergehend gelungen war, sich analgisch zu machen, wobei sie ihre Schmerzen einem Fremden zuschob. Mein Traum von den drei Parzen ist ein offenbarer Hungertraum, aber er weiß das Nahrungsbedürfnis bis auf die Sehnsucht des Kindes nach der Mutterbrust zurückzuschieben, und die harmlose Begierde zur Decke für eine ernstere, die sich nicht so unverhüllt äußern darf, zu benutzen. Im Traume vom Grafen Thun konnten wir sehen, auf welchen Wegen ein akzidentell gegebenes körperliches Bedürfnis mit den stärksten, aber auch stärkst unterdrückten Regungen des Seelenlebens in Verbindung gebracht wird. Und wenn, wie in dem von Garnier berichteten Falle, der erste Konsul das Geräusch der explodierenden Höllenmaschine in einen Schlachtentraum verwebt, ehe er davon erwacht, so offenbart sich darin ganz besonders klar das Bestreben, in dessen Dienst die Seelentätigkeit sich überhaupt um die Sensationen während des Schlafens kümmert. Ein junger Advokat, der voll von seinem ersten großen Konkurs des Nachmittags einschläft, benimmt sich ganz ähnlich wie der große Napoleon. Er träumt von einem gewissen Gereich in Hussiatün, den er aus dem Konkurs kennt, aber Hussiatün drängt sich weiter gebieterisch auf, er muss erwachen und hört seine Frau, die an einem Bronchialkatar leidet, heftig husten. Halten wir diesen Traum des ersten Napoleon, der übrigens ein ausgezeichneter Schläfer war, und jenen anderen des langschläfrigen Studenten zusammen, der von seiner Zimmerfrau geweckt, er müsse ins Spital, sich in ein Spitalsbett träumt und dann mit der Motivierung weiterschläft. Wenn ich schon im Spital bin, brauche ich ja nicht aufzustehen, um hinzugehen. Der Letztere ist ein offenbarer Bequemlichkeitstraum. Der Schläfer gesteht sich das Motiv seines Träumens unverhohlen ein, deckt aber damit eines der Geheimnisse des Träumens überhaupt auf. In gewissem Sinne sind alle Träume Bequemlichkeitsträume, sie dienen der Absicht, den Schlaf fortzusetzen, anstatt zu erwachen. Der Traum ist der Wächter des Schlafes, nicht sein Störer. Gegen die psychisch erweckenden Momente werden wir diese Auffassung an anderer Stelle rechtfertigen, ihre Anwendbarkeit auf die Rolle der objektiven äußeren Reize können wir hier bereits begründen. Die Seele kümmert sich entweder überhaupt nicht um die Anlässe zu Sensationen während des Schlafes, wenn sie dies gegen die Intensität und die von ihr wohlverstandene Bedeutung dieser Reize vermag, oder sie verwendet den Traum dazu, diese Reize in Abrede zu stellen oder zu entwerten, oder drittens, wenn sie dieselben anerkennen muss, so sucht sie jene Deutung derselben auf. Welche die aktuelle Sensation als einen Teilbestand einer gewünschten und mit dem Schlafen verträglichen Situation hinstellt. Die aktuelle Sensation wird in einen Traum verflochten, um ihr die Realität zu rauben. Napoleon darf weiter schlafen, es ist ja nur eine Traumerinnerung an den Kanonendonner von Akole, was ihn stören will, 81. 81, der Inhalt dieses Traumes wird in den zwei Quellen, aus denen ich ihn kenne, nicht übereinstimmend erzählt. Der Wunsch zu schlafen, auf den sich das bewusste Ich eingestellt hat und der nebst der Traumzensur, 82, dessen Beitrag zum Träumen darstellt, muss so als Motiv der Traumbildung jedes Mal eingerechnet werden, und jeder gelungene Traum ist eine Erfüllung desselben. Wie dieser allgemeine, regelmäßig vorhandene und sich gleichbleibende Schlafwunsch sich zu den anderen Wünschen stellt, von denen bald der, bald jener durch den Trauminhalt erfüllt werden, dies wird Gegenstand einer anderen Auseinandersetzung sein. In dem Schlafwunsch haben wir aber jenes Moment aufgedeckt, welches die Lücke in der Strümpel-Wunsch-Chen-Theorie auszufüllen, die Schiefheit und Launenhaftigkeit in der Deutung des äußeren Reizes aufzuklären vermag. Die richtige Deutung, deren die schlafende Seele sehr wohl fähig ist, nehme ein tätiges Interesse in Anspruch, stellte die Anforderung, dem Schlafer ein Ende zu machen, es werden darum von den überhaupt möglichen Deutungen nur solche zugelassen, die mit der absolutistisch geübten Zensur des Schlafwunsches vereinbar sind. Etwa, die Nachtigall ist's und nicht die Lärche. Denn wenn's die Lärche ist, so hat die Liebesnacht ihr Ende gefunden. Unter den nun zulässigen Deutungen des Reizes wird dann jene ausgewählt, welche die beste Verknüpfung mit den in der Seele lauernden Wunschanregungen erwerben kann. So ist alles eindeutig bestimmt und nichts der Willkür überlassen. Die Missdeutung ist nicht Illusion, sondern wenn man so will Ausrede. Hier ist aber wiederum, wie bei dem Ersatz durch Verschiebung zu Diensten der Traumzensur ein Akt der Beugung des normalen psychischen Vorganges zuzugeben. 82. Und der später zu erwähnenden sekundären Bearbeitung Verwertung peinlicher Sensationen zur Erfüllung verdrängter Wünsche Wenn die äußeren Nerven und inneren Leibreize intensiv genug sind, um sich psychische Beachtung zu erzwingen, so stellen sie falls überhaupt Träumen und nicht erwachen Ihr Erfolg ist einen festen Punkt für die Traumbildung da, einen Kern im Traummaterial, zu dem eine entsprechende Wunscherfüllung in ähnlicher Weise gesucht wird, wie, siehe oben, die vermittelnden Vorstellungen zwischen zwei psychischen Traumreizen. Es ist insofern für eine Anzahl von Träumen richtig, dass in ihnen das somatische Element den Trauminhalt kommandiert. In diesem extremen Falle wird selbst behufs der Traumbildung ein gerade nicht aktueller Wunsch geweckt. Der Traum kann aber nicht anders, als einen Wunsch in einer Situation als erfüllt darstellen, er ist gleichsam vor die Aufgabe gestellt, zu suchen, welcher Wunsch durch die nun aktuelle Sensation als erfüllt dargestellt werden kann. Ist dies aktuelle Material von schmerzlichem oder peinlichem Charakter, so ist es doch darum zur Traumbildung nicht unbrauchbar. Das Seelenleben verfügt auch über Wünsche, deren Erfüllung Unlust hervorruft, was ein Widerspruch scheint, aber durch die Berufung auf das Vorhandensein zweier psychischer Instanzen und die zwischen ihnen bestehende Zensur erklärlich wird. Es gibt, wie wir gehört haben, im Seelenleben verdrängte Wünsche, die dem ersten System angehören, gegen deren Erfüllung das zweite System sich sträubt. Es gibt, ist nicht etwa historisch gemeint, dass es solche Wünsche gegeben hat und diese dann vernichtet worden sind, sondern die Lehre von der Verdrängung, deren man in der Psychoneurotik bedarf, behauptet, dass solche verdrängte Wünsche noch existieren, gleichzeitig aber eine Hemmung, die auf ihnen lastet. Die Sprache trifft das Richtige, wenn sie von Unterdrücken solcher Impulse redet. Die psychische Veranstaltung, damit solche unterdrückte Wünsche zur Realisierung durchdringen, bleibt erhalten und gebrauchsfähig. Ereignet es sich aber, dass ein solcher unterdrückter Wunsch doch vollzogen wird, so äußert sich die überwundene Hemmung des zweiten, bewusstseinsfähigen, Systems als Unlust. Um nun diese Erörterung zu schließen, wenn Sensationen mit Unlustcharakter im Schlafe aus somatischen Quellen vorhanden sind, so wird diese Konstellation von der Traumarbeit benutzt, um die Erfüllung eines sonst unterdrückten Wunsches mit mehr oder weniger Beibehalt der Zensur darzustellen. Dieser Sachverhalt ermöglicht eine Reihe von Angstträumen, während eine andere Reihe dieser der Wunschtheorie ungünstigen Traumbildungen einen anderen Mechanismus erkennen lässt. Die Angst in den Träumen kann nämlich eine psychoneurotische sein, aus psychosexuellen Erregungen stammen, wobei die Angst verdrängter Libido entspricht. Dann hat diese Angst wie der ganze Angsttraum die Bedeutung eines neurotischen Symptoms, und wir stehen an der Grenze, wo die wunscherfüllende Tendenz des Traumes scheitert. In anderen Angstträumen aber ist die Angstempfindung somatisch gegeben, etwa wie bei Lungen- und Herzkranken bei zufälliger Atembehinderung, und dann wird sie dazu benutzt, solchen energisch unterdrückten Wünschen zur Erfüllung als Traum zu verhelfen, deren Träumen aus psychischen Motiven die gleiche Angstentbindung zur Folge gehabt hätte. Es ist nicht schwer, die beiden scheinbar gesonderten Fälle zu vereinigen. Von zwei psychischen Bildungen, einer Affektneigung und einem Vorstellungsinhalt, die innig zusammengehören, hebt die eine, die aktuell gegeben ist, auch im Traume die andere, bald die somatisch gegebene Angst den unterdrückten Vorstellungsinhalt, bald der aus der Verdrängung befreite, mit sexueller Erregung einhergehende Vorstellungsinhalt die Angstentbindung. Von dem einen Falle kann man sagen, dass ein somatisch gegebener Affekt psychisch gedeutet wird, im anderen Falle ist alles psychisch gegeben, aber der unterdrückt gewesene Inhalt ersetzt sich leicht durch eine zur Angst passende somatische Deutung. Die Schwierigkeiten, die sich hier für das Verständnis ergeben, haben mit dem Traume nur wenig zu tun, sie rühren daher, dass wir mit diesen Erörterungen die Probleme der Angstentwicklung und der Verdrängung streifen. Zu den kommandierenden Traumreizen aus der inneren Leiblichkeit gehört unzweifelhaft die körperliche Gesamtstimmung. Nicht, dass sie den Trauminhalt liefern könnte, aber sie nötigt den Traumgedanken einer Auswahl aus dem Material auf, welches zur Darstellung im Trauminhalt dienen soll, indem sie den einen Teil dieses Materials, als zu ihrem Wesen passend, nahe legt, den anderen fernhält. Überdies ist ja wohl diese Allgemeinstimmung vom Tage her mit den Traum bedeutsamen psychischen Resten verknüpft. Dabei kann diese Stimmung selbst im Traume erhalten bleiben oder überwunden werden, sodass sie, wenn unlustvoll, ins Gegenteil umschlägt. Wenn die somatischen Reizquellen während des Schlafes die Schlafsensationen also nicht von ungewöhnlicher Intensität sind, so spielen sie nach meiner Schätzung für die Traumbildung eine ähnliche Rolle wie die als rezent verbliebenen, aber indifferenten Eindrücke des Tages. Ich meine nämlich, sie werden zur Traumbildung herangezogen, wenn sie sich zur Vereinigung mit dem Vorstellungsinhalt der psychischen Traumquelle eignen, im anderen Falle aber nicht. Sie werden wie ein wohlfeiles, allezeit bereitliegendes Material behandelt, welches zur Verwendung kommt, so oft man dessen bedarf, anstatt dass ein kostbares Material die Art seiner Verwendung selbst mit vorschreibt. Der Fall ist etwa ähnlich, wie wenn der Kunstgönner dem Künstler einen seltenen Stein, einen Onyx, bringt, aus ihm ein Kunstwerk zu gestalten. Die Größe des Steines, seine Farbe und Fleckung helfen mit Entscheiden, welcher Kopf oder welche Szene in ihm dargestellt werden soll, während bei gleichmäßigem und reichlichem Material von Marmor oder Sandstein der Künstler allein der Idee nachfolgt, die sich in seinem Sinne gestaltet. Auf diese Weise allein scheint mir die Tatsache verständlich, dass jener Trauminhalt, der von den nicht ins Ungewohnte gesteigerten Reizen aus unserer Leiblichkeit geliefert wird, doch nicht in allen Träumen und nicht in jeder Nacht im Traume erscheint, 83. 83. RANK hat in einer Reihe von Arbeiten gezeigt, dass gewisse, durch Organreiz hervorgerufene Weckträume, die Harnreiz und Pollutionsträume, besonders geeignet sind, den Kampf zwischen dem Schlafbedürfnis und den Anforderungen des organischen Bedürfnisses sowie den Einfluss des Letzteren auf den Trauminhalt zu demonstrieren. Ein Traum vom Gehemmtsein Vielleicht wird ein Beispiel, das uns wieder zur Traumdeutung zurückführt, meine Meinung am besten erläutern. Eines Tages mühte ich mich ab zu verstehen, was die Empfindung von Gehemmtsein, nicht von der Stelle können, nicht fertig werden und dergleichen, die so häufig geträumt wird und die der Angst so nahe verwandt ist, wohl bedeuten mag. In der Nacht darauf hatte ich folgenden Traum. Ich gehe in sehr unvollständiger Toilette aus einer Wohnung im Parterre über die Treppe in ein höheres Stockwerk. Dabei überspringe ich jedes Mal drei Stufen, freue mich, dass ich so flink Treppen steigen kann. Plötzlich sehe ich, dass ein Dienstmädchen die Treppen herab und also mir entgegenkommt. Ich schäme mich, will mich eilen und nun tritt jenes Gehemmtsein auf, ich klebe an den Stufen und komme nicht von der Stelle. Analyse Die Situation des Traumes ist der täglichen Wirklichkeit entnommen. Ich habe in einem Hause in Wien zwei Wohnungen, die nur durch die Treppe außen verbunden sind. Im Hochparterre befindet sich meine ärztliche Wohnung und mein Arbeitszimmer, einen Stock höher die Wohnräume. Wenn ich in später Stunde unten meine Arbeit vollendet habe, gehe ich über die Treppe ins Schlafzimmer. An dem Abend vor dem Trauma hatte ich diesen kurzen Weg wirklich in etwas derangierter Toilette gemacht, das heißt ich hatte Kragen, Krawatte und Manschetten abgelegt, im Trauma war daraus ein höherer, aber, wie gewöhnlich, unbestimmter Grad von Kleiderlosigkeit geworden. Das Überspringen von Stufen ist meine gewöhnliche Art, die Treppe zu gehen, übrigens eine bereits im Trauma anerkannte Wunscherfüllung, denn mit der Leichtigkeit dieser Leistung hatte ich mich ob des Zustandes meiner Herzarbeit getröstet. Ferner ist diese Art, die Treppe zu gehen, ein wirksamer Gegensatz zu der Hemmung in der zweiten Hälfte des Traumes. Sie zeigt mir was des Beweises nicht bedürfte, dass der Traum keine Schwierigkeit hat, sich motorische Aktionen in aller Vollkommenheit ausgeführt vorzustellen, man denke an das Fliegen im Traume. Die Treppe, über die ich gehe, ist aber nicht die meines Hauses, ich erkenne sie zunächst nicht, erst die mir entgegenkommende Person klärt mich über die gemeinte Örtlichkeit auf. Diese Person ist das Dienstmädchen der alten Dame, die ich täglich zweimal besuche, um ihr Injektionen zu machen, die Treppe ist auch ganz ähnlich jener, die ich zweimal im Tage dort zu ersteigen habe. Wie gelangt nun diese Treppe und diese Frauensperson in meinen Traum? Das Schämen, weil man nicht voll angekleidet ist, hat unzweifelhaft sexuellen Charakter, das Dienstmädchen, von dem ich träume, ist älter als ich, mürrisch und keineswegs anreizend. Zu diesen Fragen fällt mir nun nichts anderes ein als das folgende, wenn ich in diesem Hause den Morgenbesuch mache, werde ich gewöhnlich auf der Treppe von Reuspern befallen, das Produkt der Expektoration gerät auf die Stiege. In diesen beiden Stockwerken befindet sich nämlich kein Spucknapf, und ich vertrete den Standpunkt, dass die Reinhaltung der Treppe nicht auf meine Kosten erfolgen darf, sondern durch die Anbringung eines Spucknapfes ermöglicht werden soll. Die Hausmeisterin, eine gleichfalls ältliche und mürrische Person, aber von reinlichen Instinkten, wie ich ihr zuzugestehen bereit bin, nimmt in dieser Angelegenheit einen anderen Standpunkt ein. Sie lauert mir auf, ob ich mir wieder die besagte Freiheit erlauben werde, und wenn sie das konstatiert hat, höre ich sie vernehmlich brummen. Auch versagt sie mir dann für Tage die gewohnte Hochachtung, wenn wir uns begegnen. Am Vortag des Traumes bekam nun die Partei der Hausmeisterin eine Verstärkung durch das Dienstmädchen. Ich hatte eilig wie immer meinen Besuch bei der Kranken abgemacht, als die Dienerin mich im Vorzimmer stellte und die Bemerkung von sich gab, Herr Doktor hätten sich heute schon die Stiefel abputzen können, ehe sie ins Zimmer kommen. Der rote Teppich ist wiederum ganz schmutzig von ihren Füßen. Dies ist der ganze Anspruch, den Treppe und Dienstmädchen geltend machen können, um in meinem Traume zu erscheinen. Zwischen meinem über die Treppe fliegen und dem auf der Treppe spucken besteht ein inniger Zusammenhang. Rachenkater wie Herzbeschwerden sollen beide die Strafen für das Laster des Rauchens darstellen, wegen dessen ich natürlich auch bei meiner Hausfrau nicht den Ruf der größten Nettigkeit genieße, in dem einen Hause so wenig wie in dem anderen, die der Traum zu einem Gebilde verschmilzt. Die weitere Deutung des Traumes muss sich verschieben, bis ich berichten kann, woher der typische Traum von der unvollständigen Bekleidung rührt. Ich bemerke nur als vorläufiges Ergebnis des mitgeteilten Traumes, dass die Traumsensation der gehemmten Bewegung überall dort hervorgerufen wird, wo ein gewisser Zusammenhang ihrer bedarf. Ein besonderer Zustand meiner Motilität im Schlafe kann nicht die Ursache dieses Trauminhaltes sein, denn einen Moment vorher sah ich mich ja wie zur Sicherung dieser Erkenntnis leichtfüßig über die Stufen eilen. Die typische Träume Wir sind im Allgemeinen nicht imstande, den Traum eines anderen zu deuten, wenn derselbe uns nicht die hinter dem Trauminhalt stehenden unbewussten Gedanken ausliefern will, und dadurch wird die praktische Verwertbarkeit unserer Methode der Traumdeutung schwer beeinträchtigt. Nun gibt es aber, so recht im Gegensatz zu der sonstigen Freiheit des Einzelnen, sich seine Traumwelt in individueller Besonderheit auszustatten und dadurch dem Verständnis der anderen unzugänglich zu machen, eine gewisse Anzahl von Träumen, die fast jedermann in derselben Weise geträumt hat, von denen wir anzunehmen gewohnt sind, dass sie auch bei jedermann dieselbe Bedeutung haben. Ein besonderes Interesse wendet sich diesen typischen Träumen auch darum zu, weil sie vermutlich bei allen Menschen aus den gleichen Quellen stammen, also besonders gut geeignet scheinen, uns über die Quellen der Träume Aufschluss zu geben. Wir werden also mit ganz besonderen Erwartungen daran gehen, unsere Technik der Traumdeutung an diesen typischen Träumen zu versuchen und uns nur sehr ungern eingestehen, dass unsere Kunst sich gerade an diesem Material nicht recht bewährt. Bei der Deutung der typischen Träume versagen in der Regel die Einfälle des Träumers, die uns sonst zum Verständnis des Traumes geleitet haben, oder sie werden unklar und unzureichend, sodass wir unsere Aufgabe mit ihrer Hilfe nicht lösen können. Woher dies rührt und wie wir diesem Mangel unserer Technik abhelfen, wird sich an einer späteren Stelle unserer Arbeit ergeben. Dann wird dem Leser auch verständlich werden, warum ich hier nur einige aus der Gruppe der typischen Träume behandeln kann und die Erörterung der anderen auf jenen späteren Zusammenhang verschiebe. Der Verlegenheitstraum der Nacktheit Der Traum, dass man nackt oder schlecht bekleidet in Gegenwart Fremder sei, kommt auch mit der Zutat vor, man habe sich dessen gar nicht geschämt und dergleichen unser Interesse gebührt aber dem Nacktheitstraume nur dann, wenn man in ihm Scham und Verlegenheit empfindet, entfliehen oder sich verbergen will und dabei der eigentümlichen Hemmung unterliegt, dass man nicht von der Stelle kann und sich Unvermögen entfühlt. Die peinliche Situation zu verändern Nur in dieser Verbindung ist der Traum typisch, der Kern seines Inhaltes mag sonst in allerlei andere Verknüpfungen einbezogen werden oder mit individuellen Zutaten versetzt sein. Es handelt sich im Wesentlichen um die peinliche Empfindung von der Natur der Scham, dass man seine Nacktheit, meist durch Lokomotion, verbergen möchte und es nicht zustande bringt. Ich glaube, die allermeisten meiner Leser werden sich in dieser Situation im Traume bereits befunden haben. Für gewöhnlich ist die Art und Weise der NT-Kleidung wenig deutlich. Man hört etwa erzählen, ich war im Hemde, aber dies ist selten ein klares Bild, meist ist die Unbekleidung so unbestimmt, dass sie durch eine Alternative in der Erzählung wiedergegeben wird. Ich war im Hemde oder im Unterrocke. In der Regel ist der Defekt der Toilette nicht so arg, dass die dazugehörige schamgerechtfertigt schiene. Für den, der den Rock des Kaisers getragen hat, ersetzt sich die Nacktheit häufig durch eine vorschriftswidrige Adjustierung. Ich bin ohne Säbel auf der Straße und sehe Offiziere näher kommen, oder ohne Halsbinde, oder trage eine karierte Zivilhose und dergleichen. Die Leute, vor denen man sich schämt, sind fast immer Fremde mit unbestimmt gelassenen Gesichtern. Niemals ereignet es sich im typischen Traume, dass man wegen der Kleidung, die einem selbst solche Verlegenheit bereitet, beanstandet oder auch nur bemerkt wird. Die Leute machen ganz im Gegenteil gleichgültige, oder wie ich es in einem besonders klaren Traume wahrnehmen konnte, feierlich steife Minen. Das gibt zu denken. Die Schamverlegenheit des Träumers und die Gleichgültigkeit der Leute ergeben mitsammen einen Widerspruch, wie er im Traume häufig vorkommt. Zu der Empfindung des Träumenden würde doch nur passen, dass die Fremden ihn erstaunt ansehen und verlachen, oder sich über ihn entrüsten. Ich meine aber, dieser anstößige Zug ist durch die Wunscherfüllung beseitigt worden, während der andere, durch irgendwelche Macht gehalten, stehen blieb, und so stimmen die beiden Stücke dann schlecht zueinander. Wir besitzen ein interessantes Zeugnis dafür, dass der Traum in seiner durch Wunscherfüllung partiell entstellten Form das richtige Verständnis nicht gefunden hat. Er ist nämlich die Grundlage eines Märchens geworden, welches uns allen in der Andersen'schen Fassung, 84, bekannt ist und in der jüngsten Zeit durch El Fulda im Talisman poetischer Verwertung zugeführt worden ist. Im Andersen'schen Märchen wird von zwei Betrügern erzählt, die für den Kaiser ein kostbares Gewand weben, das aber nur den Guten und Treuen sichtbar sein soll. Der Kaiser geht mit diesem unsichtbaren Gewand bekleidet aus, und durch die prüfsteinartige Kraft des Gewebes erschreckt, tun alle Leute, als ob sie die Nacktheit des Kaisers nicht merkten. 84, des Kaisers neue Kleider Letzteres ist aber die Situation unseres Traumes. Es gehört wohl nicht viel Kühnheit dazu, anzunehmen, dass der unverständliche Trauminhalt eine Anregung gegeben hat, um eine Einkleidung zu erfinden, in welcher die vor der Erinnerung stehende Situation sinnreich wird. Dieselbe ist dabei ihrer ursprünglichen Bedeutung beraubt und fremden Zwecken dienstbar gemacht worden. Aber wir werden hören, dass solches Missverständnis des Trauminhaltes durch die bewusste Denktätigkeit eines zweiten psychischen Systems häufig vorkommt und als ein Faktor für die endgültige Traumgestaltung anzuerkennen ist, ferner dass bei der Bildung von Zwangsvorstellungen und Phobien ähnliche Missverständnisse gleichfalls innerhalb der nämlichen psychischen Persönlichkeit eine Hauptrolle spielen. Es lässt sich auch für unseren Traum angeben, woher das Material für die Umdeutung genommen wird. Der Betrüger ist der Traum, der Kaiser der Träumer selbst, und die moralierende Tendenz verrät eine dunkle Kenntnis davon, dass es sich im latenten Trauminhalte um unerlaubte, der Verdrängung geopferte Wünsche handelt. Der Zusammenhang, in welchem solche Träume während meiner Analysen bei Neurotikern auftreten, lässt nämlich keinen Zweifel darüber, dass dem Trauma eine Erinnerung aus der frühesten Kindheit zugrunde liegt. Nur in unserer Kindheit gab es die Zeit, dass wir in mangelhafter Bekleidung von unseren Angehörigen wie von fremden Pflegepersonen, Dienstmädchen, Besuchern gesehen wurden, und wir haben uns damals unserer Nacktheit nicht geschämt, 85. An vielen Kindern kann man noch in späteren Jahren beobachten, dass ihre NT-Kleidung wie berauschend auf sie wirkt, anstatt sie zur Scham zu leiten. Sie lachen, springen herum, schlagen sich auf den Leib, die Mutter oder wer dabei ist, verweist es ihnen, sagt, Pfui, das ist eine Schande, das darf man nicht. Die Kinder zeigen häufig Exhibitionsgelüste, man kann kaum durch ein Dorf in unseren Gegenden gehen, ohne dass man einem zwei- bis dreijährigen Kleinen begegnete, welches vor dem Wanderer, vielleicht ihm zu ehren, sein Hemdchen hochhebt. Einer meiner Patienten hat in seiner bewussten Erinnerung eine Szene aus seinem achten Lebensjahre bewahrt, wie er nach der NT-Kleidung vor dem Schlafengehen im Hemde zu seiner kleinen Schwester im nächsten Zimmer hinaustanzen will, und wie die dienende Person es ihm verwehrt. In der Jugendgeschichte von Neurotikern spielt die Entblößung vor Kindern des anderen Geschlechtes eine große Rolle, in der Paranoia ist der Wahn, beim An- und Auskleiden beobachtet zu werden, auf diese Erlebnisse zurückzuführen. Unter den Perversgebliebenen ist eine Klasse, bei denen der infantile Impuls zum Zwang erhoben worden ist, die der Exhibitionisten. 85. Das Kind tritt auch im Märchen auf, denn dort ruft plötzlich ein kleines Kind, aber er hat ja gar nichts an. Der Nacktheitstraum als Exhibitionstraum aufzuklären. Diese der Scham entbehrende Kindheit erscheint unserer Rückschau später als ein Paradies, und das Paradies selbst ist nichts anderes als die Massenfantasie von der Kindheit des Einzelnen. Darum sind auch im Paradies die Menschen nackt und schämen sich nicht voreinander, bis ein Moment kommt, in dem die Scham und die Angst erwachen, die Vertreibung erfolgt, das Geschlechtsleben und die Kulturarbeit beginnt. In dieses Paradies kann uns nun der Traum allnächtlich zurückführen. Wir haben bereits der Vermutung Ausdruck gegeben, dass die Eindrücke aus der ersten Kindheit, der prähistorischen Periode bis etwa zum vollendeten vierten Jahre, an und für sich, vielleicht ohne dass es auf ihren Inhalt weiter ankäme, nach Reproduktion verlangen, dass deren Wiederholung eine Wunscherfüllung ist. Die Nacktheitsträume sind also Exhibitionsträume 86. 86, eine Anzahl interessanter Nacktheitsträume bei Frauen, die sich ohne Schwierigkeiten auf die infantile Exhibitionslust zurückführen ließen, aber in manchen Zügen von dem oben behandelten typischen Nacktheitstraum abweichen, hat Ferenke mitgeteilt. Den Kern des Exhibitionstraumes bildet die eigene Gestalt, die nicht als die eines Kindes, sondern wie in der Gegenwart gesehen wird, und die mangelhafte Bekleidung, welche durch die Überlagerung so vieler späterer Negligee-Erinnerungen oder der Zensur zuliebe undeutlich ausfällt, dazu kommen nun die Personen, vor denen man sich schämt. Ich kenne kein Beispiel, dass die tatsächlichen Zuschauer bei jenen infantilen Exhibitionen im Traume wieder auftreten. Der Traum ist eben fast niemals eine einfache Erinnerung. Merkwürdigerweise werden jene Personen, denen unser sexuelles Interesse in der Kindheit galt, in allen Reproduktionen des Traumes, der Hysterie und der Zwangsneurose ausgelassen, erst die Paranoia setzt die Zuschauer wieder ein und schließt, obwohl sie unsichtbar geblieben sind, mit fanatischer Überzeugung auf ihre Gegenwart. Was der Traum für sie einsetzt, viele fremde Leute, die sich nicht um das gebotene Schauspiel kümmern, ist geradezu der Wunschgegensatz zu jener einzelnen, wohlvertrauten Person, der man die Entblößung bot. Viele fremde Leute finden sich in Träumen übrigens auch häufig in beliebigem anderen Zusammenhang. Sie bedeuten immer als Wunschgegensatz Geheimnis. 87 Man merkt, wie auch die Restitution des alten Sachverhaltes, die in der Paranoia vor sich geht, diesem Gegensatzer Rechnung trägt. Man ist nicht mehr allein, man wird ganz gewiss beobachtet, aber die Beobachter sind viele, fremde, merkwürdig unbestimmt gelassene Leute. 87 Dasselbe bedeutet, aus begreiflichen Gründen, im Traume die Anwesenheit der ganzen Familie. Außerdem kommt im Exhibitionstraume die Verdrängung zur Sprache. Die peinliche Empfindung des Traumes ist ja die Reaktion des zweiten psychischen Systems dagegen, dass der von ihr verworfene Inhalt der Exhibitionsszene dennoch zur Vorstellung gelangt ist. Um sie zu ersparen, hätte die Szene nicht wieder belebt werden dürfen. Von der Empfindung des Gehemmseins werden wir später nochmals handeln. Sie dient im Traume vortrefflich dazu, den Willenskonflikt, das Nein, darzustellen. Nach der unbewussten Absicht soll die Exhibition fortgesetzt, nach der Forderung der Zensur unterbrochen werden. Die Beziehungen unserer typischen Träume zu den Märchen und anderen Dichtungsstoffen sind gewiss weder vereinzelte noch zufällige. Gelegentlich hat ein scharfes Dichterauge den Umwandlungsprozess, dessen Werkzeug sonst der Dichter ist, analytisch erkannt und ihn in umgekehrter Richtung verfolgt, also die Dichtung auf den Traum zurückgeführt. Ein Freund macht mich auf folgende Stelle aus Gekellers grünem Heinrich aufmerksam. Ich wünsche Ihnen nicht, lieber Lee, dass Sie jemals die ausgesuchte pikante Wahrheit in der Lage des Odysseus, wo er nackt und mit Schlamm bedeckt vor Nausicaa und ihren Gespielen erscheint, so recht aus Erfahrung empfinden lernen. Wollen Sie wissen, wie das zugeht? Halten wir das Beispiel einmal fest. Wenn Sie einst getrennt von Ihrer Heimat und allem, was Ihnen lieb ist, in der Fremde umherschweifen und Sie haben viel gesehen und viel erfahren, haben Kummer und Sorge, sind wohl gar elend und verlassen, so wird es Ihnen des Nachts unfehlbar träumen, dass Sie sich Ihrer Heimat nähern, Sie sehen sie glänzen und leuchten in den schönsten Farben, Holde, Feine und Liebegestalten treten Ihnen entgegen, da entdecken Sie plötzlich, dass Sie zerfetzt, nackt und staubbedeckt umhergehen. Eine namenlose Scham und Angst fasst Sie, Sie suchen sich zu bedecken, zu verbergen und erwachen im Schweiße gebadet. Dies ist, solange es Menschen gibt, der Traum des Kummerwollen, umhergeworfenen Mannes, und so hat Homer jene Lage aus dem tiefsten und ewigen Wesen der Menschheit herausgenommen. Das tiefste und ewige Wesen der Menschen, auf dessen Erweckung der Dichter in der Regel bei seinen Hörern baut, das sind jene Regungen des Seelenlebens, die in der später prähistorisch gewordenen Kinderzeitwurzeln. Hinter den bewusstseinsfähigen und einwandfreien Wünschen des Heimatlosen brechen im Traume die unterdrückten und unerlaubt gewordenen Kinderwünsche hervor, und darum schlägt der Traum, den die Sage von der Nausicaa objektiviert, regelmäßig in einen Angsttraum um. Mein eigener, auf Page 179 erwähnter Traum von dem Eilen über die Treppe, das sich bald nachher in ein an den Stufen kleben verwandelt, ist gleichfalls ein Exhibitionstraum, da er die wesentlichen Bestandstücke eines solchen aufweist. Er müsste sich also auf Kindererlebnisse zurückführen lassen, und die Kenntnis derselben müsste einen Aufschluss darüber geben, inwiefern das Benehmen des Dienstmädchens gegen mich, ihr Vorwurf, dass ich den Teppich schmutzig gemacht habe, ihr zur Stellung verhilft, die sie im Trauma einnimmt. Ich kann die gewünschten Aufklärungen nun wirklich beibringen. In einer Psychoanalyse lernt man die zeitliche Annäherung auf sachlichen Zusammenhang umdeuten, zwei Gedanken, die, anscheinend zusammenhangslos, unmittelbar aufeinander folgen, gehören zu einer Einheit, die zu erraten ist, ebenso wie ein A und ein B, die ich nebeneinander hinschreibe, als eine Silbe, ab, ausgesprochen werden sollen. Ähnlich mit der Aufeinanderbeziehung der Träume. Der erwähnte Traum von der Treppe ist aus einer Traumreihe herausgegriffen, deren andere Glieder mir der Deutung nach bekannt sind. Der von ihnen eingeschlossene Traum muss in denselben Zusammenhang gehören. Nun liegt jenen anderen einschließenden Träumen die Erinnerung an eine Kinderfrau zugrunde, die mich von irgendeinem Termin der Säuglingszeit bis zum Alter von zweieinhalb Jahren betreut hat, von der mir auch eine dunkle Erinnerung im Bewusstsein geblieben ist. Nach den Auskünften, die ich unlängst von meiner Mutter eingeholt habe, war sie alt und hässlich, aber sehr klug und tüchtig. Nach den Schlüssen, die ich aus meinen Träumen ziehen darf, hat sie mir nicht immer die liebevollste Behandlung angedeihen und mich harte Worte hören lassen, wenn ich der Erziehung zur Reinlichkeit kein genügendes Verständnis entgegenbrachte. Indem also das Dienstmädchen dieses Erziehungswerk fortzusetzen sich bemüht, erwirbt sie den Anspruch, von mir als Inkarnation der prähistorischen Alten im Traume behandelt zu werden. Es ist wohl anzunehmen, dass das Kind dieser Erzieherin, trotz ihrer schlechten Behandlung, seine Liebe geschenkt hat. 88 88, eine Überdeutung dieses Traumes, auf der Treppe Spucken, das führte, da Spucken eine Tätigkeit der Geister ist, bei loser Übersetzung zum Esprit des Caliers. Treppenwitz heißt so viel als Mangel an Schlagfertigkeit. Den habe ich mir wirklich vorzuwerfen. Ob aber die Kinderfrau es an Schlagfertigkeit hat fehlen lassen? Die Träume vom Tod teurer Personen Eine andere Reihe von Träumen, die typisch genannt werden dürfen, sind die mit dem Inhalte, dass ein teurer Verwandter, Eltern oder Geschwister, Kinder und so weiter gestorben ist. Man muss sofort von diesen Träumen zwei Klassen unterscheiden, die einen, bei welchen man im Traume von Trauer unberührt bleibt, so dass man sich nach dem Erwachen über seine Gefühllosigkeit wundert, die anderen, bei denen man tiefen Schmerz über den Todesfall empfindet, ja ihn selbst in heißen Tränen während des Schlafes äußert. Die Träume der ersten Gruppe dürfen wir beiseite lassen, sie haben keinen Anspruch, als typisch zu gelten. Wenn man sie analysiert, findet man, dass sie etwas anderes bedeuten, als sie enthalten, dass sie dazu bestimmt sind, irgendeinen anderen Wunsch zu verdecken. So der Traum der Tante, die den einzigen Sohn ihrer Schwester aufgebahrt vor sich sieht, Page 116. Das bedeutet nicht, dass sie dem kleinen Neffen den Tod wünscht, sondern verbirgt nur, wie wir erfahren haben, den Wunsch, eine gewisse geliebte Person nach langer Entbehrung wiederzusehen, dieselbe, die sie früher einmal nach ähnlich langer Pause bei der Leiche eines anderen Neffen wiedergesehen hat. Dieser Wunsch, welcher der eigentliche Inhalt des Traumes ist, gibt keinen Anlass zur Trauer, und darum wird auch im Traume keine Trauer verspürt. Man merkt es hier, dass die im Traume enthaltene Empfindung nicht zum manifesten Trauminhalt gehört, sondern zum latenten, dass der Affektinhalt des Traumes von der NT-Stellung freigeblieben ist, welche den Vorstellungsinhalt betroffen hat. Anders die Träume, in denen der Tod einer geliebten Verwandten Person vorgestellt und dabei schmerzlicher Affekt verspürt wird. Diese bedeuten, was ihr Inhalt besagt, den Wunsch, dass die betreffende Person sterben möge, und da ich hier erwarten darf, dass sich die Gefühle aller Leser und aller Personen, die Ähnliches geträumt haben, gegen meine Auslegung sträuben werden, muss ich den Beweis auf der breitesten Basis anstreben. Wir haben bereits einen Traum erläutert, aus dem wir lernen konnten, dass die Wünsche, welche sich in Träumen als erfüllt darstellen, nicht immer aktuelle Wünsche sind. Es können auch verflossene, abgetane, überlagerte und verdrängte Wünsche sein, denen wir nur wegen ihres Wiederauftauchens im Traume doch eine Art von Fortexistenz zusprechen müssen. Sie sind nicht tot wie die Verstorbenen nach unserem Begriffe, sondern wie die Schatten der Odyssee, die, sobald sie Blut getrunken haben, zu einem gewissen Leben erwachen. In jenem Traume vom toten Kinde in der Schachtel, Page 118, handelte es sich um einen Wunsch, der vor 15 Jahren aktuell war und von damals her unumwunden eingestanden wurde. Es ist vielleicht für die Theorie des Traumes nicht gleichgültig, wenn ich hinzufüge, dass selbst diesem Wunsche eine Erinnerung aus der frühesten Kindheit zugrunde liegt. Die Träumerin hat als kleines Kind wann, ist nicht sicher festzustellen gehört, dass ihre Mutter in der Schwangerschaft, deren Frucht sie wurde, in eine schwere Verstimmung verfallen war und dem Kinde in ihrem Leibe sehnlichst den Tod gewünscht hatte. Selbst erwachsen und gravid geworden, folgte sie nur dem Beispiele der Mutter. Wenn jemand unter Schmerzentsösserungen davon träumt, sein Vater oder seine Mutter, Bruder oder Schwester seien gestorben, so werde ich diesen Traum niemals als Beweis dafür verwenden, dass er ihnen jetzt den Tod wünscht. Die Theorie des Traumes fordert nicht zu viel, sie begnügt sich zu schließen, dass er ihnen irgendeinmal in der Kindheit den Tod gewünscht habe. Ich fürchte aber, diese Einschränkung wird noch wenig zur Beruhigung der Beschwerdeführer beitragen, diese dürften ebenso energisch die Möglichkeit bestreiten, dass sie je so gedacht haben, wie sie sich sicher fühlen, nicht in der Gegenwart solche Wünsche zu hegen. Ich muss darum ein Stück vom untergegangenen Kinderseelenleben nach den Zeugnissen, die noch die Gegenwart aufweist, wiederherstellen, 89. 89, vergleiche hierzu, Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben im Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen, BDI, 1909, und über infantile Sexualtheorien in Sammlung KL. Schriftenzett Neurosenlehre, zweite Folge Die Feindseligkeit des Kindes gegen Geschwister Fassen wir zunächst das Verhältnis der Kinder zu ihren Geschwistern ins Auge. Ich weiß nicht, warum wir voraussetzen, es müsse ein liebevolles sein, da doch die Beispiele von Geschwisterfeindschaft unter Erwachsenen in der Erfahrung eines jeden sich drängen, und wir so oft feststellen können, diese Entzweihung rühre noch aus der Kindheit her, oder habe von jeher bestanden. Aber auch sehr viele Erwachsene, die heute an ihren Geschwistern zärtlich hängen und ihnen beistehen, haben in ihrer Kindheit in kaum unterbrochener Feindschaft mit ihnen gelebt. Das ältere Kind hat das Jüngere misshandelt, angeschwärzt, es seiner Spielsachen beraubt, das Jüngere hat sich in ohnmächtiger Wut gegen das Ältere verzehrt, es beneidet und befürchtet, oder seine ersten Regungen von Freiheitsdrang und Rechtsbewusstsein haben sich gegen den Unterdrücker gewendet. Die Eltern sagen, die Kinder vertragen sich nicht und wissen den Grund hierfür nicht zu finden. Es ist nicht schwer zu sehen, dass der Charakter auch des braven Kindes ein anderer ist, als wir ihn bei einem Erwachsenen zu finden wünschen. Das Kind ist absolut egoistisch, es empfindet seine Bedürfnisse intensiv und strebt rücksichtslos nach ihrer Befriedigung, insbesondere gegen seine Mitbewerber, andere Kinder, und in erster Linie gegen seine Geschwister. Wir heißen das Kind aber darum nicht schlecht, wir heißen es schlimm, es ist unverantwortlich für seine bösen Taten vor unserem Urteil wie vor dem Strafgesetz. Und das mit Recht, denn wir dürfen erwarten, dass noch innerhalb von Lebenszeiten, die wir der Kindheit zurechnen, in dem kleinen Egoisten die altruistischen Regungen und die Moral erwachen werden, dass, mit meiner zu reden, ein sekundäres Ich das Primäre überlagern und hemmen wird. Wohl entsteht die Moralität nicht gleichzeitig auf der ganzen Linie, auch ist die Dauer der morallosen Kindheitsperiode bei den einzelnen Individuen verschieden lang. Wo die Entwicklung dieser Moralität ausbleibt, sprechen wir gern von Degeneration, es handelt sich offenbar um eine Entwicklungshemmung. Wo der primäre Charakter durch die spätere Entwicklung bereits überlagert ist, kann er durch die Erkrankung an Hysterie wenigstens partiell wieder freigelegt werden. Die Übereinstimmung des sogenannten hysterischen Charakters mit dem eines schlimmen Kindes ist geradezu auffällig. Die Zwangsneurose hingegen entspricht dem Durchbruch einer Übermoralität, die als verstärkende Belastung dem sich immer widerregenden primären Charakter auferlegt war. Viele Personen also, die heute ihre Geschwister lieben und sich durch ihr Hinterben beraubt fühlen würden, tragen von früher her böse Wünsche gegen dieselben in ihrem Unbewussten, welche sich in Träumen zu realisieren vermögen. Es ist aber ganz besonders interessant, kleine Kinder bis zu drei Jahren oder wenig darüber in ihrem Verhalten gegen jüngere Geschwister zu beobachten. Das Kind war bisher das Einzige, nun wird ihm angekündigt, dass der Storch ein neues Kind gebracht hat. Das Kind mustert den Ankömmling und äußert dann entschieden, der Storch soll es wieder mitnehmen. 90 90 Der dreieinhalbjährige Hans, dessen Phobie Gegenstand der Analyse in der vorhin erwähnten Veröffentlichung ist, ruft im Fieber kurz nach der Geburt einer Schwester, ich will aber kein Schwesterchen haben. In seiner Neurose, 1,5 Jahre später, gesteht er den Wunsch, dass die Mutter das Kleine beim Baden in die Wanne fallen lassen möge, damit es sterbe, unumwunden ein. Dabei ist Hans ein gutartiges zärtliches Kind, welches bald auch diese Schwester liebgewinnt und sie besonders gern protegiert. Ich bekenne mich in allem ernst zur Meinung, dass das Kind abzuschätzen weiß, welche Benachteiligung es von dem Fremdling zu erwarten hat. Von einer mir nahestehenden Dame, die sich heute mit ihrer um vier Jahre jüngeren Schwester sehr gut verträgt, weiß ich, dass sie die Nachricht von deren Ankunft mit dem Vorbehalt beantwortet hat, aber meine rote Kappe werde ich ihr doch nicht geben. Sollte das Kind erst später zu dieser Erkenntnis kommen, so wird seine Feindseligkeit in diesen Zeitpunkte erwachen. Ich kenne einen Fall, dass ein nicht dreijähriges Mädchen den Säugling in der Wiege zu erwürgen versuchte, von dessen weiterer Anwesenheit ihr nichts Gutes ahnte. Der Eifersucht sind Kinder um diese Lebenszeit in aller Stärke und Deutlichkeit fähig. Oder das kleine Geschwister Chen ist wirklich bald wieder verschwunden, das Kind hat wieder alle Zärtlichkeit im Hause auf sich vereinigt, Nun kommt ein Neues vom Storche geschickt. Ist es da nicht korrekt, dass unser Liebling den Wunsch in sich erschaffen sollte, der neue Konkurrent möge dasselbe Schicksal haben wie der frühere, damit es ihm wieder so gut gehe wie vorhin und in der Zwischenzeit? 91. Natürlich ist dieses Verhalten des Kindes gegen die Nachgeborenen in normalen Verhältnissen eine einfache Funktion des Altersunterschiedes. Bei einem gewissen Intervall werden sich in dem älteren Mädchen bereits die mütterlichen Instinkte gegen das hilflose Neugeborene regen. 91. Solche in der Kindheit erlebte Sterbefälle mögen in der Familie bald vergessen worden sein, die psychoanalytische Erforschung zeigt doch, dass sie für die spätere Neurose sehr bedeutungsvoll geworden sind. Empfindungen von Feindseligkeit gegen die Geschwister müssen im Kindesalter noch weit häufiger sein, als sie der stumpfen Beobachtung Erwachsener auffallen. 92. 92. Beobachtungen, die sich auf das ursprünglich feindselige Verhalten von Kindern gegen Geschwister und einen Elternteil beziehen, sind seither in großer Anzahl gemacht und in der psychoanalytischen Literatur niedergelegt worden. Besonders echt und naiv hat der Dichter Spitteler diese typische kindliche Einstellung aus seiner frühesten Kindheit geschildert, übrigens war noch ein zweiter Adolf da. Ein kleines Geschöpf, von dem man behauptete, er wäre mein Bruder, von dem ich aber nicht begriff, wozu er nützlich sei, noch weniger, weswegen man solch ein Wesen aus ihm mache wie von mir selber. Ich genügte für mein Bedürfnis, was brauchte ich einen Bruder? Und nicht bloß unnütz war er, sondern mitunter sogar hinderlich. Wenn ich die Großmutter belästigte, wollte er sie ebenfalls belästigen, wenn ich im Kinderwagen gefahren wurde, saß er gegenüber und nahm mir die Hälfte Platz weg, sodass wir uns mit den Füßen stoßen mussten. Bei meinen eigenen Kindern, die einander rasch folgten, habe ich die Gelegenheit zu solchen Beobachtungen versäumt, ich hole sie jetzt bei meinem kleinen Neffen nach, dessen Alleinherrschaft nach fünfzehn Monaten durch das Auftreten einer Mitbewerberin gestört wurde. Ich höre zwar, dass der junge Mann sich sehr ritterlich gegen das Schwester Chen benimmt, ihr die Hand küsst und sie streichelt, ich überzeuge mich aber, dass er schon vor seinem vollendeten zweiten Jahre seine Sprachfähigkeit dazu benutzt, um Kritik an der ihm doch nur überflüssig erscheinenden Person zu üben. So oft die Rede auf sie kommt, mengt er sich ins Gespräch und ruft unwillig, zu KL ein, zu KL ein. In den letzten Monaten, seitdem das Kind sich durch vortreffliche Entwicklung dieser Geringschätzung entzogen hat, weiß er seine Mahnung, dass sie so viel Aufmerksamkeit nicht verdient, anders zu begründen. Er erinnert bei allen geeigneten Anlässen daran, sie hat keine Zähne, 93. Von dem ältesten Mädchen einer anderen Schwester haben wir alle die Erinnerung bewahrt, wie das damals sechsjährige Kind sich eine halbe Stunde lang von allen Tanten bestätigen ließ, nicht wahr, das kann die Luce noch nicht verstehen. Luce war die um zweieinhalb Jahre jüngere Konkurrentin. 93. In die nämlichen Worte kleidet der dreieinhalbjährige Hans seine vernichtende Kritik seiner Schwester, LC. Er nimmt an, dass sie wegen des Mangels der Zähne nicht sprechen kann. Den gesteigerter Feindseligkeit entsprechenden Traum vom Tode der Geschwister habe ich zum Beispiel bei keiner meiner Patientinnen vermisst. Ich fand nur eine Ausnahme, die sich leicht in eine Bestätigung der Regel umdeuten ließ. Als sich einst einer Dame während einer Sitzung diesen Sachverhalt erklärte, der mir bei dem Symptom an der Tagesordnung in Betracht zu kommen schien, antwortete sie mir zu meinem Erstaunen, sie habe solche Träume nie gehabt. Ein anderer Traum fiel ihr aber ein, der angeblich damit nichts zu schaffen hatte, ein Traum, den sie mit vier Jahren, zuerst als damals jüngste, und dann wiederholt geträumt hatte. Eine Menge Kinder, alle ihre Brüder, Schwestern, Cousins und Cousinen tummelten sich auf einer Wiese. Plötzlich bekamen sie Flügel, flogen auf und waren weg. Von der Bedeutung des Traumes hatte sie keine Ahnung, es wird uns nicht schwerfallen, einen Traum vom Tode aller Geschwister in seiner ursprünglichen, durch die Zensur wenig beeinflussten Form darin zu erkennen. Ich getraue mich folgender Analyse unterzuschieben. Bei dem Tode eines aus der Kinderschar die Kinder zweier Brüder wurden in diesem Falle in geschwisterlicher Gemeinschaft aufgezogen wird, unsere noch nicht vierjährige Träumerin eine weise, erwachsene Person gefragt haben. Was wird denn aus den Kindern, wenn sie tot sind? Die Antwort wird gelautet haben, dann bekommen sie Flügel und werden Engel. Im Traume nach dieser Aufklärung haben nun die Geschwister alle Flügel wie die Engel und was die Hauptsache ist, sie fliegen weg. Unsere kleine Engelmacherin bleibt allein, man denke, das Einzige nach einer solchen Schar. Dass sich die Kinder auf einer Wiese tummeln, von der sie wegfliegen, deutet kaum missverständlich auf Schmetterlinge hin, als ob dieselbe Gedankenverbindung das Kind geleitet hätte, welche die Alten bewog, die Psyche mit Schmetterlingsflügeln zu bilden. Die Vorstellung des Kindes vom Todsein Vielleicht wirft nun jemand ein, die feindseligen Impulse der Kinder gegen ihre Geschwister sein wohl zuzugeben, aber wie käme das Kindergemüt zu der Höhe von Schlechtigkeit, dem Mitbewerber oder stärkeren Spielgenossen gleich den Tod zu wünschen, als ob alle vergehen nur durch die Todesstrafe zu Sühnen seien. Wer so spricht, erwägt nicht, dass die Vorstellung des Kindes vom Todsein mit der Unseregen das Wort und dann nur noch wenig anderes gemein hat. Das Kind weiß nichts von den Gräueln der Verwesung, vom Frieren im kalten Grabe, vom Schrecken des Endlosen nichts, dass der Erwachsene, wie alle Mythen vom Jenseits zeugen, in seiner Vorstellung so schlecht verträgt. Die Furcht vor dem Tode ist ihm fremd, darum spielt es mit dem grässlichen Worte und droht einem anderen Kinder, wenn du das noch einmal tust, wirst du sterben, wie der Franz gestorben ist, wobei es die arme Mutter schaudernd überläuft, die vielleicht nicht daran vergessen kann, dass die größere Hälfte der erdgeborenen Menschen ihr Leben nicht über die Jahre der Kindheit bringt. Noch mit acht Jahren kann das Kind, von einem Gange durch das Naturhistorische Museum heimgekehrt, seiner Mutter sagen, Mama, ich habe dich so lieb, wenn du einmal stirbst, lasse ich dich ausstopfen und stelle dich hier im Zimmer auf, damit ich dich immer, immer sehen kann. So wenig gleicht die kindliche Vorstellung vom Gestorbensein der Unseregin, 94 94 Von einem hochbegabten zehnjährigen Knaben hörte ich nach dem plötzlichen Tode seines Vaters zu meinem Erstaunen folgende Äußerung, dass der Vater gestorben ist, verstehe ich, aber warum er nicht zum Nachtmahl nach Hause kommt, kann ich mir nicht erklären. Weiteres Material zu diesem Thema findet sich in der Rubrik Kinderseele von Imago, Zeitschrift für Anwendung der Psychoanalyse auf die Geisteswissenschaften, BDI und I, 1912 und 1913. Gestorben sein heißt für das Kind, welchem ja überdies die Szenen des Leidens vor dem Tode zu sehen erspart wird, so viel als fort sein, die Überlebenden nicht mehr stören. Es unterscheidet nicht, auf welche Art diese Abwesenheit zustande kommt, ob durch Verreisen, Entfremdung oder Tod. Wenn in den prähistorischen Jahren eines Kindes seine Kinder vorweggeschickt worden und einige Zeit darauf seine Mutter gestorben ist, so liegen für seine Erinnerung, wie man sie in der Analyse aufdeckt, beide Ereignisse in einer Reihe übereinander. Dass das Kind die Abwesenden nicht sehr intensiv vermisst, hat manche Mutter zu ihrem Schmerze erfahren, wenn sie nach mehrwöchiger Sommerreise in ihr Haus zurückkehrte und auf ihre Erkundigung hören musste. Die Kinder haben nicht ein einziges Mal nach der Mama gefragt. Wenn sie aber wirklich in jenes unentdeckte Land verreist ist, von des Bezirk kein Wanderer wiederkehrt, so scheinen die Kinder sie zunächst vergessen zu haben und erst nachträglich beginnen sie, sich an die Tote zu erinnern. Wenn das Kind also Motive hat, die Abwesenheit eines anderen Kindes zu wünschen, so mangelt ihm jede Abhaltung, diesen Wunsch in die Form zu kleiden, es möge tot sein, und die psychische Reaktion auf den Todeswunschtraum beweist, dass trotz aller Verschiedenheit im Inhalt der Wunsch beim Kinde doch irgendwie das Nämliche ist wie der gleichlautende Wunsch des Erwachsenen. Wenn nun der Todeswunsch des Kindes gegen seine Geschwister erklärt wird durch den Egoismus des Kindes, der sie die Geschwister als Mitbewerber auffassen lässt, wie soll sich der Todeswunsch gegen die Eltern erklären, die für das Kind die Spender von Liebe und Erfüller seiner Bedürfnisse sind, deren Erhaltung es gerade aus egoistischen Motiven wünschen sollte? Zur Lösung dieser Schwierigkeit leitet uns die Erfahrung, dass die Träume vom Tode der Eltern überwiegend häufig den Teil des Elternpaares betreffen, der das Geschlecht des Träumers teilt, dass also der Mann zumeist vom Tode des Vaters, das Weib vom Tode der Mutter träumt. Ich kann das nicht als regelmäßig hinstellen, aber das Überwiegen in dem angedeuteten Sinne ist so deutlich, dass es eine Erklärung durch einen Moment von allgemeiner Bedeutung fordert. Es verhält sich grob ausgesprochen so, als ob eine sexuelle Vorliebe sich frühzeitig geltend machen würde, als ob der Knabe im Vater, das Mädchen in der Mutter den Mitbewerber in der Liebe erblickte, durch dessen Beseitigung ihm nur Vorteil erwachsen kann. Das Verhältnis des Kindes zu den Eltern Ehe man diese Vorstellung als ungeheuerlich verwirft, möge man auch hier die realen Beziehungen zwischen Eltern und Kindern ins Auge fassen. Man hat zu sondern, was die Kulturforderung der Pietät von diesem Verhältnis verlangt und was die tägliche Beobachtung als tatsächlich ergibt. In der Beziehung zwischen Eltern und Kindern liegen mehr als nur ein Anlass zur Feindseligkeit verborgen, die Bedingungen für das Zustandekommen von Wünschen, welche vor der Zensur nicht bestehen, sind im reichsten Ausmaße gegeben. Verweilen wir zunächst bei der Relation zwischen Vater und Sohn. Ich meine, die Heiligkeit, die wir den Vorschriften des Dekalogs zuerkannt haben, stumpft unseren Sinn für die Wahrnehmung der Wirklichkeit ab. Wir getrauen uns vielleicht kaum zu merken, dass der größere Teil der Menschheit sich über die Befolgung des vierten Gebotes hinaussetzt. In den tiefsten wie in den höchsten Schichten der menschlichen Gesellschaft pflegt die Pietät gegen die Eltern vor anderen Interessen zurückzutreten. Die dunklen Nachrichten, die in Mythologie und Sage aus der Urzeit der menschlichen Gesellschaft auf uns gekommen sind, geben von der Machtfülle des Vaters und von der Rücksichtslosigkeit, mit der sie gebraucht wurde, eine unerfreuliche Vorstellung. Kronus verschlingt seine Kinder, etwa wie der Eber den Wurf des Mutterschweines, und Zeus entmannt den Vater, 95, und setzt sich als Herrscher an seine Stelle. Je unumschränkter der Vater in der alten Familie herrschte, desto mehr muss der Sohn als berufener Nachfolger in die Lage des Feindes gerückt, desto größer muss seine Ungeduld geworden sein, durch den Tod des Vaters selbst zur Herrschaft zu gelangen. Noch in unserer bürgerlichen Familie pflegt der Vater durch die Verweigerung der Selbstbestimmung und der dazu nötigen Mittel an den Sohn dem natürlichen Keime der Feindschaft, der in dem Verhältnisse liegt, zur Entwicklung zu verhelfen. Der Arzt kommt oft genug in die Lage zu bemerken, dass der Schmerz über den Verlust des Vaters beim Sohne die Befriedigung über die endlich erlangte Freiheit nicht unterdrücken kann. Den Rest der in unserer heutigen Gesellschaft arg antiquierten Protesters Patris Familias pflegt jeder Vater krampfhaft festzuhalten und jeder Dichter ist der Wirkung sicher, der wie Ibsen den uralten Kampf zwischen Vater und Sohn in den Vordergrund seiner Fabeln rückt. Die Anlässe zu Konflikten zwischen Tochter und Mutter ergeben sich, wenn die Tochter heranwächst und in der Mutter die Wächterin findet, während sie nach sexueller Freiheit begehrt, die Mutter aber durch das Aufblühen der Tochter gemahnt wird, dass für sie die Zeit gekommen ist, sexuellen Ansprüchen zu entsagen. 95, wenigstens in einigen mythologischen Darstellungen. Nach anderen wird die Entmannung nur von Kronos an seinem Vater Oranus vollzogen. Über die mythologische Bedeutung dieses Motivs vergehl. Otto Rank, der Mythos von der Geburt des Helden, fünftes Heft der Schriften zur Angev. Seelenkünde, 1909 und das Inzestmotiv in Dichtung und Sage, 1912, Kapitel 9, Zweiter. Alle diese Verhältnisse liegen offenkundig da vor Jedermanns Augen. Sie fördern uns aber nicht bei der Absicht, die Träume vom Tode der Eltern zu erklären, welche sich bei Personen finden, denen die Pietät gegen die Eltern längst etwas Unantastbares geworden ist. Auch sind wir durch die vorhergehenden Erörterungen darauf vorbereitet, dass sich der Todeswunsch gegen die Eltern aus der frühesten Kindheit ableiten wird. Die sexuellen Regungen der Kinder gegen die Eltern Mit einer alle Zweifel ausschließenden Sicherheit bestätigt sich diese Vermutung für die Psychoneurotika bei den mit ihnen vorgenommenen Analysen. Man lernt hierbei, dass sehr frühzeitig die sexuellen Wünsche des Kindes erwachen, soweit sie im keimenden Zustand diesen Namen verdienen, und dass die erste Neigung des Mädchens dem Vater, die ersten infantilen Begierden des Knaben der Mutter gelten. Der Vater wird somit für den Knaben, die Mutter für das Mädchen zum störenden Mitbewerber und wie wenig für das Kind dazugehört, damit diese Empfindung zum Todeswunsch führe, haben wir bereits für den Fall der Geschwister ausgeführt. Die sexuelle Auswahl macht sich in der Regel bereits bei den Eltern geltend. Ein natürlicher Zug sorgt dafür, dass der Mann die kleinen Töchter verzärtelt, die Frau den Söhnen die Stange hält, während beide, wo der Zauber des Geschlechtes ihr Urteil nicht verstört, mit Strenge für die Erziehung der kleinen wirken. Das Kind bemerkt die Bevorzugung sehr wohl und lehnt sich gegen den Teil des Elternpaares auf, der sich ihr widersetzt. Liebe bei dem Erwachsenen zu finden, ist ihm nicht nur die Befriedigung eines besonderen Bedürfnisses, sondern bedeutet auch, dass in allen anderen Stücken seinem Willen nachgegeben wird. So folgt es dem eigenen sexuellen Triebe und erneuert gleichzeitig die von den Eltern ausgehende Anregung, wenn es seine Wahl zwischen den Eltern im gleichen Sinne wie diese trifft. Von den Zeichen dieser infantilen Neigungen seitens der Kinder pflegt man die meisten zu übersehen, einige kann man auch nach den ersten Kinderjahren bemerken. Ein achtjähriges Mädchen meiner Bekanntschaft benutzt die Gelegenheit, wenn die Mutter vom Tische abberufen wird, um sich als ihre Nachfolgerin zu proklamieren. Jetzt will ich die Mama sein. Karl, willst du noch Gemüse? Nimm doch, ich bitte dich und so weiter ein besonders begabtes und lebhaftes Mädchen von nicht vier Jahren, an der dies Stück Kinderpsychologie besonders durchsichtig ist, äußert direkt, jetzt kann das Moatal einmal fortgehen, dann muss das Vaterl mich heiraten, und ich will seine Frau sein. Im Kinderleben schließt dieser Wunsch durchaus nicht aus, dass das Kind auch seine Mutter zärtlich liebe. Wenn der kleine Knabe neben der Mutter schlafen darf, sobald der Vater verreist ist, und nach dessen Rückkehr ins Kinderzimmer zurück muss zu einer Person, die ihm weit weniger gefällt, so mag sich leicht der Wunsch bei ihm gestalten, dass der Vater immer abwesend sein möge, damit er seinen Platz bei der lieben, schönen Mama behalten kann, und ein Mittel zur Erreichung dieses Wunsches ist es offenbar, wenn der Vater tot ist. Denn das eine hat ihn seine Erfahrung gelehrt, tote Leute, wie der Großpapa zum Beispiel, sind immer abwesend, kommen nie wieder. Wenn sich solche Beobachtungen an kleinen Kindern der vorgeschlagenen Deutung zwanglos fügen, so ergeben sie allerdings nicht die volle Überzeugung, welche die Psychoanalysen erwachsener Neurotiker dem Arzte aufdrängen. Die Mitteilung der betreffenden Träume erfolgt hier mit solchen Einleitungen, dass ihre Deutung als Wunschträume unausweichlich wird. Ich finde eines Tages eine Dame betrübt und verweint. Sie sagt, ich will meine Verwandten nicht mehr sehen, es muss ihnen ja vor mir grausen. Dann erzählt sie fast ohne Übergang, dass sie sich an einen Traum erinnert, dessen Bedeutung sie natürlich nicht kennt. Sie hat ihn mit vier Jahren geträumt, er lautet folgendermaßen, ein Luchs oder Fuchs geht auf dem Dache spazieren, dann fällt etwas herunter oder sie fällt herunter, und dann trägt man die Mutter tot aus dem Hause, wobei sie schmerzlich weint. Ich habe ihr kaum mitgeteilt, dass dieser Traum den Wunsch aus ihrer Kindheit bedeuten muss, die Mutter tot zu sehen, und dass sie dieses Traumes wegen meinen muss, die Verwandten grausen sich vor ihr, so liefert sie bereits etwas Material, den Traum aufzuklären. Luchsaug ist ein Schimpfwort, mit dem sie einmal als ganz kleines Kind von einem Gassenjungen belegt wurde, ihrer Mutter ist, als das Kind drei Jahre alt war, ein Ziegelstein vom Dache auf den Kopf gefallen, sodass sie heftig geblutet hat. Ich hatte einmal Gelegenheit, ein junges Mädchen, das verschiedene psychische Zustände durchmachte, eingehen zu studieren. In einer tobsüchtigen Verworrenheit, mit der die Krankheit begann, zeigte die Kranke eine ganz besondere Abneigung gegen ihre Mutter, schlug und beschimpfte sie, sobald sie sich dem Bette näherte, während sie gegen eine um vieles ältere Schwester zu derselben Zeit liebevoll und gefügig blieb. Dann folgte ein klarer, aber etwas apathischer Zustand mit sehr gestörtem Schlafe. In dieser Phase begann ich die Behandlung und analysierte ihre Träume. Eine Unzahl derselben handelte mehr oder minder verhüllt vom Tode der Mutter, bald wohnte sie dem Leichenbegängnis einer alten Frau bei, bald sah sie sich und ihre Schwester in Trauerkleidern bei Tische sitzen, es blieb über den Sinn dieser Träume kein Zweifel. Bei noch weiter fortschreitender Besserung traten hysterische Phobien auf, die quälendste darunter war, dass der Mutter etwas geschehen sei. Von wo sie immer sich befand, musste sie dann nach Hause eilen, um sich zu überzeugen, dass die Mutter noch lebe. Der Fall war nun, zusammengehalten mit meinen sonstigen Erfahrungen, sehr lehrreich, er zeigte in gleichsam mehrsprachiger Übersetzung verschiedene Reaktionsweisen des psychischen Apparates auf dieselbe erregende Vorstellung. In der Verworrenheit, die ich als Überwältigung der zweiten psychischen Instanz durch die sonst unterdrückte erste auffasse, wurde die unbewusste Feindseligkeit gegen die Mutter motorisch mächtig, als dann die erste Beruhigung eintrat, der Aufruhr unterdrückt, die Herrschaft der Zensur wiederhergestellt war, blieb dieser Feindseligkeit nur mehr das Gebiet des Träumens offen, um den Wunsch nach ihrem Tode zu verwirklichen. Als das Normale sich noch weiter gestärkt hatte, schuf es als hysterische. Gegensatzreaktion und Abwehrerscheinung die übermäßige Sorge um die Mutter. In diesem Zusammenhange ist es nicht mehr unerklärlich, warum die hysterischen Mädchen so oft überzerrtlich an ihren Müttern hängen. Ein andermal hatte ich Gelegenheit, tiefe Einblicke in das unbewusste Seelenleben eines jungen Mannes zu tun, der durch Zwangsneurose fast existenzunfähig nicht auf die Straße gehen konnte, weil ihn die Sorge quälte, er bringe alle Leute, die an ihm vorbeigingen, um. Er verbrachte seine Tage damit, die Beweisstücke für sein Alibi in Ordnung zu halten, falls die Anklage wegen eines der in der Stadt vorgefallenen Morde gegen ihn erhoben werden sollte. Überflüssig zu bemerken, dass er ein ebenso moralischer wie feingebildeter Mensch war. Die übrigens zur Heilung führende Analyse deckte als die Begründung dieser peinlichen Zwangsvorstellung Mordimpulse gegen seinen etwas überstrengen Vater auf, die sich, als er sieben Jahre alt war, zu seinem Erstaunen bewusst geäußert hatten, aber natürlich aus weit früheren Kindesjahren stammten. Nach der qualvollen Krankheit und dem Tode des Vaters trat im 31. Lebensjahre der Zwangsvorwurf auf, der sich in Form jener Phobie auf Fremde übertrug. Wer imstande war, seinen eigenen Vater von einem Berggipfel in den Abgrund stoßen zu wollen, dem ist allerdings zuzutrauen, dass er auch das Leben fernerstehender nicht schone, der tut darum recht daran, sich in seine Zimmer einzuschließen. Nach meinen bereits zahlreichen Erfahrungen spielen die Eltern im Kinderseelenleben aller späteren Psychoneurotiker die Hauptrolle, und Verliebtheit gegen den einen, Hass gegen den anderen Teil des Elternpaares gehören zum eisernen Bestand des in jener Zeit gebildeten und für die Symptomatik der späteren Neurose so bedeutsamen Materials an psychischen Regungen. Ich glaube aber nicht, dass die Psychoneurotiker sich hierin von anderen normal verbleibenden Menschenkindern scharf, sondern, indem sie absolut Neues und ihnen Eigentümliches zu schaffen vermögen. Es ist bei weitem wahrscheinlicher und wird durch gelegentliche Beobachtungen an normalen Kindern unterstützt, dass sie auch mit diesen verliebten und feindseligen Wünschen gegen ihre Eltern uns nur durch die Vergrößerung kenntlich machen, was minder deutlich und weniger intensiv in der Seele der meisten Kinder vorgeht. Das Altertum hat uns zur Unterstützung dieser Erkenntnis einen Sagenstoff überliefert, dessen durchgreifende und allgemeingültige Wirksamkeit nur durch eine ähnliche Allgemeingültigkeit der besprochenen Voraussetzung aus der Kinderpsychologie verständlich wird. Die Oedipus-Mythe und ihre infantile Wurzel Ich meine die Sage vom König Oedipus und das gleichnamige Drama des Sophokles. Oedipus, der Sohn des Laios, Königs von Theben, und der Jokaste wird als Säugling ausgesetzt, weil ein Orakel dem Vater verkündet hatte, der noch ungeborene Sohn werde sein Mörder sein. Er wird gerettet und wächst als Königssohn an einem fremden Hofe auf, bis er, seiner Herkunft unsicher, selbst das Orakel befragt und von ihm den Rat erhält, die Heimat zu meiden, weil er der Mörder seines Vaters und der Ehegemal seiner Mutter werden müsste. Auf dem Wege von seiner vermeintlichen Heimat weg trifft er mit König Laios zusammen und erschlägt ihn in rasch entbranntem Streite. Dann kommt er vor Theben, wo er die Rätsel der den wegsperrenden Sphinx löst und zum Dank dafür von den Thebanern zum König gewählt und mit Jokastes Hand beschenkt wird. Er regiert lange Zeit in Frieden und Würde und zeugt mit der ihm unbekannten Mutter zwei Söhne und zwei Töchter, bis eine Pest ausbricht, welche eine neuerliche Befragung des Orakels von Seite der Thebaner veranlasst. Hier setzt die Tragödie des Sophocles ein. Die Boten bringen den Bescheid, dass die Pest aufhören werde, wenn der Mörder des Laios aus dem Lande getrieben sei. Wo aber weilt der? Wo findet sich die schwer erkennbar dunkle Spur der alten Schuld? Übersetzung von Donner von 109 Die Handlung des Stückes besteht nun in nichts anderem als in der schrittweise gesteigerten und kunstvoll verzögerten Enthüllung der Arbeit einer Psychoanalyse vergleichbar, dass Oedipus selbst der Mörder des Laios, aber auch der Sohn des Ermordeten und der Jokaste ist. Durch seine unwissentlich verübten Gräuel erschüttert, blendet sich Oedipus und verlässt die Heimat. Der Orakelspruch ist erfüllt König Oedipus ist eine sogenannte Schicksalstragödie, ihre tragische Wirkung soll auf dem Gegensatz zwischen dem übermächtigen Willen der Götter und dem vergeblichen Sträuben der vom Unheil bedrohten Menschen beruhen, Ergebung in den Willen der Gottheit, Einsicht in die eigene Ohnmacht soll der tief ergriffene Zuschauer aus dem Trauerspiele lernen. Folgerichtig haben moderne Dichter es versucht, eine ähnliche tragische Wirkung zu erzielen, indem sie den nämlichen Gegensatz mit einer selbsterfundenen Fabel verwoben. Allein die Zuschauer haben ungerührt zugesehen, wie trotz alles Sträubens schuldloser Menschen ein Fluch oder Orakelspruch sich an ihnen vollzog, die späteren Schicksalstragödien sind ohne Wirkung geblieben. Wenn der König Oedipus den modernen Menschen nicht minder zu erschüttern weiß als den zeitgenössischen Griechen, so kann die Lösung wohl nur darin liegen, dass die Wirkung der griechischen Tragödie nicht auf dem Gegensatz zwischen Schicksal und Menschenwillen ruht, sondern in der Besonderheit des Stoffes zu suchen ist, an welchem dieser Gegensatz erwiesen wird. Es muss eine Stimme in unserem Innern geben, welche die zwingende Gewalt des Schicksals im Oedipus anzuerkennen bereit ist, während wir Verfügungen wie in der Ahnfrau oder in anderen Schicksalstragödien als willkürliche zurückzuweisen vermögen. Und ein solches Moment ist in der Tat in der Geschichte des Königs Oedipus enthalten. Sein Schicksal ergreift uns nur darum, weil es auch das Unsirrige hätte werden können, weil das Orakel vor unserer Geburt denselben Fluch über uns verhängt hat wie über ihn. Uns allen vielleicht war es beschieden, die erste sexuelle Regung auf die Mutter, den ersten Hass und gewalttätigen Wunsch gegen den Vater zu richten, unsere Träume überzeugen uns davon. König Oedipus, der seinen Vater Laius erschlagen und seine Mutter Jokaste geheiratet hat, ist nur die Wunscherfüllung unserer Kindheit. Aber glücklicher als er, ist es uns seitdem, insofern wir nicht Psychoneurotiker geworden sind, gelungen, unsere sexuellen Regungen von unseren Müttern abzulösen, unsere Eifersucht gegen unsere Väter zu vergessen. Vor der Person, an welcher sich jener urzeitliche Kindheitswunsch erfüllt hat, schaudern wir zurück mit dem ganzen Betrage der Verdrängung, welche diese Wünsche in unserem Innern seither erlitten haben. Während der Dichter in jener Untersuchung die Schuld des Oedipus ans Licht bringt, nötigt er uns zur Erkenntnis unseres eigenen Innern, in dem jene Impulse, wenn auch unterdrückt, noch immer vorhanden sind. Die Gegenüberstellung, mit der uns der Chor verlässt. Seht, das ist Oedipus, der entwirrt die hohen Rätsel und der Erste war an Macht, dessen Glück die Bürger alle priesen und beneideten, seht, in welches Missgeschickes Grause wogen er versank. Diese Mahnung trifft uns selbst und unseren Stolz, die wir seit den Kindesjahren so weise und so mächtig geworden sind in unserer Schätzung. Wie Oedipus leben wir in Unwissenheit der die moralbeleidigenden Wünsche, welche die Natur uns aufgenötigt hat, und nach deren Enthüllung möchten wir wohl alle den Blick abwenden von den Szenen unserer Kindheit. 96 96 Keine der Ermittlungen der psychoanalytischen Forschung hat so erbitterten Widerspruch, ein so grimmiges Sträuben und so ergötzliche Verrenkungen der Kritik hervorgerufen wie dieser Hinweis auf die kindlichen, im Unbewussten erhalten gebliebenen Inzestneigungen. Die letzte Zeit hat selbst einen Versuch gebracht, den Inzest, allen Erfahrungen trotzend, nur als symbolisch gelten zu lassen. Dass die Sage von Oedipus einem uralten Traumstoffe entsprossen ist, welcher jene peinliche Störung des Verhältnisses zu den Eltern durch die ersten Regungen der Sexualität zum Inhalt hat, dafür findet sich im Texte der so vorgleichen Tragödie selbst ein nicht misszuverstehender Hinweis. Jocaste tröstet den noch nicht aufgeklärten, aber durch die Erinnerung der Orakelsprüche besorgt gemachten Oedipus durch die Erwähnung eines Traumes, den ja so viele Menschen träumen, ohne dass er, meint sie, etwas bedeute. Denn viele Menschen sahen auch in Träumen schon sich zugesellt der Mutter, doch wer alles dies für nichtig achtet, trägt die Last des Lebens leicht. Der Traum, mit der Mutter sexuell zu verkehren, wird ebenso wie damals auch heute vielen Menschen zuteil, die ihn empört und verwundert erzählen. Er ist, wie begreiflich, der Schlüssel der Tragödie und das Ergänzungsstück zum Traume vom Tode des Vaters. Die Oedipus-Fabel ist die Reaktion der Fantasie auf diese beiden typischen Träume und wie die Träume vom Erwachsenen mit Ablehnungsgefühlen erlebt werden, so muss die Sage Schreck und Selbstbestrafung in ihren Inhalt mit aufnehmen. Ihre weitere Gestaltung rührt wiederum von einer missverständlichen sekundären Bearbeitung des Stoffes her, welche ihn einer theologisierenden Absicht dienstbar zu machen sucht. Vergleiche den Traumstoff von der Exhibition Page 183f. Der Versuch, die göttliche Allmacht mit der menschlichen Verantwortlichkeit zu vereinigen, muss natürlich an diesem Material wie an jedem anderen misslingen. Die Deutung von Shakespeare's Hamlet Auf demselben Boden wie König Oedipus wurzelt eine andere der großen tragischen Dichterschöpfungen, der Hamlet Shakespeare's. Aber in der veränderten Behandlung des nämlichen Stoffes offenbart sich der ganze Unterschied im Seelenleben der beiden weit auseinanderliegenden Kulturperioden, das säkulare Fortschreiten der Verdrängung im Gemütsleben der Menschheit. Im Oedipus wird die zugrunde liegende Wunschfantasie des Kindes wie im Trauma ans Licht gezogen und realisiert, im Hamlet bleibt sie verdrängt, und wir erfahren von ihrer Existenz dem Sachverhalt bei einer Neurose ähnlich nur durch die von ihr ausgehenden Hemmungswirkungen. Mit der überwältigenden Wirkung des moderneren Dramas hat es sich eigentümlicherweise als vereinbar gezeigt, dass man über den Charakter des Helden in voller Unklarheit verbleiben könne. Das Stück ist auf die Zögerung Hamlets gebaut, die ihm zugeteilte Aufgabe der Rache zu erfüllen, welches die Gründe oder Motive dieser Zögerung sind, gesteht der Text nicht ein, die vielfältigsten Deutungsversuche haben es nicht anzugeben vermocht. Nach der heute noch herrschenden, durch Goethe begründeten Auffassung stellt Hamlet den Typus des Menschen dar, dessen frische Tatkraft durch die überwuchernde Entwicklung der Gedankentätigkeit gelähmt wird, von des Gedankens Blässe angekränkelt. Nach anderen hat der Dichter einen krankhaften, unentschlossenen, in das Bereich der Neurastenie fallenden Charakter zu schildern versucht. Allein die Fabel des Stückes lehrt, dass Hamlet uns keineswegs als eine Person erscheinen soll, die des Handelns überhaupt unfähig ist. Wir sehen ihn zweimal handelnd auftreten, das eine Mal in rasch auffahrender Leidenschaft, wie er den Lauscher hinter der Tapete niederstößt, ein anderes Mal planmäßig, ja selbst arglistig, indem er mit der vollen Unbedenklichkeit des Renaissance-Prinzen die zwei Höflinge in den ihm selbst zugedachten Tod schickt. Was hemmt ihn also bei der Erfüllung der Aufgabe, die der Geist seines Vaters ihm gestellt hat. Hier bietet sich wieder die Auskunft, dass es die besondere Natur dieser Aufgabe ist. Hamlet kann alles, nur nicht die Rache an dem Manne vollziehen, der seinen Vater beseitigt und bei seiner Mutter dessen Stelle eingenommen hat, an dem Manne, der ihm die Realisierung seiner verdrängten Kinderwünsche zeigt. Der Abscheu, der ihn zur Rache drängen sollte, ersetzt sich so bei ihm durch Selbstvorwürfe, durch Gewissensgruppel, die ihm vorhalten, dass er, wörtlich verstanden, selbst nicht besser sei als der von ihm zu strafende Sünder. Ich habe dabei ins Bewusste übersetzt, was in der Seele des Helden unbewusst bleiben muss, wenn jemand Hamlet einen Hysteriker nennen will, kann ich es nur als Folgerung aus meiner Deutung anerkennen. Die Sexualabneigung stimmt sehr wohl dazu, die Hamlet dann im Gespräche mit Ophelia äußert, die nämliche Sexualabneigung, die von der Seele des Dichters in den nächsten Jahren immer mehr Besitz nehmen sollte, bis zu ihren Gipfeläußerungen im Timon von Athen. Es kann natürlich nur das eigene Seelenleben des Dichters gewesen sein, das uns im Hamlet entgegentritt. Ich entnehme dem Werke von Georg Brandes über Shakespeare, 1896, die Notiz, dass das Drama unmittelbar nach dem Tode von Shakespeare's Vater, 1601, also in der frischen Trauer um ihn, in der Wiederbelebung, dürfen wir annehmen, der auf den Vater bezüglichen Kindheitsempfindungen gedichtet worden ist. Bekannt ist auch, dass Shakespeare's früh verstorbener Sohn den Namen Hamlet, identisch mit Hamlet, trug. Wie Hamlet das Verhältnis des Sohnes zu den Eltern behandelt, so ruht der in der Zeit nahestehende Macbeth auf dem Thema der Kinderlosigkeit. Wie übrigens jedes neurotische Symptom, wie selbst der Traum, der überdeutungfähig ist, ja dieselbe zu seinem vollen Verständnis fordert, so wird auch jede echte dichterische Schöpfung aus mehr als aus einem Motiv und einer Anregung in der Seele des Dichters hervorgegangen sein und mehr als eine Deutung zulassen. Ich habe hier nur die Deutung der tiefsten Schicht von Regungen in der Seele des schaffenden Dichters versucht. Ich kann die typischen Träume vom Todeteurer Verwandten nicht verlassen, ohne dass ich deren Bedeutung für die Theorie des Traumes überhaupt noch mit einigen Worten beleuchte. Diese Träume zeigen uns den recht ungewöhnlichen Fall verwirklicht, dass der durch den verdrängten Wunsch gebildete Traumgedanke jeder Zensur entgeht und unverändert in den Traum übertritt. Es müssen besondere Verhältnisse sein, die solches Schicksal ermöglichen. Ich finde die Begünstigung für diese Träume in folgenden zwei Momenten. Erstens gibt es keinen Wunsch, von dem wir uns ferner glauben. Wir meinen, das zu wünschen könnte uns auch im Traume nicht einfallen, und darum ist die Traumzensur gegen dieses Ungeheuerliche nicht gerüstet, ähnlich etwa wie die Gesetzgebung Solons keine Strafe für den Vatermord aufzustellen wusste. Zweitens aber kommt dem verdrängten und nicht geahnten Wunsche gerade hier besonders häufig ein Tagesrest entgegen in Gestalt einer Sorge um das Leben der teuren Person. Diese Sorge kann sich nicht anders in den Traum eintragen, als indem sie sich des gleichlautenden Wunsches bedient, der Wunsch aber kann sich mit der am Tage rege gewordenen Sorge maskieren. Wenn man meint, dass dies alles einfacher zugeht, dass man eben bei Nacht und im Traume nur fortsetzt, was man bei Tag angesponnen hat, so lässt man die Träume vom Tode teurer Personen eben außer allem Zusammenhang mit der Traumerklärung und hält ein sehr wohl reduzierbares Rätsel überflüssigerweise fest. Verhältnis der Oedipus-Träume zur Angstentwicklung Lehrreich ist es auch, die Beziehung dieser Träume zu den Angstträumen zu verfolgen. In den Träumen vom Tode teurer Personen hat der verdrängte Wunsch einen Weg gefunden, auf dem er sich der Zensur und der durch sie bedingten NT-Stellung entziehen kann. Die nie fehlende Begleiterscheinung ist dann, dass schmerzliche Empfindungen im Traume verspürt werden. Ebenso kommt der Angsttraum nur zustande, wenn die Zensur ganz oder teilweise überwältigt wird, und andererseits erleichtert es die Überwältigung der Zensur, wenn Angst als aktuelle Sensation aus somatischen Quellen bereits gegeben ist. Es wird so handgreiflich, in welcher Tendenz die Zensur ihres Amtes waltet, die Traumentstellung ausübt, es geschieht, um die Entwicklung von Angst oder anderen Formen peinlichen Affektes zu verhüten. Der Egoismus der Träume Ich habe im Vorstehenden von dem Egoismus der Kinderseele gesprochen und knüpfe nun daran mit der Absicht, hier einen Zusammenhang ahnen zu lassen, dass die Träume auch diesen Charakter bewahrt haben. Sie sind sämtlich absolut egoistisch, in allen tritt das Liebe-Ich auf, wenn auch verkleidet. Die Wünsche, die in ihnen erfüllt werden, sind regelmäßig Wünsche dieses Ichs. Es ist nur ein täuschender Anschein, wenn jedes Interesse für einen anderen einen Traum hervorgerufen haben sollte. Ich will einige Beispiele, welche dieser Behauptung widersprechen, der Analyse unterziehen. I. Ein noch nicht vierjähriger Knabe erzählt, er hat eine große garnierte Schüssel gesehen, worauf ein großes Stück Fleisch gebraten war, und das Stück war auf einmal ganz nicht zerschnitten aufgegessen. Die Person, die es gegessen hat, hat er nicht gesehen. 97 Auch das große, überreiche, übermäßige und übertriebene der Träume könnte ein Kindheitscharakter sein. Das Kind kennt keinen sehnlicheren Wunsch als groß zu werden, von allem so viel zu bekommen wie die großen, es ist schwer zu befriedigen, kennt kein genug, verlangt unersättlich nach Wiederholung dessen, was ihm gefallen oder geschmeckt hat. Maßhalten, sich bescheiden, resignieren lernt es erst durch die Kultur der Erziehung. Bekanntlich neigt auch der Neurotiker zur Maßlosigkeit und Unmäßigkeit. Wer mag der fremde Mensch sein, von dessen üppiger Fleischmahlzeit unser Kleiner träumt? Die Erlebnisse des Traumtages müssen uns darüber aufklären. Der Knabe bekommt seit einigen Tagen nach ärztlicher Vorschrift Milchdiät, am Abend des Traumtages war er aber unartig, und da wurde ihm zur Strafe die Abendmahlzeit entzogen. Er hatte schon früher einmal eine solche Hungerkur durchgemacht und sich sehr tapfer dabei benommen. Er wusste, dass er nichts bekommen werde, getraute sich aber auch nicht, mit einem Worte anzudeuten, dass er Hunger habe. Die Erziehung fängt an, bei ihm zu wirken, sie äußert sich bereits im Traume, der einen Anfang von Traumentstellung zeigt. Es ist kein Zweifel, dass er selbst die Person ist, deren Wünsche auf eine so reiche Mahlzeit, und zwar eine Bratenmahlzeit, zielen. Da er aber weiß, dass diese ihm verboten ist, wagt er es nicht, wie die hungrigen Kinder es im Traume tun, vergleiche den Erdbeertraum meiner kleinen Anna, Page 100, sich selbst zur Mahlzeit hinzusetzen. Die Person bleibt anonym. I. Ich träume einmal, dass ich in der Auslage einer Buchhandlung ein neues Heft jener Sammlung im Liebhabereinband sehe, die ich sonst zu kaufen pflege, Künstlermonografien, Monografien zur Weltgeschichte, berühmte Kunststätten und so weiter. Die neue Sammlung nennt sich Berühmte Redner oder Reden, und das Heft i derselben trägt den Namen Dr. Lecher. In der Analyse wird es mir unwahrscheinlich, dass mich der Ruhm Dr. Lechers, des Dauerredners der deutschen Obstruktion im Parlament, während meiner Träume beschäftige. Der Sachverhalt ist der, dass ich vor einigen Tagen neue Patienten zur psychischen Kur aufgenommen habe, und nun 10 bis 11 Stunden täglich zu sprechen genötigt bin. Ich bin also selbst so ein Dauerredner. 3. Ich träume ein andermal, dass ein mir bekannter Lehrer an unserer Universität sagt, Mein Sohn, der Myob. Dann folgt ein Dialog, aus kurzen Reden und Gegenreden bestehend. Es folgt aber dann ein drittes Traumstück, in dem ich und meine Söhne vorkommen, und für den latenten Trauminhalt sind Vater und Sohn, Professor M., nur Strohmänner, die mich und meinen Ältesten entdecken. Ich werde diesen Traum wegen einer anderen Eigentümlichkeit noch weiter unten behandeln. 4. Ein Beispiel von wirklich niedrigen egoistischen Gefühlen, die sich hinter zärtlicher Sorge verbergen, gibt folgender Traum. Mein Freund Otto schaut schlecht aus, ist braun im Gesichte und hat vortretende Augen. Otto ist mein Hausarzt, in dessen Schuld ich hoffnungslos verbleibe, weil er seit Jahren die Gesundheit meiner Kinder überwacht, sie erfolgreich behandelt, wenn sie erkranken, und sie überdies zu allen Gelegenheiten, die einen Vorwand abgeben können, beschenkt. Er war am Traumtage zu Besuch, und da bemerkte meine Frau, dass er müde und abgespannt aussehe. Nachts kommt mein Traum und leiht ihm einige der Zeichen der Bestoschenkrankheit. Wer sich in der Traumdeutung von meinen Regeln frei macht, der wird diesen Traum so verstehen, dass ich um die Gesundheit meines Freundes besorgt bin, und dass diese Besorgnis sich im Traume realisiert. Es wäre ein Widerspruch nicht nur gegen die Behauptung, dass der Traum eine Wunscherfüllung ist, sondern auch gegen die andere, dass er nur egoistischen Regungen zugänglich ist. Aber wer so deutet, möge mir erklären, warum ich bei Otto die Bestosche-Krankheit befürchte, zu welcher Diagnose sein Aussehen auch nicht den leisesten Anlass gibt? Meine Analyse liefert hingegen folgendes Material aus einer Begebenheit, die sich vor sechs Jahren zugetragen hat. Wir fuhren, eine kleine Gesellschaft, in der sich auch Professor er befand, in tiefer Dunkelheit durch den Wald von N, einige Stunden weit von unserem Sommeraufenthalt entfernt. Der nicht ganz nüchterne Kutscher warf uns mit dem Wagen einen Abhang hinunter, und es war noch glücklich, dass wir alle heil davon kamen. Wir waren aber genötigt, im nächsten Wirtshause zu übernachten, wo die Kunde von unserem Unfall große Sympathie für uns erweckte. Ein Herr, der die unverkennbaren Zeichen des Morbus Basedowii an sich trug, übrigens nur Bräunung der Gesichtshaut und vortretende Augen, ganz wie im Traume, kein Stromer stellte sich ganz zu unserer Verfügung und fragte, was er für uns tun könne. Professor er in seiner bestimmten Art antwortete, nichts anderes, als dass sie mir ein Nachthemd leihen. Darauf der Edele, das tut mir leid, das kann ich nicht, und ging von dannen. Zur Fortsetzung der Analyse fällt mir ein, dass Basedow nicht nur der Name eines Arztes ist, sondern auch der eines berühmten Pädagogen. Im Wachen fühle ich mich jetzt dieses Wissens nicht recht sicher. Freund Otto ist aber diejenige Person, die ich gebeten habe, für den Fall, dass mir etwas zustößt, die körperliche Erziehung meiner Kinder, speziell in der Pubertätszeit, daher das Nachthemd, zu überwachen. Indem ich nun Freund Otto im Traume mit den Krankheitssymptomen jenes edeln Helfers sehe, will ich offenbar sagen, wenn mir etwas zustößt, wird von ihm ebenso wenig etwas für die Kinder zu haben sein, wie damals von Herrn Baron L., trotz seiner liebenswürdigen Anerbietungen. Der egoistische Einschlag dieses Traumes dürfte nun wohl aufgedeckt sein, 98. 98, als Professor Jones in einem wissenschaftlichen Vortrag vor einer amerikanischen Gesellschaft vom Egoismus der Träume sprach, erhob eine gelehrte Dame gegen diese unwissenschaftliche Verallgemeinerung den Einwand, der Autor könne doch nur über die Träume von Österreichern urteilen und dürfe über die Träume von Amerikanern nichts aussagen. Sie sei für ihre Person sicher, dass alle ihre Träume streng altruistisch seien. Wo steckt aber hier die Wunscherfüllung? Nicht in der Rache an Freund Otto, dessen Schicksal es nun einmal ist, in meinen Träumen schlecht behandelt zu werden, sondern in folgender Beziehung. Indem ich Otto als Baron L. im Traume darstelle, habe ich gleichzeitig meine eigene Person mit einer anderen identifiziert, nämlich mit der des Professors er, denn ich fordere ja etwas von Otto, wie in jener Begebenheit er vom Baron L. gefordert hat. Und daran liegt es. Professor er hat ähnlich wie ich seinen Weg außerhalb der Schule selbstständig verfolgt und ist erst in späten Jahren zu dem längst verdienten Titel gelangt. Ich will also wieder einmal Professor werden. Ja, selbst das in späten Jahren ist eine Wunscherfüllung, denn es besagt, dass ich lange genug lebe, um meine Knaben selbst durch die Pubertät zu geleiten. V. der Prüfungstraum. Jeder, der mit der Maturitätsprüfung seine Gymnasialstudien abgeschlossen hat, klagt über die Hartnäckigkeit, mit welcher der Angsttraum, dass er durchfallen werde, die Klasse wiederholen müsse und dergleichen ihn verfolgt. Für den Besitzer eines akademischen Grades ersetzt sich dieser typische Traum durch einen anderen, der ihm vorhält, dass er die rigorosen Prüfungen abzulegen habe, und gegen den er vergeblich noch im Schlafe einwendet, dass er ja schon seit Jahren praktiziere, Privatdozent sei oder Kanzleileiter. Es sind die unauslöschlichen Erinnerungen an die Strafen, die wir in der Kindheit für verübte Untaten erlitten haben, die sich so an den beiden Knotenpunkten unserer Studien, an dem dies ihre, dies iller der strengen Prüfungen in unserem Inneren wieder geregt haben. Auch die Prüfungsangst der Neurotiker findet in dieser Kinderangst ihre Verstärkung. Nachdem wir aufgehört haben Schüler zu sein, sind es nicht mehr wie zuerst die Eltern und Erzieher oder später die Lehrer, die unsere Bestrafung besorgen, die unerbittliche Kausalverkettung des Lebens hat unsere weitere Erziehung übernommen, und nun träumen wir von der Matura oder von dem Rigorosum, und wer hat damals nicht selbst als Gerechter gezagt. So oft wir erwarten, dass der Erfolg uns bestrafen werde, weil wir etwas nicht recht gemacht, nicht ordentlich zustande gebracht haben, so oft wir den Druck einer Verantwortung fühlen. Eine weitere Aufklärung der Prüfungsträume danke ich einer Bemerkung von Seite eines kundigen Kollegen, der einmal in einer wissenschaftlichen Unterhaltung hervorhob, dass seines Wissens der Matura-Traum nur bei Personen vorkomme, die diese Prüfung bestanden haben, niemals bei solchen, die an ihr gescheitert sind. Der ängstliche Prüfungstraum, der, wie sich immer mehr bestätigt, dann auftritt, wenn man vom nächsten Tage eine verantwortliche Leistung und die Möglichkeit einer Blamage erwartet, würde also eine Gelegenheit aus der Vergangenheit herausgesucht haben, bei welcher sich die große Angst als unberechtigt erwies und durch den Ausgang widerlegt wurde. Es wäre dies ein sehr auffälliges Beispiel von Missverständnis des Trauminhaltes durch die wache Instanz. Die als Empörung gegen den Traum aufgefasste Einrede, aber ich bin ja schon Doktor und dergleichen, wäre in Wirklichkeit der Trost, den der Traum spendet, und der also lauten würde, fürchte dich doch nicht vor morgen, denke daran, welche Angst du vor der Maturitätsprüfung gehabt hast, und es ist dir doch nichts geschehen. Heute bist du ja schon Doktor und so weiter, die Angst aber, die wir dem Trauma anrechnen, stammte aus den Tagesresten. Die Proben auf diese Erklärung, die ich bei mir und anderen anstellen konnte, wenngleich sie nicht zahlreich genug waren, haben gut gestimmt. Ich bin zum Beispiel als rigorosand in gerichtlicher Medizin durchgefallen, niemals hat dieser Gegenstand mir im Traume zu schaffen gemacht, während ich häufig genug in Botanik, Zoologie oder Chemie geprüft wurde, in welchen Fächern ich mit gut begründeter Angst zur Prüfung gegangen, der Strafe aber durch Gunst des Schicksals oder des Prüfers entgangen bin. Im Gymnasialprüfungstraume werde ich regelmäßig aus Geschichte geprüft, wo ich damals glänzend bestanden habe, aber allerdings nur, weil mein liebenswürdiger Professor der einäugige Helfer eines anderen Traumes, Vergleiche Page 13, nicht übersehen hatte, dass auf dem Prüfungszettel, den ich ihm zurückgab, die mittlere von drei Fragen mit dem Fingernagel durchgestrichen war, zur Mahnung, dass er auf dieser Frage nicht bestehen solle. Einer meiner Patienten, der von der Matura zurückgetreten war und sie später nachgetragen hatte, dann aber bei der Offiziersprüfung durchgefallen und nicht Offizier geworden ist, berichtet mir, dass er oft genug von der ersteren, aber nie von der letzteren Prüfung träumt. Die Prüfungsträume setzen der Deutung bereits jene Schwierigkeit entgegen, die ich vorhin als charakteristisch für die meisten der typischen Träume angegeben habe. Das Material an Assoziationen, welches uns der Träumer zur Verfügung stellt, reicht für die Deutung nur selten aus. Man muss sich das bessere Verständnis solcher Träume aus einer größeren Reihe von Beispielen zusammentragen. Vor kurzem gewann ich den sicheren Eindruck, dass die Einrede, du bist ja schon Doktor und dergleichen nicht nur den Trost verdeckt, sondern auch einen Vorwurf andeutet. Derselbe hätte gelautet, du bist jetzt schon so alt, schon so weit im Leben, und machst noch immer solche Dummheiten, Kinder ein. Dies Gemenge von Selbstkritik und Trost würde dem latenten Inhalt der Prüfungsträume entsprechen. Es ist dann nicht weiter auffällig, wenn die Vorwürfe wegen der Dummheiten und Kinder ein sich in den zuletzt analysierten Beispielen auf die Wiederholung beanständeter sexueller Akte bezogen.